Trump, wie auch immer. Wir wechseln das Thema, wir wechseln den Spielort, gehen nach Berlin in den Bundestag, heute Sitzungstag und eine ganze Menge von Themen. Eins sticht heraus, damit geht's los, ein Frauenthema. Janet Clark, guten Morgen nach Berlin. Ja, schönen guten Morgen aus Berlin, aus dem Reichstag. Tatsächlich ein Frauenthema steht ganz vorne auf der Tagesordnung des Bundestages, denn es gibt eine vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag, der Internationalen Frauentage, das ist der 8. März. Seit über 100 Jahren wird an diesem Tag an Frauenrechte erinnert, für Frauenrechte und Gleichstellungen demonstriert. Der 8. März, das war bekanntlich schon vergangene Woche, allerdings gab es da keine Sitzungswoche. Deswegen ist dieses Thema, diese vereinbarte Debatte jetzt in diese Woche auf diesen Freitag gerutscht. Nun könnte man sagen, es ist ohnehin gleich und egal, denn jedes Jahr, alle Jahre zum Frauentag werden die gleichen Themen angesprochen. Es werden Lohnlücken festgestellt, es werden Quoten gezählt, es wird gefragt, was hat sich getan. Und auch das ist eigentlich fast immer die gleiche Bilanz. Nicht genug, auch neue Studien zum Weltfrauentag bringen diese alte Erkenntnis. Aber genau deswegen und genau deshalb muss man politisch Verantwortliche fragen, warum schafft es die Politik nicht, bessere Rahmenbedingungen zumindest zu setzen, um zu mehr Gleichstellung zu kommen. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen, bevor es drinnen im Plenarsaal losgeht, mit meinen beiden Gästen, die zu mir gekommen sind. Ich begrüße ganz herzlich Heidi Reichenek, sie ist die Co-Vorsitzende der Gruppe der Linken hier im Bundestag. Und ich begrüße ganz herzlich Güde Jensen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion. Frau Jensen, man muss ja sagen, Ihre Ampelkoalition, die Fortschrittskoalition, die sich selbst so genannt hat, die ist ja in Sachen Gleichstellung doch mit einem hohen Anspruch gestartet. Schon im Koalitionsvertrag steht drin, die Gleichstellung von Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Nun muss man feststellen, Tatsache ist, Frauen arbeiten immer noch häufig in Teilzeit, machen die größte Sorgearbeit, verdienen 18 Prozent weniger im Schnitt als Männer in der Stunde. Was hat denn Ihre Koalition, die Fortschrittskoalition in Sachen Gleichstellung überhaupt bisher angepackt und erreicht? Ich glaube, wir haben ja eine sehr herausfordernde Zeit insgesamt. Und diese Aufgabe und auch das Ziel, das auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist, das ist eigentlich ein Auftrag, der eigentlich auch nicht abgeschlossen ist. Wenn man so die letzten 103 Jahre, seitdem es den Internationalen Frauentag gibt, Revue passieren lässt, dann gab es über die vielen Jahrzehnte immer wieder Anspruch, auch noch verbessert und auch ambitionierter an die politischen Rahmenbedingungen heranzugehen. Und ich bin da auch sehr ehrlich, ich bin auch noch nicht zufrieden. Wir sprachen ja über Rahmenbedingungen und über Lohnungleichheit, über viel Care-Arbeit, die Frauen leisten im Schnitt. Und wie man das aufbrechen kann und hebeln kann, brauchen wir auch die Länder dafür. Und eine ganz besondere Sache und eine ganz besondere Rahmenbedingung, die ich hier nennen möchte, ist der Betreuungsschlüssel und die Betreuungsmöglichkeiten, die in diesem Land bestehen. Denn Frauen gehen überdurchschnittlich gut ausgebildet aus der Schule, machen die besseren Abschlüsse an Universitäten, machen auch die erfolgreicheren Ausbildungen. Und dann kann man aber sehen, dass wenn Kinder in die Welt kommen, dass pro Kind im Grunde die Möglichkeit und auch Karrieremöglichkeiten, Lohn immer weiter absinkt. Und bei Männern ist es ein Stück weit sogar anders herum. Wie brechen wir das auf? Aus unserer Sicht, weil wir ganz dringend an der Kita-Infrastruktur in diesem Land arbeiten müssen. Unter drei, Ü3. Und da brauchen wir die Länder genauso für wie die Kommunen. Aber das ist eine große Aufgabe, wo wir auch noch als Ampelkoalition besser werden müssen. Da brauchen Sie die Länder. Für einiges brauchen Sie die Länder allerdings nicht und haben noch einiges im Koalitionsvertrag stehen in Sachen Gleichstellung. Da kommen wir gleich nochmal im Einzelnen drauf. Frau Reichenig, als Opposition hat man es ein bisschen einfacher, zugegebenermaßen. Aber wenn Sie jetzt darauf schauen, was in den letzten beiden Jahren zumindest angepackt worden ist von der Ampel, sehen Sie da Fortschritte? Leider nicht so wirklich und ich würde mir wünschen, es sei anders. Aber ich fand ja auch den Anspruch des Koalitionsvertrages erstmal durchaus positiv. Aber so wirklich passiert ist seitdem nichts. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, um diese Lohnlücke zu schließen. Und das muss man natürlich unterscheiden. Wir haben einmal eine bereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die beträgt 7%. Also Frauen und Männer, die den exakt gleichen Job machen, bekommen trotzdem 7% unterschiedliches Gehalt. Da könnte man ein besseres Entgelttransparenzgesetz schaffen und vor allem ein Verbandsklagerecht ermöglichen, sodass die Gewerkschaften die Frauen besser unterstützen können, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Das wäre schon mal Schritt 1. Und dann haben wir ja die Lohnlücke von 18%, wo man strukturelle Faktoren mit einbeziehen muss. Also zum einen natürlich die große Frage nach Betreuungsstrukturen. Da könnte ich auch noch einiges zu erzählen. Aber zum Beispiel auch die Frage, wie sorgen wir denn dafür, dass Frauen bessere Löhne bekommen. Zum einen müssen wir den Mindestlohn erhöhen, weil Frauen oft in Jobs mit Mindestlohn arbeiten. Zum anderen müssen wir uns die Jobs anschauen, wo Frauen vor allem überrepräsentiert sind. Also Jobs, die im Bereich Pflege und Sorge liegen. Da könnten wir dafür sorgen, dass zum Beispiel Tarifbindungen einfacher allgemeinverbindlich erklärt werden. Das sind alles politische Hebel, an denen man ansetzen könnte, wo aber nichts passiert, weil ich glaube, da auch die FDP sehr massiv blockiert. Sprechen wir vielleicht genau ein Stichwort an, das im Koalitionsvertrag steht, das Frau Reichenegg angesprochen hat, Frau Jensen, das Entgelttransparenzgesetz. Das ist zugegebenermaßen bereits seit 2017 verabschiedet worden. Die Ampelkoalition hat sich das allerdings auch ganz konkret in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wir werden das Entgelttransparenzgesetz weiterentwickeln und die Durchsetzung stärken. Das heißt, sie haben sich durchaus vorgenommen, dieses Gesetz, da waren ja einmal große Hoffnungen mit verbunden, dass also Frauen ein Auskunftsrecht haben bei ihren Arbeitgebern, um zu erfahren, wie viel verdienen denn Männer in vergleichbarer Position und damit Lohnungerechtigkeit sozusagen besser auch verhandeln können und entgegentreten können. Da ist jetzt rausgekommen bei der ersten Evaluierung, nur vier Prozent haben überhaupt Auskunft gefragt sozusagen danach. Jetzt haben sie sich vorgenommen, da was zu bewegen. Frau Reichenegg hat es gesagt, das sagt übrigens auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, das Pferde Attermann, die FDP blockiert, wenn es um die Schärfung des Entgelttransparenzgesetzes geht. Was sind Ihre Pläne? Die Verhandlungen laufen gerade auch zwischen, vor allen Dingen aber auch zwischen Hubertus Heil, der Familienministerin, aber natürlich auch unseren Ressortministerinnen und Ministern. Ich möchte dennoch einen anderen Punkt ansprechen, wo ich glaube, wo man in kürzerer Zeit auch Erfolge feststellen kann. Wir haben die ganze Teilzeitfalle angesprochen, dass besonders Frauen in Teilzeit arbeiten. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ich will mich da gar nicht festlegen, woran es im individuellen Lebensverlauf liegt. Aber immer wieder stellt man fest, dass der Mangel an Betreuungsplätzen in Unter- und Ü3-Betreuungen dazu führt, dass wenn man abends am Tisch sitzt und überlegt, wer hat am Ende mehr auf dem Lohnzettel, dann diejenige Person zu Hause bleibt, die möglicherweise weniger verdient. Ich teile durchaus die Analyse. Ich glaube aber, wenn wir es schaffen, Betreuungsplätze so zu erhöhen in ganz Deutschland, dass Frauen, vor allen Dingen Frauen, die Möglichkeit haben, aus der Teilzeit sich individuell auch zu entscheiden, und zwar nicht mit Zwang, sondern individuell zu entscheiden, auch mehr zu arbeiten, am Ende für Altersarmut besser vorsorgen können, am Ende auch Möglichkeiten haben, eigenständiger zu sein, finanziell eigenständiger zu sein und vieles darauf, glaube ich, auch aufzubauen ist. Und ich möchte gerne auch in den nächsten Wochen und Monaten daran ansetzen. Ich würde trotzdem noch mal gerne, Sie haben jetzt Ihr Thema gemacht, ich würde gerne noch mal bei dem bleiben, beim Entgelttransparenzgesetz, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ganz konkret noch mal gefragt, was möchte die FDP dort durchsetzen, damit sozusagen dieses Gesetz auch besser ziehen kann und das zu mehr Lohnengleichheit führen kann? Das wird vor allen Dingen zwischen den Arbeits- und Sozialpolitikern verhandelt. Das ist ein Thema, in dem ich nicht mitverhandle. Deswegen habe ich gesagt, es findet gerade zwischen Familienministerin Paus zwar, aber vor allen Dingen auch Hubertus Heil statt. Und da erwarten wir durchaus auch noch die Rückmeldung der Familienministerin. Das Gespräch mit der Antidiskriminierungsbeauftragten, Frau Attermann, ist durchaus ein ausstehendes Projekt, was wir auch uns, glaube ich, noch mal vornehmen müssen. Und in dem Fall, würde ich sagen, nehmen wir das mit auf unsere To-Do-Liste, auch für die nächsten Wochen und Monate. Frau Reichenegg, Die Linke fordert, Sie haben persönlich das auch schon gesagt, beim Entgelttransparenzgesetz, dass die Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße, im Moment gibt es eine Betriebsgröße ab 200 Beschäftigten, müssen die Unternehmen sozusagen auch eine Dokumentationspflicht haben, müssen Auskunft geben. Sie sagen, Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße müssen sozusagen das transparent machen, wie viel Männer und Frauen verdienen. Jetzt sprechen wir alle von Bürokratieabbau, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen. Wie soll das leistbar sein für kleine Betriebe? Naja, ich hoffe, dass alle Betriebe wissen, wie viel die jeweiligen Mitarbeitenden verdienen und das einfach zusammenstellen können. Also ich glaube nicht, dass das jetzt... Es ist aber weitere Bürokratie, wenn dokumentiert werden muss, auch für kleine Betriebe. Natürlich, aber das sind ja Dokumente, die es schon gibt, also die man zusammenstellen muss. Und ich finde, in dem Moment wäre das mal eine Kleinigkeit an Bürokratie, die auch wirklich einen großen Nutzen bringen kann. Und wie gesagt, ich glaube, für viele kleine Unternehmen ist es gar nicht so das große Problem, diese verschiedenen Zahlen zusammenzustellen. Also da jetzt mit dem Argument Bürokratie zu kommen, da haben wir, glaube ich, ganz andere Bürokratieprobleme, die wir für kleine und mittlere Unternehmen erst mal lösen müssten. Wir wollen noch auf ein anderes Projekt schauen, was im Koalitionsvertrag steht und anscheinend jetzt erst mal nicht kommt, beziehungsweise es hängt fest. Das ist ein Vorhaben, die sogenannte Familienstaatzeit. Im Koalitionsvertrag heißt es, wir werden eine zweiwöchige vergütete Freistellung für Partnerinnen oder Partner nach der Geburt eines Kindes ermöglichen. Jetzt werfen sich gerade ihr Koalitionspartner, die Grünen und die FDP, sich gegenseitig Blockade vor. Der Entwurf ist in der Ressortabstimmung. Wie, sagen Sie, wie soll es da weitergehen? Wird dieses Projekt, was ja auch zu mehr Gleichstellung führen soll, denn es ermöglicht den Partnerinnen, die Mütter von Anfang an zu entlasten? Das Projekt steht im Koalitionsvertrag. Was sagt die FDP dazu? Also grundsätzlich immer Blockadehaltungen vorzuwerfen, kann ich einfach, also das ist kein Argument mehr. Wir müssen in den Koalitionsvertrag schauen und schauen, was wir noch bis zum Ende der Legislatur abarbeiten müssen, was dringlich ist, was wichtig ist und was weniger prioritär ist. Gehört die Familienstaatzeit dazu? Die Familienstaatzeit, auch der Transparenz halber, war ein Vorhaben, dass wir als Freie Demokraten auch mit aktiv in den Vertrag verhandelt haben. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass das die Initialzündung sein kann, um von Anfang an partnerschaftlich zu organisieren, wie man sich Familie und Erwerbsleben und alles weitere rundherum aufteilen kann. Wenn man jetzt aber zurück nach Meseberg auf die Klausur der Bundesregierung guckt, dann wurde da vereinbart, da war ich nicht dabei, dass man ein Belastungsmoratorium für Unternehmen vereinbart hat, also jegliche Mehrbelastung erstmal aussetzt. Und solange dieses Moratorium gilt, muss die Bundesregierung im Rahmen dieser Beschlüsse, die sie sich selber gegeben hat, wo auch Familienministerin Paus zugestimmt hat, agieren. Und am Ende priorisieren wir gerade, nicht zuletzt auch aufgrund der Haushaltslage. Wenn Frau Paus als Familienministerin und als Ressortverantwortliche aber einen Gesetzentwurf vorlegen kann, der für uns alle zustimmungsfähig ist, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht auch die Familienstaatzeit verabschieden können. Wenn Sie aber mich auch persönlich in dieser Zeit fragen, ist es prioritärer, sich um die von mir schon erwähnte Kinderbetreuung in sämtlichen Schichten zu kümmern, weil wir da ansetzen können, weil es einen längeren Zeitraum betrifft, in dem tatsächlich auch Partnerschaftlichkeit in Familie- und Berufsleben organisiert werden kann. Dass das nicht schön ist, gebe ich rundumwunden zu. Aber der Auftrag ist, verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen und zu entscheiden, wo die dringlichsten Notwendigkeiten und Probleme liegen. Und wenn das Kabinett sich beschließt, dass man in dem Fall über Steuergeld finanzieren, Familienstaatzeit auf den Weg bringen kann, dann muss Frau Paus den entsprechenden Vorschlag machen. Und das hat sie noch nicht getan. Es geht um die Finanzierung letztendlich dieser Familienstaatzeit. Frau Reichenich, haben Sie Hoffnung, dass das Ganze noch in dieser Legislatur umgesetzt wird? Nicht wirklich, weil auch das Argument, wir müssen uns um Kita- und Krippenbetreuung und so weiter kümmern, das ist total richtig, aber auch da macht die Koalition ja quasi nichts. Also wir haben jetzt das Qualitätsentwicklungsgesetz, das Kita-Qualitätsgesetz, das genauso ein großes Volumen hat wie das vorherige Gute-Kita-Gesetz, also zwei Milliarden circa bis drei Milliarden pro Jahr. Das ist nicht mehr als vorher. Wir haben eine Inflation, es wurde das Projekt der Sprach-Kitas gestrichen, das musste jetzt auch noch drunter laufen. Und wir haben Kita-Kosten, die jedes Jahr um zwei bis drei Milliarden steigen. Wir sind bei über 50 Milliarden gerade. Und ja, das ist eine Ländersache, das ist vollkommen klar, aber der Bund hat die Aufgabe, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Und der muss da auch viel massiver investieren, deswegen haben wir ja auch einen Kita-Gipfel gefordert, damit Kanzler Scholz da auch mal ein Machtwort spricht, weil dieses Thema ist so zentral, das stimme ich ja absolut zu, dass da auch mehr Mittel reinfließen müssen, weil wir sehen ja gerade, dass es daran immer wieder krankt. Es gibt tolle Initiativen vor Ort in den Kommunen, um Fachkräfte zu gewinnen, um Leute zum Quereinstieg zu bewegen, die auch entsprechend zu qualifizieren, weil das ist ganz besonders zentral, aber es scheitert dann an ein paar tausend Euro. Und da muss der Bund handeln und nicht immer nur sagen, wir haben kein Geld, weil das Geld wäre da. Wir haben das ja gesehen, wir können ja Sondervermögen machen, wenn wir das wollen. Wir könnten ja eine Vermögensteuer einführen, die würde auch den Ländern zugutekommen, die könnten das dann besser finanzieren. Also ich kann das wirklich nicht mehr hören. Das ist eine Prioritätenfrage. Und Kitas haben scheinbar keine Priorität in dieser Koalition. Wir können natürlich viel darüber sprechen, aber ich bleibe dabei, das ist natürlich auch, Sie haben es selbst gesagt, zum Teil auch Ländersache. Die Länder müssen da verpflichtet werden, auf jeden Fall mitzumachen, zum Teil des Bundes. Ich will abschließend nochmals zur Familienstaatzeit trotzdem noch mal nachfragen. Sie haben da ja auch durchaus Ideen. Die Linke hat in dieser Legislatur schon einen Antrag eingebracht und fordern eine 28-tägige Freistellung. Also nicht zwei Wochen, sondern 28 Tage. Da muss ich Sie auch fragen, wie soll das denn finanziert werden? Genauso wie ich auch die Kitas finanzieren möchte. Also ich sage noch mal, wir haben in diesem Land unglaublich hohe Vermögen, die wir an der Stärkung des Sozialstaates und an der öffentlichen Daseinsvorsorge beteiligen können. Und diese 28 Tage werden unglaublich vorteilhaft für Familien. Das ist unglaublich wichtig für die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern. Und das bringt uns auch langfristig ganz viele Vorteile und spart uns auch wieder Kosten. Weil wenn wir diese Bindung beispielsweise am Anfang nicht so stark fördern, dann kann das auch potenziell Nachteile haben. Dann kann das dazu führen, dass wir höhere Kosten im Gesundheitssystem haben und in anderen Bereichen. Und vor allen Dingen ist es ja einfach eine Frage, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen. Und ich finde, da sollten solche Fragen ganz vorne stehen. Vielleicht nur als Ergänzung. Es gibt ja auch jetzt schon Unternehmen, die ihrerseits diese Startzeiten, teilweise sind es auch sogar vier Wochen, die freigestellt werden, ihrerseits finanzieren. Ich finde, so etwas muss man vielleicht auch in der Debatte noch mit wertschätzen. Also dass auch dieser Vorteil, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen, definitiv dort gesehen wird. Das können sich nicht alle Unternehmen leisten. Aber da wird noch weiter debattiert werden, jetzt gleich im Plenum bei der vereinbarten Debatte. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie heute Morgen bei uns zum Gespräch waren. Und wir schauen ganz schnell in den Plen-A-Saal, der in die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas eröffnet, die Sitzung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 22, vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ekin Deligues. Guten Morgen, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht starke Frauen. Und starke Frauen brauchen ein verlässliches staatliches System, die gleiche Chancen im Alltag und in der Arbeitswelt ermöglicht. Und genau dafür setze ich meine Ministerin Lisa Paus derzeit in New York bei der 68. Frauenrechtskonvention ein. Ich weiß, dass einige Abgeordnete gerade frisch zurückgekommen sind aus New York. Und ich weiß, dass noch mehr NGOs vor Ort sind aus Deutschland, um sich genau dafür einzusetzen. Ihnen gebührt der Dank für Ihr Engagement und für Ihren Einsatz. Dieser Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Anlass zur Freude. Ein Anlass zur Freude, weil bereits unsere Mütter, unsere Großmütter, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, schon einiges für Frauen erreicht haben. Dieser Tag ist aber auch ein Appell. Der 8. März ist ein Appell an uns alle in der Politik, in der Gesellschaft. Denn unser Weg liegt noch vor uns. Und wir haben noch einiges zu verändern. Und ich will Ihnen da ein paar Beispiele daraus zeigen. Laut Lagebild des Bundeskriminalamtes wurden 2022 mehr als 150.000 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Ein neuer Höchststand. Alarmierend. Und damit dürfen wir uns auf keinen Fall abfinden. Der Bund hilft den Ländern und hat durch die investive Förderung in Frauenhäuser in den letzten Jahren bereits 349 neue Frauenhausplätze geschaffen. 418 bestehende Frauenplätze, Zugang und Ausstattung verbessert. Und wir setzen diese Arbeit auch weiterhin fort. Aber das reicht nicht. Wir wollen noch mehr. Wir wollen Ihnen ein Bundesgesetz vorlegen, um Frauenhäuser und Beratungsstellen besser abzusichern. Und es ist auch gut, dass die EU-Mitgliederstaaten erstmals Mindeststandards beschlossen haben, die wir auch hier in Deutschland umsetzen möchten. Das Kabinett hat erst vor kurzem ein Gesetz zur Gehsteigbelästigung beschlossen, damit Frauen, die vor einer sehr schwierigen Lebensfrage stehen, nämlich dem Schwangerschaftsabbruch, Zugang haben zur Beratung stellen. Zugang haben zur Unterstützung, zu Hilfe, zu Menschen, die an ihrer Seite stehen. Und dabei dürfen sie weder belästigt noch bedroht werden. Und fast zeitgleich mit dem Frauentag feiern wir, feiern ist zu viel, wir begehen den Equal Pay Day. Was heißt das? Dass in Deutschland immer noch Frauen 18 Prozent weniger verdienen im Durchschnitt, als die gleichen Einkommen bei den Männern es ist. Damit sind wir leider Schlusslicht in Europa. Und das müssen wir ernst nehmen. Und da gehören viele Maßnahmen dazu. Unter anderem auch, dass wir eine Reform der Steuerklassen angehen. Weil damit haben Frauen mehr Netto vom Brutto und Arbeiten lohnt sich für sie. Und das müssen wir unterstützen. Wir haben aber auch noch Hausaufgaben. Die Richtlinie zur Entgelttransparenz kommt nicht nur aus der EU, sondern es sollte unser Anspruch sein, dass Frauen besser verhandeln können, bessere Löhne und Gehälter auch herausschlagen können bei diesen Verhandlungen. Und auch wissen, was die anderen verdienen, damit sie diese Verhandlungsgrundlage haben. Und auch das wollen wir in Deutschland umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam kämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam für die Gleichstellung der Geschlechter einstehen. In allen Lebenslagen, in allen Situationen und geschlechterspezifischer Gewalt ein Ende setzen. Das sollte ein Mindestanspruch sein. Deutschland braucht starke Frauen. Den Auftakt zur Debatte, zur vereinbarten Debatte hier zum Internationalen Frauentag hat gemacht die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligös. Jetzt Dorothee Bär für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin. Eigentlich hätten wir diese Debatte zum Weltfrauentag schon vor drei Wochen führen sollen. Deswegen wäre normalerweise vor drei Wochen auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Die Debatte war angesetzt. Und dann wurde sie verschoben, weil es natürlich so viel Wichtigeres gab für diese Bundesregierung. Nämlich statt sich für Frauenrechte einzusetzen, mussten wir Cannabis legalisieren. Und ich finde, das zeigt natürlich schon ganz, ganz deutlich, was die Prioritätensetzung in dieser Bundesregierung ist. Und was sagt uns das? Man kann sich hier hinstellen, wir brauchen starke Frauen. Wobei, Frau Deligös, eigentlich sind wir da schon ein Stück weiter. Keiner sagt, wir brauchen starke Männer. Das ist eigentlich so 80er-Wording, was Sie heute hier gebracht haben. Aber was sagt uns das? Frauenrechte, Frauengesundheit, Frauenarmut, das sind die ganz drängenden Themen, die dringend angegangen werden müssen. Sie legalisieren eine Droge. Übrigens auch ein Schlag ins Gesicht von vielen Frauen, vor allem von Müttern, die Angst um ihre Kinder haben. Und das ist ihre Prioritätensetzung. Also, reine, eiskalte Klientelpolitik. Und wir priorisieren einfach anders. Uns geht es um den Schutz von Frauen vor Gewalt, um die Gleichstellung von Männern und Frauen, um die Sorgen von Müttern, um das Thema Chancengleichheit, damit wir es auch endlich schaffen, die Lohnlücke zu schließen. Und deswegen werden wir heute als Politikerinnen und Politiker der Union da wesentlich deutlicher als Sie. Und dass Sie jetzt sagen, naja, die Ministerin ist jetzt in New York, angeblich ist sie schon auch weiter auf dem Weg nach Washington. Nur Sie wussten das doch. Warum verschieben Sie die Debatte, wenn Sie wissen, dass die Ministerin überhaupt nicht da ist? Es passt doch auch alles überhaupt nicht zusammen. Also, von daher, sehr spannend. Was erleben wir momentan? Wir erleben, dass der Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung nicht vorankommt. Wir haben nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks mehr als 230 Millionen Mädchen und Frauen weltweit, die diese brutale Prozedur durchlaufen müssen, leider auch in Deutschland. Tendenz steigend. Viele erleben das vor dem fünften Geburtstag. Fakt ist, dass sexualisierte Gewalt in den Konflikten massiv zugenommen hat. Zur Stunde üben rund 50 Staaten und nichtstaatliche Akteure geschlechtsspezifische Gewalt aus. Auch Monate nach dem Massaker der Hamas in Israel erfahren wir immer neue Berichte über verstörende sexuelle Gewalttaten gegen Frauen und Männer. Und ich würde mir wirklich wünschen, und ich habe das schon öfter hier gesagt, und ich meine das auch ganz ernst, dass wirklich diese feministische Außenpolitik wirklich mehr mit Leben gefüllt wird. Und wenn wir uns anschauen, auch jetzt noch, der Blick ist ja jetzt weitergewandert in der Welt, finde ich schade, dass so wenig noch wieder über den Iran gesprochen wird. Wenn wir damals es noch stärker auch von Seiten der Bundesregierung hinbekommen hätten, dass Frau, Leben, Freiheit stärker als Momentum genutzt wird. Vielleicht wäre es gar nicht so zum 7. Oktober gekommen, wenn wir da wesentlich stärker vorangegangen wären, wenn die Revolutionsgarten viel härter angegangen wären. Und das sind keine rechtlichen Entscheidungen, sondern politische, und die sind einfach falsch an der Stelle. Und es geht nicht nur um die Frauen auf der ganzen Welt, es geht natürlich ganz besonders auch um die Frauen im eigenen Land. Es geht um die Frauen, die mitten unter uns, in unserer Gesellschaft, im familiären Raum, im öffentlichen Raum Gewalt erfahren. Und die Frauenhäuser sind hoffnungslos überfüllt. 6.800 Frauenhausplätze haben wir, 14.000 fehlen. 400 Frauenhäuser haben wir, doppelt so viele bräuchten wir. Und wir haben eine kleine Anfrage gestartet als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und was war die Antwort auf die kleine Anfrage von Staatssekretär Lehmann? Mit sage und schreibe 90 Millionen Euro hat er in den letzten drei Jahren 349 neu schaffen können von 21.000, die wir bräuchten. Auch das sind doch keine Zahlen, die Sie zufriedenstellen können. Das kann doch nicht das Niveau sein, was Sie erreichen wollen. Das kann mir doch überhaupt keiner erzählen. Aber dann hören wir von Ihnen immer, ja, wir laden doch zu Runden ein. Wir arbeiten an einer Strategie, das sagen Sie immer. Ja, genauso wie die Strategie gegen Menschenhandel, von der bis heute überhaupt noch nie jemand was gehört hat. Immer eine Vielzahl von Maßnahmen. Aber das Bundesinvestitionsförderprogramm Gemeinsam Gewalt gegen Frauen lädt, lässt Sie zum 31.12.2024, lassen Sie es auslaufen, aus Ende. Also das passt in Ihrer ganzen Politik den ganzen Tag nicht zusammen. Und das nebulöse Gewalthilfegesetz, da streuen Sie selektiv ein paar Eckpunkte, so nach dem Motto, ein paar Brotkrumen für die Opposition wird schon keiner genau nachfragen. Das ist doch keine stringente Frauenpolitik. Und das prangern wir wirklich an. Der Bund muss sich beim Ausbau der Hilfesysteme auch an den Kosten beteiligen. Und machen Sie es nicht, wie Sie es immer machen, dass Sie es wieder den Ländern hin kippen und sagen, die müssen alles machen. Ziehen Sie sich nicht mit den Tricks aus der Verantwortung. Handeln Sie endlich mal. Und ich würde mich freuen. Ja, ich hätte es Frau Paus gerne heute selber gesagt, wenn sie denn da gewesen wäre, dass wenigstens ein einziges Mal zu spüren wäre, dass sie bei einem einzigen Projekt, bei einem Thema wirklich dahinter steht. Das geht nicht nur uns so, das geht Bürgerinnen und Bürgern so. Weil jedes Mal heißt es, kennen wir überhaupt nicht diese Bundesfamilienministerin. Das ist schade. Das geht Journalisten so. Das geht Kolleginnen und Kollegen so. Ein Projekt. Und ich würde mich auch freuen, einmal hier stehen zu können und zu sagen, da haben Sie auch mal was gut gemacht. Ich ärgere mich auch, dass ich dauernd schimpfen muss. Machen Sie einmal ein Projekt richtig, dann würden wir Sie auch mal loben, wenn was vorangeht. So klappt das nicht mit den Frauen. Und deswegen sage ich Ihnen auch an Sie, Frau Staatssekretärin, wir brauchen nicht nur starke Frauen, wie Sie meinen, sondern wir brauchen Frauen, die auch mal was in die Umsetzung bekommen. Ganz herzlichen Dank. Das Familienministerium war ja vertreten mit der parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz. Allerdings auf der Regierungsbank fast das gesamte Kabinett. Hubertus Heil, Sie sehen es hier, Marco Buschmann, Annalena Baerbock, Nancy Faeser, der Bundesfinanzminister ist da, Christian Lindner, Robert Habeck, Boris Pistorius. Das kann ich gar nicht alle aufzählen. Also sehr augenfällig und auffällig, dass heute Morgen fast das gesamte Kabinett hier auf der Regierungsbank sitzt. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und das besonders in einer Zeit, in der von Rechtsextremen in Deutschland vorgeschlagen wird, junge Frauen könnten zur Abgabe von Eizellen verpflichtet werden, um die Demokratie zu stabilisieren. Und in einer Zeit, in der von der AfD hier im Deutschen Bundestag gefordert wird, Gleichstellung gänzlich abzuschaffen. Oder einzelne AfD-Mitglieder Dinge von sich geben wie Ein Land, das jeden reinlässt, wird genauso geachtet wie eine Frau, die jeden ranlässt. In dieser Zeit brauchen wir diese Debatte heute hier umso mehr. Denn das, was Frauenrechtsbewegungen, die vielen Kämpferinnen und Vorreiterinnen erreicht haben, setzen wir nicht aufs Spiel. Das, was erreicht wurde, verteidigen wir gegen Rechts bis zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Frauen frei, sicher und selbstbestimmt leben können. Dafür gehen Frauen von Saarbrücken bis New York am 8. März auf die Straße. Das ist eine weltweite Bewegung, die deutlich macht, Die Gleichstellung der Geschlechter ist kein Nice-to-have, sondern ein Must-have für eine gerechte und demokratische Gesellschaft. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass, was Frauen zu sagen haben, genauso viel wert ist wie die Forderung eines Mannes. Dass Geschlecht bei Gehaltsverhandlungen keine Rolle spielt. Dass Frauen sich nicht entscheiden müssen zwischen Kind und Karriere. Dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen können. Und dass Frauen gleich viel mitentscheiden können. Unsere Gesellschaft ist stark und stabil, wenn Frauen und Männer sie gemeinsam gestalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch die Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, endlich konsequent umsetzen. Frauen in Deutschland müssen spüren, dass ihr Leben durch unsere Politik für sie besser wird. Wir brauchen einen spürbaren Gleichstellungscheck, der zeigt, wie Gesetze auf Frauen wirken. Wir brauchen endlich die Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes. Es kann ja nicht sein, dass wir jedes Jahr hier stehen und immer nur die Lohnlücke bedauern. Und wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten, mehr Frauen in der Politik. Wir brauchen ihre Lebensrealitäten. Wir brauchen ihre Erfahrungen und ihre Stimmen. Deswegen brauchen wir Paritätsgesetze von der Kommune bis in den Bund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, vorgestern saß ich noch mit meinen Kolleginnen in New York bei der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen. Links und rechts neben mir hunderte Frauen aus aller Welt. Mit ihnen auch hunderte unterschiedliche Perspektiven. Aber egal, ob in Amerika, in Afrika oder in Europa, eine Sache ist gleich. Frauenrechte fallen nirgends vom Himmel. Sie müssen erkämpft, sie müssen erhalten und sie müssen ausgebaut werden. Wir dürfen nicht müde werden, die Momente der Ungerechtigkeit und Ungleichheit beim Namen zu nennen. Wir müssen immer wieder bestehende Strukturen hinterfragen und immer wieder neue Wege gehen, um echte Gleichstellung zu erreichen. Dieser Weg ist nicht leicht, aber er ist es wert. Denn wenn wir in Gleichstellung investieren, investieren wir auch in unseren Zusammenhalt, in unsere Demokratie und in den Frieden weltweit. Dafür werden ich und meine Fraktion weiterkämpfen, auf allen Ebenen, heute und an jedem Tag. Getreu dem Motto, Frauen wollen Menschenrechte und keine rechten Menschen. Vielen Dank. Das Entgelttransparentgesetz gibt es eigentlich seit 2017. Es ist auch schon mal nachgeschaut worden, was es gebracht hat. Und da ist rausgekommen, nur vier Prozent der Beschäftigten haben überhaupt von ihren Arbeitgebern Ausruf verlangt, wie viel vergleichbare Arbeitnehmer das anderen Geschlechts verdienen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn im Bundestag über den Weltfrauentag debattiert wird, fällt eines jedes Jahr besonders auf. Die, die sich stets lauthals als Vertreter der Interessen von Frauen aufspielen, sind in der Regel die Ersten, die diese Interessen verraten. So haben mittlerweile 46 Prozent der Frauen in Deutschland Angst davor, vergewaltigt zu werden. Und sie, sie importieren und importieren und importieren Millionen junge Männer aus patriarchalischen Kulturen, obwohl diese überproportional häufig Vergewaltigungstäter sind. Nicht-Deutsche machen zwar nur 15 Prozent der Bevölkerung aus, sind aber für 50 Prozent der Gruppenvergewaltigungen verantwortlich. Am Weltfrauentag könnten sie den Frauen einen Gefallen tun. Schieben sie jeden Ausländer ab, der sich an Frauen vergeht, und zwar sofort. Dazu passt, mehr als die Hälfte der Frauen glaubt, dass Deutschland für sie immer unsicherer wird. Ängste, die berechtigt sind. Und diese Ängste gehen aufs Konto ihrer Migrationspolitik. Deutschland wurde zu einem Multikulti-Versuchslabor transformiert, in dem Frauen leider immer öfter freiwillig sind. Und die häufig praktizierte Kuscheljustiz ist für diese Ängste mitverantwortlich. In Hamburg wurde ein 15-jähriges Mädchen Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Von den neun verurteilten Tätern, übrigens alles Migranten, muss nur einer hinter Gitter. Für Meinungsdelikte wandert man mittlerweile in den Knast. Für Gruppenvergewaltigungen kommt man mit Bewährung davon. Und das alles im angeblich besten Deutschland, das es je gab, das ist unfassbar. Wie sollen sich Frauen hier sicher fühlen? Hören Sie einfach auf, die wirklichen Probleme der Frauen zu ignorieren. Und fangen Sie an, den Frauen zuzuhören. Denn Frauen wollen keine Märchen über Multikulti als Bereicherung hören. Frauen wollen kein Gender-Unsinn-Links-Voker-Ideologen. Frauen wollen nicht zu belächelten Quotenfrauen herabgewürdigt werden. Und Frauen brauchen auch keine staatliche Bevormundung über ihre persönliche Lebensgestaltung. Deshalb ist es von der Politik hochgradig verantwortungslos, Frauen einzureden. Sie fänd ihr persönliches Glück hauptsächlich und vorwiegend in beruflicher Selbstverwirklichung. Das zwanghafte Streben danach endet oft in einem ungewollten Dasein als Einzelwesen ohne familiäre Bindung. Ehe, Familie und Kinder. Das ist das, was Frauen und Männer neben dem beruflichen Erfolg glücklich macht. Statistisch betrachtet möchten nur 10 Prozent der Frauen kinderlos bleiben. 40 Prozent der Frauen wünschen sich zwei Kinder und fast genauso viele mindestens drei Kinder. Setzen wir also am Weltfrauentag alles daran, viel mehr berufstätige Frauen wieder glücklich zu machen. Und setzen wir dort an, wo uns das gelingt. Fördern wir Ehe und Familien, fördern wir Kinder und fördern wir die Wahlfreiheit von Frauen, zum Beispiel durch steuerliche Entlastung wie dem Familiensplitting. Denn natürlich wollen viele Frauen beruflich erfolgreich sein, aber Frauen wollen auch Frauen sein. Mit Familie, mit Kindern, ganz klassisch, ganz traditionell. Also lassen Sie unsere Frauen einfach Frauen bleiben. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Nicole Bauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 8. März haben wir den Weltfrauentag gefeiert. Ein Tag, der dazu aufruft, die unglaubliche Stärke, die historische Errungenschaften und den unermüdlichen Einsatz der Frauen zu würdigen. Ob Mutter, Großmutter, Fachkraft, Ärztin oder Geschäftsführerin, Frauen sind Alltagsheldinnen und Vorbilder. Es ist wichtig, sie zu stärken und ihnen alle Chancen zu ermöglichen. Das hat gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Vorteile. Frauen sind Inspirationsquellen für neue unternehmerische Initiativen und treibende Kräfte für wirtschaftliche Fortschritte. Frauen, meine Damen und Herren, Frauen sind die Architektinnen des Wandels. Und auch mit dem Mut der Selbstständigkeit prägen sie den Markt und setzen neue Impulse. Sie schaffen Arbeitsplätze, bringen Perspektiven und belebende Wirtschaft. Frauen bringen neben ihrem Wissen und Können auch eine besondere Sensibilität und Empathie in die Führungsrollen ein. Sie setzen auf Kooperation statt Konfrontation, auf Ermächtigung statt auf Unterdrückung. Diese Art der Führung fördert ein positives Arbeitsumfeld, schafft Innovation und Kreativität, meine Damen und Herren. Und all das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, klingt doch eigentlich wunderbar. Aber woran liegt es denn, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer? Woran liegt es denn, dass Frauen weniger in den hohen Geschäftspositionen in großen Unternehmen vertreten sind? Die Nobelpreisträgerin Claudia Goldin beschrieb den Hintergrund dieser Gruft ganz klar. Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen im gleichen Beruf entstehen mit der Geburt des ersten Kindes. Und über alles, was nach der Geburt folgt, wissen wir, den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen die Frauen in unserem Land. Und genau deshalb setzen wir als FDP darauf, qualitativ hochwertige und bezahlbare Kinderbetreuung flächendeckend auszubauen. Zeitgemäße Arbeitszeitmodelle auf den Weg zu bringen, flexible Arbeitszeiten, Top- und Jobsharing zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und eine fairere Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit. Und da möchte ich ein ganz besonderes Herzensanliegen meinerseits noch einmal erwähnen, dem Mutterschutz für Selbstständige. Es kann nicht sein, dass Frauen von der Selbstständigkeit ferngehalten werden, weil sie keinen Mutterschutz bekommen. All das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, sind doch Entlastungen in der Rushhour des Lebens unserer Frauen. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz klar zurufen, nicht das Geschlecht ist entscheidend über den Erfolg, sondern das Talent und die Leidenschaft. Wir wollen Freiheit, gleiche Chancen und Möglichkeiten schaffen, damit Frauen ihr volles Potenzial verwirklichen können, in allen Lebenslagen. Und ich werde nicht müde, an jeder Stelle erneut zu sagen, Frauenpolitik ist echte Wirtschaftspolitik. Das sagt Nicole Bauer für die FDP-Fraktion, die frauenpolitische Sprecherin. Und jetzt hören wir für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen die Parteivorsitzende Ricarda Lang. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte meine Rede zum 8. März damit beginnen, Danke zu sagen. Denn auch wenn wir an so einem Tag oft darauf schauen, was in der Zukunft noch fehlt, und auch wenn wir wenig darauf schauen, was in der Vergangenheit schon erreicht wurde, und auch wenn manche Generation der Politik, auch meine, immer das Gefühl hat, dass das Rad gerade neu erfunden wird, wenn man sich einen Film wie zum Beispiel die Unbeugsam anschaut, dann wird dann noch mal sehr bewusst, wie viele Freiheiten meine Generation bereits erkämpft bekommen hat, welche Hürden wir nicht mehr überwinden wurden, was für uns bereits durchgesetzt wird. Nichts davon wurde uns Frauen geschenkt. Alles davon wurde erkämpft. Und deshalb will ich sagen, Rita Süssmuth, Hildegard Hambrücher, Renate Schmidt oder Petra Kelly, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen und dafür bin ich unfassbar dankbar. Aber gerade weil uns nichts geschenkt wurde und weil wir das erkämpft haben, muss es auch weiter verteidigt werden. Sie müssen gar nicht so viel reinrufen, das ist schlecht für den Blutdruck. Vor allem wissen wir aber auch so schon, wofür Ihre Partei eigentlich steht. Denn ja, viele Frauen in diesem Land fühlen sich unsicher, weil sie wissen, dass hier im Deutschen Bundestag eine Partei steht, die die Uhr zurückdrehen will. Die will Frauen zurück an den Wert, Frauen als Gebärmaschine. Aber ich kann Ihnen eines versprechen, die Frauen in diesem Land werden sich von Ihnen ihre hart erkämpften Rechte nicht wegnehmen lassen. Und weil es hart erkämpft wurde, ist es aber auch ein Auftrag für die Zukunft. Denn ja, es gibt noch vieles zu tun. Und dabei würde ich vorschlagen, dass wir uns alle gemeinsam nicht von Ablenkungsdebatten ablenken lassen, sei es über manchen Sprachgebrauch oder sei es über Cannabis, was anscheinend das Hauptthema ist beim Frauentag, sondern dass wir uns auf das fokussieren, worum es im Wesentlichen tatsächlich geht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine gerechte Aufteilung von Sorgearbeit, keine Altersarmut von Frauen, eine gute Daseinsvorsorge. Im Zentrum geht es bei der Gleichberechtigung um Fragen der Gerechtigkeit. Und bei dieser Gerechtigkeit, da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Der Gender Pay Gap wurde schon angesprochen. 18 Prozent. Und ja, jetzt kann man sagen, das ist ja nur der Unbereinigte. Aber ich finde, 6 Prozent akute Lohndiskriminierung schon genug. Und vor allem ist es ein Problem, wenn gerade in Jobs, wo viele Frauen arbeiten, es schlechtere Löhne gibt, weniger Tarifbindung. Das heißt, das müssen wir angehen, diese Fragen der Gerechtigkeit. Entgelttransparenzgesetz, mehr Tarif und ein Tarifbreuegesetz, ein gemeinsamer Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen, dann Kita-Ausbau für mehr Kita-Plätze. Und das sind Fragen der Gleichberechtigung. Aber wem das als Argument noch nicht genügt, das sind auch Fragen der wirtschaftlichen Vernunft. Die Bertelsmann-Studie hat gezeigt, wir haben in Deutschland 850.000 Vollzeitequivalente, wenn Frauen so viel arbeiten könnten, wie sie wollen. Nicht, wie ich mir es wünsche, sondern wie Sie es wollen. Das heißt, Gleichberechtigung und eine feministische Politik ist eines der besten Instrumente gegen den Fachkräftemangel. Und ich möchte zum Ende einmal sagen, wir erleben gerade so etwas wie das Ende vom Ende der Geschichte. Die Frage, wie sich Demokratien eigentlich in dieser Welt, in einer Welt der Unordnung, nach innen, aber auch nach außen verteidigen können. Und dabei geht es immer auch um Fragen von Freiheit und Emanzipation. Denn die autoritären Herrscher dieser Welt, sie hassen Frauenrechte, sie hassen den Kampf um die Emanzipation. Und das ist auch etwas, was uns als Demokratien von autoritären Regimen unterscheidet. Deshalb ist für mich klar, es bleibt dabei, Frauenrechte sind und werden immer der Gradmesse für Demokratie sein und genau als solche verteidigen müssen. Vielen Dank. Herr Ricarda Lang war das, die Parteivorsitzende der Bündnisgrünen. Rahmenbedingungen, ganz konkret auch hier in Deutschland, kann die Politik durchaus setzen, auch wenn Familien und Unternehmen selbst dann für Gleichberechtigung, für mehr Gleichberechtigung, für mehr Gleichstellung sorgen können. Aber die Rahmenbedingungen kann die Politik durchaus setzen. Silvia Breher für die Union. Guten Morgen, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese vereinbarte Debatte rund um den Weltfrauentag, bedeutet aber auch jedes Jahr wieder auf all die Herausforderungen und auf all die Schicksale von Frauen in der Welt hinzuweisen. Und man könnte ja meinen, ist denn mal irgendein Thema abgeräumt? Nein, das ist es eben nicht. Und wenn ich nachlese, worüber wir gerade vor einem Jahr insbesondere in so vielen Reden gesprochen haben, dann waren das die Frauen in Afghanistan und die Frauen im Iran. Darüber spricht heute leider niemand mehr. Auch die Öffentlichkeit so gut wie selten. Und das ist so normal im Verlauf der Geschichte. Dinge sind katastrophal. Kurz und dann kommt das neueste große Drama. Aber all die großen Themen, die bleiben, die müssen wir im Blick behalten. Und jedes Jahr wieder über all die Herausforderungen für Frauen hier bei uns und in der Welt debattieren. Und hier bei uns, ich habe mal Google gefragt und Weltfrauentag eingegeben, der Top-Treffer ist Feiertag in Berlin. Da war ich schon dankbar, dass es nicht Geschenke und Blumen waren. Denn es kommen natürlich auch noch andere Begriffe wie Equal Pay Day, Partnerschaftsgewalt, Gleichstellung der Geschlechter, Chancengleichheit, Frauenrechte sind Menschenrechte. All das, was wir schon gehört haben und heute noch öfter hören werden. Nicht kommt allerdings starke Frauen, Frau Dilligus. Ich glaube, diese Unterscheidung brauchen wir nicht mehr. Frauen sind stark, und zwar alle. Welcher Begriff in dieser Aufzählung aber völlig fehlt, sind Männer oder Väter. Der Weltfrauentag, die Durchsetzung der Gleichstellung, der Gleichberechtigung der Geschlechter, sollte und liegt vor allem aber auch im Interesse der Männer. Denn sie profitieren davon mindestens genauso wie die Frauen. 86 Prozent der Väter mit Kindern im Vorschulalter finden. In Unternehmen sollte es für Väter genauso akzeptiert sein wie für Mütter, für Care-Arbeit ihre Erwerbsarbeit zu reduzieren. Aber doch, das Rollenbild ist nach wie vor ein völlig anderes. Männer werden schnell und vor allen Dingen an ihrer beruflichen Position gemessen. Alles andere wird ihnen als Schwäche ausgelegt. Wenn wir aber jedes Jahr über den Equal Pay Day sprechen, wenn wir jedes Jahr den Gender-Care-Gap, die Mehrarbeit für Frauen aufzeigen, und wenn gleichzeitig jede zweite Frau in Deutschland nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen kann, während jedes Unternehmen händeringend Fachkräfte sucht, dann dürfen wir bei der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht immer nur in Gedanken die Vereinbarkeit für die Mütter im Blick haben. Dann müssen wir auch die Väter mitdenken. Und dafür brauchen wir neue Debatten, neue Angebote der Unternehmen, aber auch neue politische Lösungen. Wir brauchen Angebote an Eltern, an beide Elternteile, für eine gerechtere Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit. Und das nicht nur in den ersten zwei Wochen nach der Geburt und nicht nur im ersten Jahr nach der Geburt. Wir brauchen flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch Konzepte, die den gesamten Lebenslauf von Familien in den Blick nehmen. Und zwar nicht ideologisch so oder so, sondern flexibel und dynamisch nach dem Wunsch und nach den Bedürfnissen der Familien. Und dadurch die Verschiebung dieser Debatte auf die heutige Sitzungswoche, die Ministerin ja entschuldigt ist, habe ich mal in der Rede der Ministerin des letzten Jahres nachgesehen. Sie hat gesagt, wenn alle Frauen mit Kindern unter sechs Jahren so viel arbeiten könnten, wie sie wollen, dann hätten wir auf einen Schlag 840.000 Arbeitskräfte mehr. Und dann hat die Ministerin aufgezählt, was an Maßnahmen dafür nötig ist. Und genau diese Maßnahmen hat die Kollegin Lang gerade auch wiederholt. Ich zähle jetzt mal die Maßnahmen auf und mache mal einen Haken dran, ob wir was erreicht haben. Wir investieren in die Betreuungsinfrastruktur Kita. Das stimmt nicht. Kein einziges Investitionsprogramm. Wir investieren in die Qualität in Kita. Jede Menge Bundesprogramme sind gestoppt worden, sprach Kita-Fachkräfte-Offensive-Kita-Staat. Die gute Kita ist in ein Kita-Qualitätsgesetz weiterentwickelt worden. Aber ob es 25 und 26 das Geld noch gibt, ist fraglich. Die Eltern-Staat-Zeit liegt nicht vor. Das Entgelttransparenzgesetz verbessern, heute mehrfach gefallen, liegt nicht vor. Wagniskapital für Gründerinnen haben wir nicht. Den Gleichstellungscheck für alle Gesetze haben wir nicht. All das sind Maßnahmen. Die Ministerin hat es im vergangenen Jahr angekündigt. Unterm Strich steht leider nichts. Die Bilanz des Bundesfamilienministeriums des vergangenen Jahres laut der Rede der Ministerin ist nothing, gar nichts null. Sie sind nicht einen Millimeter weitergekommen. Und das aus Ihrer Koalition, wo wir so viel erwartet hätten, ist es total enttäuschend. Es herrscht gleichstellungspolitischer Stillstand im Bundesfamilienministerium. Und das ist für mich die eigentliche Botschaft des heutigen Tages. Es ist einfach traurig. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Ariane Fescher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen in den Reihen und auf den Rängen, indem wir das, was wir erreichen, schlecht reden, Frau Breher, indem wir immer wieder darauf fokussieren, dass alles katastrophal wirkt, kommen wir keinen Schritt weiter. Wir würden uns konstruktive Unterstützung wünschen. Und zur AfD möchte ich sagen, Wahlfreiheit für Frauen in der Lebensgestaltung setzt strukturelle Gleichberechtigung voraus. Sonst klappt das nämlich nicht. 400.000 Arbeitskräfte fehlen in Deutschland. Das ist eine Binsenweisheit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zeigt, dass durch angemessene Aufteilung der Sorgearbeit, durch paritätische Arbeitszeitmodelle und eine bessere Betreuungsinfrastruktur dem Arbeitsmarkt sogar 900.000 Fachkräfte Vollzeitequivalente ganz kurzfristig zur Verfügung stehen könnten. Aber wir vernachlässigen dieses Potenzial noch. McKinsey belegt, dass gemischte Teams effizienter sind, auch aufgrund kultureller Diversität. Was sind also die Umsetzungshemmnisse, wenn Gleichberechtigung doch wirtschaftlich vernünftig ist? Iris Bonnett zeigt in What Works, dass tiefsitzende, unterbewusste Vorurteile und Zuschreibungen sogar objektivierte Personalauswahlverfahren unterwandern. Unsere Einstellungen zu Frauen, zu anderen Kulturen, zu Menschen mit Beeinträchtigungen bestimmen also die Personalauswahl viel mehr als die tatsächlichen Kompetenzen der Personen. Eindrucksvoll belegt ist das in der Musik. Namhafte Orchester waren vor Jahren ausschließlich von weißen, männlichen Musikern besetzt. Vorspiele erbrachten stets die deutlich überlegende Qualität dieser Musiker von männlichen Bewerbern. Aber als man anfing, Vorspiele hinter Vorhängen zu absolvieren, also ohne die Person sehen zu können, änderte sich das dramatisch. Jetzt sind 40 Prozent Frauen in diesen Orchestern, und sie sind auch deutlich internationaler geworden. In den Köpfen ist Ungleichheit fest verankert. Veränderte Verfahren könnten uns also, wie beim Vorhangbeispiel, die kosten auch nicht viel, zum Umdenken motivieren. Sie würden uns helfen, Tiefverankertes besser zu überlisten. Es reicht also nicht, dass wir Gleichheit im Grundgesetz festgeschrieben haben. Es braucht konkrete Ziele und Regeln für Gleichstellung und Diversität, um unsere unterbewussten Tricks auszutricksen. Die wollen uns nämlich nur helfen, unsere Welt kontrollierbar zu halten. Der Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen mit einer Frau an der Spitze liegt aktuell bei 15,8 Prozent, 4 Prozent weniger als 22. Wo Frauen führen, dann sind sie aber meistens Gründerinnen. Wohingegen in DAX-Unternehmen sich der Anteil der Frauen seit Einführung der Frauenquote von 7,3 auf 23,5 Prozent erhöht hat. Die geteilte Elternzeit führt dazu, dass Männer eher Sorgearbeit übernehmen. In Schweden ist geteilte Elternzeit Pflicht. Das führt zu einer Umkehrung der Interpretation. Hier machen Männer, die weniger Elternzeit nehmen, auch weniger Karriere, weil sie als sozial inkompatibel gelten. Wenn also tatsächlich nicht die Vernunft uns steuert, sollten wir klug genug sein, unsere volkswirtschaftlichen Potenziale einer gerechten Gesellschaft durch entsprechende Regelwerke zu erschließen. Spoiler! Auch Männer sind zufriedener, gesünder, erfolgreicher, wenn sie nicht die Last des Versorgers und des Gesellschaftsgestaltes allein auf ihren Schultern tragen. Wir können uns stundenlang darüber unterhalten, dass in diesem System die Schwächeren untergebuttert werden. Das nützt ja nichts. Wir müssen was dagegen tun, hat Regine Hildebrandt gesagt. Recht hat sie. Machen wir. Alleine die Aufhebung des Ehegattensplittings wird positive Anreize für eine ausgewogene Beschäftigungsquote setzen, den Gender-Pay-Gap verringern, weniger Altersarmut bedingen und die häusliche Gewalt vermindern. Denn das alleine kostet 54 Milliarden Euro jedes Jahr. Wenn man im selben Boot sitzt, ist es schlicht blöd, in verschiedene Richtungen zu rudern. Gleichstellung ist ein Gewinnerthema für alle. Punkt. Ariane Fischer war das für die Sozialdemokraten. Und jetzt hören wir für die AfD-Fraktion die Abgeordnete Nicole Höchst. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere friedlosen Zeiten brauchen eine Mutter, die die Menschheitsfamilie wieder eint, sagte Papst Franziskus in seiner Predigt zum Hochfest der Gottesmutter Maria am Neujahrstag im Petersdom. Das gestaltet sich schwierig. Die Angriffe auf Frauen erfolgen in unserer Zeit leider auf so vielen Ebenen. Eine gottlose Zeitgeistgesellschaft zwingt Frauen in die Erwerbstätigkeit. Sie werden mit Altersarmut erpresst. Der Zeitgeist korrumpiert Frauen zu Wesen, die die Gnade ihrer Fähigkeit, Leben schenken zu können, Familie und Gesellschaft zu einen, Frieden und Liebe zu stiften, in sich töten. Damit werden Frauen zunehmend von ihrem natürlichen Wesenskern entfremdet, in der Mutterrolle überhaupt erst Erfüllung zu suchen. Ein Menschheitsskandal. Die Frau wird in ihrem sinnstiftenden Sehnen nach Identität als Mutter infrage gestellt. Viele Frauen bleibt die Mutterrolle aber auch grundsätzlich verwehrt. Das ist sehr traurig. Der Gesellschaft fehlt mütterliche Güte, bedingungslose Liebe, Fürsorge, Geduld, Lebensmut und Opferbereitschaft. Diese urweiblichen Wesenszüge werden ins Erwerbsleben gezwungen und dort gewinnorientiert ausgebeutet. Unter meinen persönlichen Heldinnen sind viele große Frauen, vor allem die Trümmerfrauen. Sie haben sich als fleißige Namenlose über ihr Leid erhoben und mit viel Liebe, Fleiß, Schweiß, Blut und Tränen etwas wieder aufgebaut, was größer ist, als sie selbst es waren. Unsere Heimat, Deutschland. Heute sind es die vielen namenlosen Frauen, die mit ihren Leistungen im Alltag unsere Gemeinschaft zusammenhalten. Sie werden von vielen als Selbstverständlichkeit angesehen, obwohl sie Großartiges leisten. Ich danke zum Weltfrauentag, ganz besonders meiner Mutter und allen Müttern, die zu allen Zeiten ihre Kinder und damit die Zukunft sicherten, pflegten, nährten, kleideten, erzogen und im besten Fall auch mehr liebten als sich selbst. Frauen waren immer sichtbar und einzigartig, egal für welches Leben sie sich entschieden haben. Ihre Freiheit, ihre Sicherheit, ihre Lebensleistung und ihre einzigartige Gabe müssen respektiert, geehrt und bewahrt bleiben. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr dankbar, bei dieser wichtigen Debatte heute mitzuwirken. Mir ist es wichtig, bei dieser Gelegenheit vor allem an jene Frauen zu erinnern, die sich weltweit für Frieden, Freiheit und Demokratie einsetzen. Vor einigen Wochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich eine junge Frau kennengelernt, die bei Demonstrationen im Iran durch die barbarische Vorgehensweise der Sicherheitskräfte ein Auge verloren hatte. Diese mutige Frau sagte mir, dass sie eines Tages, sie habe zwar ein Auge verloren, aber dass sie eines Tages mit dem anderen Auge den Sieg der Freiheit sehen wird. Und sie sagte, dass der Kampf für die Freiheit, für Menschenrechte, für Bürgerrechte und für die Demokratie bis zum Untergang der Diktatur weitergehen wird. Das ist beeindruckend und das ist heute kein Einzelfall im Iran. Herr Gierserei, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Lötzsch? Ich habe ja noch nicht mal mit der Rede angefangen. Sie hat sich gemeldet, Sie müssen nicht. Bitte. Ja, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage beziehungsweise Bemerkung zulassen. Und ich finde es auch sehr gut, dass Sie hier als Mann in dieser Debatte das Wort ergreifen, denn über alle Gesetze, auch über Gesetze, die ausschließlich Frauen betreffen, stimmen ja auch Männer hier im Bundestag mit ab. Das wäre ja auch eine Frage, die man mal diskutieren könnte. Ich will aber, da Ihre Redezeit ja kurz ist, schon an dieser Stelle die Frage stellen, ob Sie wahrgenommen haben, dass in unserem Nachbarland Frankreich das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen wurde. Und da Ihre Partei ja auch den Justizminister stellt, würden Sie diese Position unterstützen? Liebe Frau Kollegin, normalerweise hat man ja auf jede Frage eine Antwort, aber es gibt Fragen, die einem fassungslos zurücklassen. Ich bin hier nach vorne gekommen, ich bin hier hingekommen, um bewusst bei dieser Debatte über ein wichtiges Thema zu reden, nämlich über die Rolle der Frau vor allem im Nahen und Mittleren Osten. Denn dort werden Frauen unterdrückt. Und dort kämpfen Frauen, dort nehmen es Frauen im Kauf, ins Gefängnis zu gehen, gefoltert zu werden, sogar ermordet zu werden. Und Sie stehen an dieser Stelle auf und stellen diese blöde Frage, ich meine das mit sehr viel Respekt, und diese Frage, setzen Sie sich hin und schämen Sie sich für diese Frage. Ich meine das mit sehr viel Respekt, Frau. Meine Damen und Herren, Millionen Menschen kämpfen heute im Iran für ein freies Leben und für ein freies Land. Die politischen Machthaber der Islamischen Republik haben heute mehr Angst vor der Frauenbewegung als vor ihren innen- und außenpolitischen Gegnern. Über die Unterdrückung der Frau kontrolliert dieses Regime seit 1979 die gesamte Gesellschaft. Wenn es einen großen Wandel im Iran oder im Nahen und Mittleren Osten geben sollte, dann wird er auf die mutigen Frauen zurückgehen, die seit Jahrzehnten für gesellschaftliche und politische Veränderungen kämpfen. Diese Frauen stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen. Die Menschen im Iran wollen heute nicht die Reform der Islamischen Republik, sondern ihre komplette Abschaffung. Für dieses Ziel nehmen vor allem junge Frauen im Kauf, ins Gefängnis zu gehen, gefoltert zu werden, ja sogar vom Regime ermordet zu werden. Es waren zunächst Frauen, die vor knapp zweieinhalb Jahren nach der Ermordung von Gina Massa Amini für ein Ende des verbrecherischen Mullah-Regimes auf die Straße gegangen sind. Frauen, die ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit riskiert haben und weiterhin riskieren, um für die Freiheit zu demonstrieren. Genau das sind auch unsere Werte, meine Damen und Herren. Und wir dürfen diese Frauen niemals vergessen. Diese Frauen haben unsere volle Solidarität und Unterstützung. Die Mörder von Gina Massa Amini, die Folterer und die Verbrecher des Regimes, die weiterhin massenhaft eklatante Menschenrechtsverletzungen begehen, die werden im heutigen Iran nicht zur Rechenschaft gezogen. Daher müssen diese Leute für ihre Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen international zur Verantwortung und zur Rechenschaft gezogen werden, meine Damen und Herren. Bürgerrechte, Menschenrechte, Freiheit und Demokratie, für diese Werte haben viele Frauen im Iran alles riskiert. Diese Frauen dürfen wir niemals vergessen. Ihre Werte sind auch unsere Werte und Ihre Revolution ist auch unsere Revolution. Meine Damen und Herren, Freiheit ist weiblich. Oder wie die Kernaussage der Revolution lautet, Frau, Leben, Freiheit, San, Sendegi, Ausadi. Vielen Dank. Dafür bekommt Bidjan Djezeray Applaus aus den Ampelfraktionen, auch aus der Unionsfraktionen hier für sein Abschließendwort, für seinen Redebeitrag. Denise Lup für die Fraktion Bündnis 90 Grün und die Nächste am Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer vielfältigen Demokratie gehört, dass alle Menschen ihre Meinung frei äußern können, frei von Angst vor Gewalt. Für Frauen und queere Menschen ist die Realität oft eine andere. Ein Drittel aller jungen Frauen erfährt Hass und Gewalt im Netz. Offline sind sie Belästigungen und Angriffen ausgesetzt. Dies hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Betroffenen, sondern bedroht auch unsere Demokratie. Denn Gewalt und Hass führen zu einem Rückzug von Frauen aus dem politischen Diskurs. Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Unsere Demokratie muss sich daran messen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts gleichberechtigt teilhaben. Frauenrechte sind keine Selbstverständlichkeit. Sie wurden und werden erkämpft, und wir müssen sie verteidigen. Wir sehen momentan weltweit, wie autoritäre Regierungen die Rechte von Frauen einschränken. Und selbst in Deutschland sehen wir, dass antifeministische Positionen immer stärker werden. Das zeigt sich in der Debatte um körperliche Selbstbestimmung, in der Mobilisierung gegen eine angebliche Genderideologie und leider auch in den steigenden Zahlen zu häuslicher Gewalt. Auch das gefährdet unsere Demokratie. Und wir stellen uns diesen rückwärtsgerichteten Tendenzen entschlossen entgegen. Wir stärken die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten und das Familienpflegezeitgesetz. Wir sorgen endlich für eine rechtliche Gleichstellung von lesbischen Eltern durch ein reformiertes Abstammungsrecht. Und wir werden entschieden gegen Gewalt an Frauen durch die vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention vorgehen. Frau Kollegin, ich habe Ihre Redezeit angehalten, weil ich kurz diesen Tumult, der sich da in den Reihen abspielte, aufhalten wollte. Vielen Dank. Ich bitte jetzt noch mal, vielleicht klären Sie das noch mal bilateral, dass der Kollege vorhin unparlamentarisch war. Das habe ich ihm von hier vorne gesagt, auch wenn er sich schnell entschuldigt hat. Das ist so. Aber jetzt, glaube ich, kommen wir wieder zur Debatte zurück. Und die Kollegin hat das Wort. Vielen Dank. Mit all diesen Maßnahmen kämpfen wir gleichzeitig für die Rechte von Frauen und queeren Menschen, für mehr Gleichberechtigte und damit letztendlich für unsere Demokratie. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass Frauenhass die demokratische Debatte vergiftet und die Rechte von Frauen einschränkt. Deswegen bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam für eine vielfältige und offene Demokratie streiten und uns für gelebte Gleichberechtigung einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Annette Wiedmann-Mauz. Und sie ist unter anderem die Vorsitzende der Frauenunion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Weg zur Gleichberechtigung und politische Teilhabe von Frauen ist nicht blumig. Er ist dornig. Für viele ist er gefährlich, ja sogar lebensgefährlich. Julia Nawalnaja, Svetlana Tichanowska, Maria Kolevsnikova, sie alle stehen beispielhaft für die Stimmgewalt und die unerschütterliche Entschlossenheit vieler mutiger Frauen weltweit, die Autokraten, Narzissten und Diktatoren die Stirn bieten. Religiöse Fundamentalisten, rückwärtsgewandte Gruppiererinnen, rechtsextreme Parteien, sie wollen die Errungenschaften der Aufklärung zurückdrehen. Emanzipation, Gleichstellung, sie sehen es als Widerspruch zu einer vermeintlich natürlichen Ordnung. Sie fühlen sich in ihrer Vorstellung von Männlichkeit infrage gestellt. Hass, Hetze, Verächtlichmachung und Einschüchterung, sie sind mittlerweile zu einem Mittel geworden, um Gleichberechtigung und politische Teilhabe von Frauen zurückzudrängen. Und wir alle in der demokratischen Mitte diesen Hause bekommen, diesen Hass und diese Hetze immer wieder als Frauen zu spüren. Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus rechtfertigen für diese Gruppen brutalste Gewalt bis hin zu Femiziden. Doch Antifeminismus eint insbesondere auch Rechtsextreme. Wir haben das heute Morgen wieder gehört. Und dem, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir in Deutschland ganz entschieden entgegentreten. Frauenfeindliche Straftaten müssen wir als solche erkennen, benennen und sie müssen auch konsequent verfolgt und bestraft werden. Und beim Thema Rechtsextremismus können wir gleich bei uns hier im Hohen Haus anfangen. Den Rechtsextremisten als Mitarbeiter von Abgeordneten haben hier überhaupt nichts zu suchen. In Kriegen und bewaffneten Konflikten erdulden Frauen und Kinder unsägliches Leid. Aber nicht nur durch Bomben, Flucht, Vertreibung, Hunger und Not. Die perfide Strategie zum Beispiel des islamischen Staates gegen die Jesidinnen, des iranischen Regimes und der Revolutionsgarten, Putins in der Ukraine, Chinas gegen die Uiguren oder der Hamas in Israel. Es folgt immer demselben Muster. Systematische, brutalste Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen. Sie werden als Waffe im Krieg und zur systematischen Unterdrückung und Machtausübung in totalitären Systemen eingesetzt. Und sie finden leider immer mehr Nachahmer, solange wir dem nicht entschlossen und wirksamen Einhalt gebieten. Und meine sehr verehrten Kollegen, es erschüttert mich immer wieder, wenn auch hier im Parlament, manchmal von ganz rechts oder von ganz hinten links, Empathie, wenn überhaupt, für die Lage dieser Frauen höchst selektiv aufgebracht wird. Und das ist unerträglich. Aber schütternd ist auch, wie lange und wie zögerlich selbst die Vereinten Nationen und die UN-Frauenorganisation gebraucht hat, bis sie zum Beispiel die brutalen Vergewaltigungen durch die Hamas in Israel anerkannt und verurteilt hat. Diese Vergewaltiger, Geißelnehmer, Kriegsverbrecher und ihre Auftraggeber müssen vor den internationalen Gerichtshöfen zur Rechenschaft gezogen werden. Dazu muss sexualisierte Gewalt auch vor deutschen Gerichten als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt werden. Die Rollentaten der Hamas dürfen aber nicht den Blick auf die humanitäre Katastrophe und das Leid von Frauen und Kindern in Gaza verstellen. Deshalb, wir brauchen mehr Zugänge und auch die Luftbrücke mit deutscher Beteiligung zur Lieferung von Hilfsgütern. Aber lassen Sie mich eines auch ganz deutlich sagen. Wir haben seit einem Jahr Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Die Wirklichkeit ist ernüchternd. Denn warum bietet die Außenministerin zwar Lavrov die Stirn, bleibt beim iranischen Mullah-Regime aber schweigsam? Warum dürfen treffende Regierungen mit iranischen Aktivistinnen wie zum Beispiel Masih Alinejad nicht veröffentlicht werden? Warum stehen die Revolutionsgarten immer noch nicht auf der Terrorliste? Und warum ist Deutschland noch immer der größte Handelspartner in der Europäischen Union mit zum Teil Wachstumsraten bis zu 12 Prozent mit dem Iran? Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist an dieser Frauenpolitik feministisch? Millionen von Frauen in dieser Welt brauchen wirksame Hilfe. Sie warten auf Antworten von uns. Enttäuschen wir sie bitte nicht. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, ist gerade eine Kurzintervention von dem Kollegen Lux beantragt worden. Sie haben das Wort. Danke schön für diese Möglichkeit, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin Wittmann-Mautz, in Ihrer wirklich sehr guten, empathischen Rede, von der wir alle hier sehr viel unterschreiben können, haben Sie allerdings auch angesprochen, die Außenministerin sei zu still beim Iran. Ihre Kollegin Dorothee Bär hat in der ersten Rede heute gesagt, diese Woche sei nicht die richtige Woche für die Debatte zum Internationalen Frauentag. Ich finde, diese Woche, in der bei den Vereinten Nationen das Ergebnis des Fact-Findings-Mechanismus zum Iran vorgelegt wird, weil die deutsche Außenministerin dafür gekämpft hat, ist genau die richtige Woche für eine Debatte zum Internationalen Frauentag. Es war nicht die französische Außenministerin, nicht der amerikanische Außenminister, nicht das britische Außenministerium, das diesen Dokumentationsmechanismus bei den Vereinten Nationen durchgesetzt hat, übrigens lange vor dem 7. Oktober, Frau Bär. Es war die deutsche Außenministerin und das zeigt, wo 16 Jahre lang die Union Appeasement gemacht hat, Überwachungskameras exportiert hat, sind wir, ist diese Bundesregierung, ist diese Außenministerin gegen das Regime im Iran in den internationalen Institutionen aufgestanden. Denken Sie an die Zeit. Wir werden es weiter tun, weil es so wichtig ist, für die Frauen im Iran zu kämpfen. Die Außenministerin hat, wie Sie der Presse entnehmen können. Herr Lux, es handelt sich um eine Kurzintervention. Geben Sie mir noch einen Satz. Ich möchte nämlich eine Sache wissen. Ich möchte die Kollegin zu einer Sache einladen. Die Außenministerin steht, wie Sie der Presse entnehmen können, gegen die Blockade von Herrn Borrell auf. Ich möchte Sie bitten, Frau Wittmann-Mautz, seien Sie genauso aktiv gegenüber den Kollegen in Ihrer Schwesterpartei EVP, die teilweise wirksame Sanktionen gegen dieses Regime blockieren. Dankeschön. Herr Kollege Lux, zunächst einmal ist es gut, wenn man den Kolleginnen zuhört. Meine Kollegin Dorothee Bär hat nicht den Zeitpunkt der Debatte infrage gestellt. Aber es ist doch schon spannend, dass weder die Bundesfrauenministerin an der heutigen Debatte teilnehmen, obwohl der Wunsch extra geäußert wurde, die Debatte auf diesen Tag zu legen. Sie kompensieren das mit anderen Ministern, aber es erklärt trotzdem nicht, warum sie heute nicht da ist. Der Bundeskanzler hat gestern gefehlt, er frägt heute wieder. Lassen Sie mich einen zweiten Aspekt aufgreifen. Ich habe nicht gesagt, dass die Bundesaußenministerin sich überhaupt nicht für Frauen einsetzt. Aber wenn man Leitlinien definiert und sie in einer ganzen Breite definiert, aber auf einem Auge, insbesondere, wenn es um den Iran geht, Ihre Betroffenheit und Reaktion zeigt es ja einmal mehr, dass Sie hier einen wirklich wunden Punkt haben. Und Sie werden auch dafür von der Zivilgesellschaft, von den Frauenaktivistinnen, von den Frauen im Iran, von den Exil-Iranerinnen hier in Deutschland massiv kritisiert, dass Sie nicht den Mut haben, an dieser Stelle dem Mullah-Egime klar entgegenzutreten, dass Sie die notwendigen Maßnahmen treffen. Die Hisbollah steht auch auf der Terrorliste. Ich kann nur sagen, der Iran und die Revolution garten ohne Sie. Und Sie wissen es, wäre der Krieg in Gaza nicht möglich gewesen. Und Sie bleiben tatenlos an dieser Stelle. Wir unterstützen Sie in jeder Frage, wenn es darum geht, hier voranzuschreiten. Und im Übrigen auf der Grundlage von Beschlüssen der Vereinten Nationen, die die Bundeskanzlerin Angela Merkel nämlich in den Vereinten Nationen die Grundlage dafür geschaffen hat, Sie wissen ganz genau, woher die Resolutionen Frieden, Freiheit und Sicherheit für Frauen stammen. Nicht aus der Regierungszeit der Ampel, sondern lange vorher. Also lassen Sie uns gemeinsam diese Punkte angehen. Aber nicht mit Scheuklappen, insbesondere wenn es um den Iran geht. Also nach meinem Wissen ist die Frauen- oder die Familienministerin bei der UN-Frauenkonferenz heute. Und das wissen auch alle Fraktionen. Ich will es nur einmal noch mal sagen. Bevor wir uns weiter darüber aufregen, Sie ist offiziell entschuldigt. Das wollte ich damit nur einmal noch mal kundtun. Für die, die es vielleicht bisher nicht gewusst haben. Jetzt hat das Wort für die SPD-Fraktion Derja Türk-Nachbauer. Damit wissen jetzt auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo die Bundesfamilienministerin ist, weil das verschiedentlich ja schon angesprochen wurde, warum sie heute an dieser Debatte nicht teilnimmt. Liebe Demokratinnen, ich freue mich sehr, dass das Kabinett heute, die Ministerin ist in New York, haben wir gehört, aber dass das Kabinett so großartig bei dieser wichtigen Debatte da ist. Vielen Dank dafür. Es ist ein Schlachtfeld, für das man keine Panzer braucht, keine Kalaschnikows, keine Granaten, keine Minen, nicht einmal Geld. Ein Schlachtfeld, auf dem perfide Kriegshandlungen auch ohne Bomben schlimmste Schäden, Narben und Krater hinterlassen. Ein Schlachtfeld, das Hunderttausenden Frauen das Leben genommen hat, ohne sie getötet zu haben. Das Schlachtfeld ist der Körper einer Frau. Es ist kein Phänomen, kein Neues. Nicht nur in der Antike oder im Zweiten Weltkrieg wurde sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt. Wir reden hier nicht von einem Phänomen aus längst vergangenen und sehr dunklen Zeiten. Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe soll das angegriffene Volk demütigen, demoralisieren und die Gesellschaft zerstören. Eine Gesellschaft, die noch nicht mal ihre Frauen schützen kann, die sich nicht dagegen wehren kann, dass ihre Frauen von ihren Feinden geschwängert werden und dazu gezwungen wird, die Kinder ihrer Peiniger zu gebären. Solch eine Gesellschaft wird gebrochen. Und darum geht es. Das ist der widerwärtige, perfide Plan hinter sexueller Gewalt als Kriegswaffe. Und es ist gerade mal 30 Jahre her, dass diese abscheuliche Waffe mitten in Europa auf brutalste Weise im Bosnienkrieg benutzt wurde. Bosnisch-serbische Truppen vergewaltigten bosniakische Frauen. Man geht von 20.000 bis 50.000 betroffenen Frauen aus. Genaue Zahlen gibt es nicht. Und als das Abkommen von Dayton unterzeichnet wurde, um den Krieg zu beenden, saßen, oh Wunder, keine Frauen am Tisch. Wie bei vielen anderen Friedensverhandlungen auch. Und die Betroffenen, die an den Folgen des Krieges am meisten litten, hatte man nicht bedacht. Und dabei ist es erwiesen, dass Friedensabkommen deutlich nachhaltiger sind, wenn Frauen eben mitverhandeln dürfen. Im Juni 2008 setzte die UN endlich ein klares Zeichen gegen Gewalt. Vergewaltigung im Kontext bewaffneter Konflikte gelten seither endlich als Kriegsverbrechen. Die Grausamkeiten in Bosnien waren der Auslöser zu diesem Schritt. Und seitdem ist es eine gemeinsame Aufgabe aller in Kriegsregionen, Beweise für derartige Verbrechen zu dokumentieren und vor allem zu sichern. Dokumentiert werden auch mit unserer Hilfe die Gräueltaten des IS, die tausende Esidinnen und Esiden gefoltert, vergewaltigt und versklavt haben. Der Völkermord an dieser Minderheit jährt sich im August zum zehnten Mal. Und seit einer Dekade erleiden die Opfer dieser Unmenschlichkeit die Hölle auf Erden. Nach wie vor sind noch Tausende dieser Frauen in den Händen ihrer Peiniger. Auf den Märkten wurden diese Mädchen und Frauen zum Verkauf angeboten. Zwischen 10 und 100 Dollar zahlte man pro Frau, pro Mädchen. Ein Mädchen erzählt, dass sie zehn bis zwölf Mal verkauft worden ist. Der einzige Weg aus dieser Hölle war für viele Frauen der Freitod. Der Versuch der ethnischen Säuberung führt über den Körper der Frau. Das haben wir in Ruanda erfahren. Das sehen wir in der Ukraine. Das haben die Hamas-Terroristen auf bestialische Art am 7. Oktober in Israel gezeigt. Wir erleben das im Iran, in Afghanistan, im Sudan und auf ganz perfide Weise in Xinjiang, wo Zwangssterilisationen der ulgurischen Frauen an der Tagesordnung stehen. Nicht nur heute, sondern jeden Tag ist unsere internationale Solidarität gefragt. Wir wollen diese Peiniger hinter Gittern sehen. Wir fordern Gerechtigkeit. Gerechtigkeit entsteht nicht aus natürlicher Evolution. Gerechtigkeit muss mühsam erkämpft werden. Und Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts, sagte Simone de Beauvoir. Und wir wollen was. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Als Nächste hat das Wort für die FDP-Fraktion Gide Jensen. Sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Staatssekretärin! Als sich die zweite internationale Konferenz der Kommunistinnen im Juni 1921 erstmals auf den Internationalen Frauentag verständigte, da stand ein Ziel im Vordergrund. Der Kampf für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Frauen weltweit. Und auch wenn die Ziele und die Forderungen der sozialistischen und der bürgerlichen Frauenbewegungen dann über die nächsten Jahrzehnte sehr weit auch auseinander gehen sollten, so waren sie dennoch zu Kompromissen durchaus auch in der Lage. Und dieser gemeinsame Kampf der damaligen Zeit hatte auch einen ersten Erfolg, nämlich als die UN-Vollversammlung den 8. März dann offiziell als weltweiten Tag der Rechte der Frau und für den Weltfrieden anerkannte. Und seit 103 Jahren erinnern wir, streiten wir, kämpfen wir für unsere Rechte. Doch statt weiter miteinander für Frauenrechte zu streiten, streiten Frauen heute, so nehme ich das zumindest wahr, auch immer mal wieder miteinander übereinander. Und spätestens mit dem Streit zwischen den feministischen Zeitschriften Emma und dem Missy-Magazin 2017, vielleicht erinnern Sie sich, erleben wir einen Ringen um feministische Deutungshoheit, Unversöhnliche Fronten, das Absprechen persönlicher Perspektiven, das bewusste Ignorieren von Realitäten, haben dabei durchaus die Fähigkeit zur Kompromissfindung mindestens erschwert. Viele moderne Feministinnen scheinen heute sogar manchmal über jeglichen Zweifel erhaben zu sein. Und deswegen möchte ich den Blick einmal auf diese Debatte richten, die aktuelle Debatte um die EU-Gewaltschutzrichtlinie gezeigt. Es gab erhebliche juristische Zweifel von Bundesjustizminister Buschmann, vom französischen Justizminister Dupont-Moretti, vom juristischen Dienst des Rates, von vielen Staatsrechtlern. Und sie wurden als reine Blockade, als Kalkül und, Zitat, als absolute Spitze eines Machtgefälles gescholten. Die Emma hat sogar gefragt, was hat Buschmann gegen Frauen? Und ich möchte kurz erklären, worum es eigentlich in dieser Frage ging. Es ging um eine unterschiedliche Rechtsauffassung zu der Frage, ob die EU mit einem Vorstoß zu einer Harmonisierung des Vergewaltigungstatbestands in Artikel 5 dieser Richtlinie gegen EU-Recht verstößt. Und ich habe dann im Rahmen dieser Frage auch mit vielen Aktivistinnen gesprochen und möchte sinngemäß einen Satz zitieren, der mich doch auch ein bisschen schockiert zurückließ. Und zwar im Zweifel müssen wir es darauf ankommen lassen, ob das Vorgehen und diese Richtlinie in Karlsruhe scheitert. Und dieses schiere Desinteresse und leichtfertigere Ignorieren von verfassungsrechtlichen Bedenken, finde ich, wird dem aktivistischen, auch dem aktivistischen Auftrag, Frauenrechte zu verteidigen, überhaupt nicht gerecht. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Resolution 1325, die verteidigen wir mit dem Rechtsstaat. Die verteidigen wir, indem wir Recht sprechen und auslegen. Und deswegen bin ich Marco Buschmann sehr dankbar dafür, dass er in Europa dafür gesorgt hat, dass am Ende die EU-Gewaltschutzrichtlinie durchgebracht wurde, weil man verhandelt hat. Und daran muss sich heute auch ein moderner Feminismus messen lassen, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit unterschiedlichen feministischen Strömungen dafür zu arbeiten, dass Frauenrechte weltweit verteidigt werden mit dem Rechtsstaat. So ziehen wir Täter zur Verantwortung weltweit. Und so sorgen wir dafür, dass Frauenrechte auch weltweit, auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten verteidigt werden können. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Heidi Reichenegg. Und Heidi Reichenegg ist ja die Co-Vorsitzende zusammen mit Sören Pellmann für die Gruppe Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen und vor allem liebe Frauen, was haben wir doch für ein Glück. Letzte Woche zum 8. März gab es Blumen und heute erfreut uns der Bundestag mit einer vereinbarten Debatte zum Frauentag. Nach dieser Debatte passiert übrigens exakt nichts. Aber es ist ja schön, dass wir mal wieder über die Situation der Frauen in Deutschland geredet haben. Dabei stehen im Koalitionsvertrag ein paar gute Forderungen, liebe KollegInnen. Aber den Wurten müssten dann langsam auch mal Taten folgen. Denn was sind denn die Fakten? Erstens, Frauen verdienen Deutschland 18 Prozent weniger als Männer. Diese Lohnlinke hat mehrere Gründe. Aber besonders zentral ist die ungleiche Verteilung von Pflege- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. Sie wollten das Elterngeld vereinfachen und erhöhen und die Familienstartzeit einführen. Wir warten bis heute. Und statt Kitas auszubauen und massiv in Fachkräftegewinnung zu investieren, macht die Ampel einfach weiter wie bisher. Die Probleme sind nicht über Nacht entstanden, das ist klar. Aber jetzt sind Sie an der Verantwortung, liebe KollegInnen. Als Linke haben wir deswegen ein Kita-Gipfel gefordert und ein umfassendes Konzept vorgelegt, um den Kita-Kollaps zu verhindern. Also hören Sie auf, sich wegzuducken und handeln Sie endlich. Zweitens. In Deutschland fehlen 14.000 Frauenhausplätze. Das weiß hier jede und jeder. Aber wissen Sie auch, dass Frauen, die ohne Hab und gut vor Gewalt in ein Frauenhaus flühen müssen, für diesen Schutz teilweise selbst noch bezahlen? Das muss man sich mal vorstellen. Man will als Frau Partnerschaftsgewalt entkommen, die eigenen Kinder schützen. Und dann heißt es Geld her. Das ist doch ein absoluter Skandal. Und Sie wollten das ändern und die Finanzierung von Frauenhäusern bundeseinheitlich regeln. Dafür gibt es bisher nicht mal einen Vorschlag. Dabei kostet Gewalt gegen Frauen den Staat jedes Jahr 54 Milliarden Euro an Folgekosten, im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder durch Arbeitsausfall. Der Ausbau des Gewaltschutzsystems würde nur 1,6 Milliarden Euro kosten und vor allem viel Leid verhindern. Setzen Sie doch endlich, wie versprochen, die Istanbul-Konvention um und finanzieren Sie Prävention, Beratungsstellen und Frauenhäuser. Und drittens. Verhütung ist Frauensache und ziemlich teuer. Frauen kümmern sich um Verhütung. Frauen leiden unter den Nebenwirkungen und Frauen zahlen. Die Ampel hat versprochen, Verhütungsmittel erstattungsfähig zu machen, für Geringverdienende sogar kostenlos. Auch hier bewegt sich nichts. Deswegen haben gerade auch 36 Verbände an dieses Versprechen erinnert. Also worauf warten Sie noch? Und ja, wahrscheinlich sagen Sie mir, Sie würden das ja alles gerne machen. Aber es gibt kein Geld. Ich sage Ihnen eins. Was der Staat in diesen Bereichen einspart, wird trotzdem gezahlt. Und zwar von den betroffenen Frauen. Also danke für die Blumen. Aber endlich gute Politik für Frauen von der Ampelkoalition würde uns deutlich mehr helfen. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Awet Tess Fahjesus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne meine Zeit dazu nutzen, eine neue Perspektive dazu zu führen. Ich würde Ihnen gerne von meinen Erfahrungen, 15 Jahre Rechtsanwältin, berichten. Von den Richtern, die mich für Dolmetscherin hielten, obwohl ich mit Robe vor Ihnen stand. Von den überraschten Gesichtern der Mandanten, als Sie verstanden, dass Ihre Rechtsanwältin schwarz ist. Von den Postboten, die meinten, meine weiße Angestellte sei meine Chefin. All diesen Personen ist gemein, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass eine schwarze Frau eine Rechtsanwältin ist. Ich erzähle Ihnen das, weil das die Botschaft ist, die jedem kleinen Kind in diesem Land, jedem kleinen Mädchen, das nicht dem Stereotypen eines deutschen Mädchen entspricht, immer wieder vermittelt wird. Unsere Gesellschaft hat es noch nicht geschafft, alle Frauen in ihrer Vielfalt zu sehen. Wir müssen erkennen, dass Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nicht in einem Vakuum existiert. Die Kämpfe gegen Sexismus, Rassismus, Klassismus, alle Formen der Diskriminierung sind natürlich miteinander verwoben. Perspektiven, die uns leiten müssen, sind Intersektionalität. Das ist kein bloßes Schlagwort. Wir brauchen es, um eine echte, inklusivere und gerechtere Gesellschaft für alle Frauen aufzubauen. Unser Weltfrauentag ist ein Frauentag, der die komplexen Schichten der Diskriminierung und damit jede Frau sieht. Frei nach Oddly Rod. Keine Frau ist frei, solange nicht alle Frauen frei sind. Vielen Dank. Herr Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir machen mal thematisch einen ganz anderen Schlenker. Wer kennt sie nicht? Unsere Bauernweisheiten. Melkt die Bäuerin, die Kühe hat der Bauer keine Mühe. Diese Weisheit zeigt schon mal, es geht nicht ohne Frauen, ganz besonders im ländlichen Raum. Umso erstaunlicher ist es, dass das Wirken der Frauen in der Landwirtschaft und auch im Handwerk so gut wie unsichtbar ist. Während mehr als ein Drittel der Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft Frauen sind, werden landwirtschaftliche Betriebe von fast 90 Prozent der Männern geführt. Im landwirtschaftlichen Betrieben gelten Frauen häufig als mithelfende Angehörige. Sie arbeiten in Bereichen wie Buchhaltung, Direktvermarktung, Tourismus, führen körperlich anstrengende Arbeiten auf dem Hof durch und leisten dazu noch Fürsorgearbeit in der nachfolgenden Generation und in der älteren Generation. Eigentlich schmeißen sie den ganzen Laden. Es wundert nicht, dass in der Landwirtschaft tätige Frauen häufiger als in anderen Berufsbranchen an Überlastung ganz still leiden. Wenn es den Landwirtinnen dann wirklich, wirklich schlecht geht oder sie ihren Partner, den Betriebsinhaber, verlieren, oft fällt dann erst auf, wie mangelhaft ihre soziale Absicherung ist. Ich erinnere an die Studie der Landfrauen, die wir auch schon debattiert haben. Aber es sind die unternehmerischen Tätigkeiten der Frauen, die die ländlichen Räume beleben, Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln, positives Marketing auf den Höfen betreiben, häufig neben ihrem ausgeprägten ehrenamtlichen Engagement. Sie sind in jedem Falle systemrelevant, vor allem im ländlichen Raum. Und trotzdem ist die Lebenssituation von Frauen in der Landwirtschaft heute immer noch von Ungleichheit und Zugangsbarrieren aufgrund sehr alter Rollenbilder geprägt. Und wenn es hier schon um tradierte Rollenbilder geht, sollten wir auch einen Blick auf die im Handwerk beschäftigten Frauen werfen. Denn ihr Anteil liegt, kaum zu glauben, nur etwa bei 10 Prozent. Wir reden hier gerade von der Hälfte der Bevölkerung, wollte ich nur mal sagen. Und es überrascht nicht, dass die meisten Frauen in kreativen Handwerksberufen beschäftigt sind und kaum in gewerblich-technischen. Immerhin gibt es viele Bemühungen vom Handwerk, um Frauen mehr in Tätigkeiten zu bekommen, die außerhalb der klassischen Rollenbilder liegen, sei es Praxistage, Zukunftstage, Mentoringprogramme und Förderung von Mädchen in MINT-Berufen. In der Landwirtschaft fehlen diese Programme fast gänzlich. Denn sie wirken. Während im Handwerk fast jede vierte Frau ein Unternehmen führt, wenn auch eher im kreativen Bereich, liegt der Anteil der Unternehmensführung in der Landwirtschaft nur bei 11 Prozent. Und nur zur Erinnerung noch mal, es ist die Hälfte der Bevölkerung auch im ländlichen Bereich. Und auch im Jahre 2024 fällt die Bilanz, wie schon Jahre vorher, im Internationalen Weltfrauentag für Frauen im ländlichen Raum nicht so doll aus. Es ist systemrelevant in der Landwirtschaft, im Handwerk, aber trotzdem ist es eine absolute Minderheit, obwohl sie sehr einen großen Bereich der Tätigkeit dort haben. Frauen müssen vor allem auf dem Lande sichtbarer werden. Denn sie sind die starken Kräfte in der Entwicklung unserer ländlichen Räume, über die wir ja auch immer hier reden. Eine geschlechtergerechte Absicherung, mehr Beratung und Aufklärung, eine gerechte Aufteilung der Fürsorgearbeit auch dort und eine Unterstützung von selbstständigen Frauen sind die Aufgaben, denen wir uns als Politik, aber auch ganz besonders die landwirtschaftlichen Verbände und Institutionen endlich mehr annehmen müssen. Wir gehen diesen Schritt für gleiche Rechte und Chancen für die Frauen in der Landwirtschaft, im Handwerk und in weiteren grünen Berufen, damit ihr Wirken überall sichtbar wird. Denn wir wollen nicht nur den halben Kuchen, wir wollen die halbe Bäckerei. Sie sagt Susanne Mittag hier für die SPD-Fraktion. Und ja, diese vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag bietet eben auch ein weites Feld, ganz verschiedene Themen anzusprechen, die das Thema Frauenpolitik und Gleichstellung anbelangen. Sehr vielfältig. Anne Jansen für die Union jetzt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Woche hatte ich die Ehre, an der 68. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York teilzunehmen. Und wie auch in den letzten beiden Jahren vertrat ich da nicht allein nur meine Fraktion, sondern mit meinen Kolleginnen gemeinsam Deutschland als Teil der Vereinten Nationen. Und als Vertreterin eines der reichsten und fortschrittlichsten Mitgliedstaaten habe ich mich in diesem Jahr gefragt, mit welcher Haltung und mit welcher Position wir vor Ort in den Austausch treten werden. Denn verglichen mit anderen Mitgliedstaaten befinden wir uns zurzeit leider oft in der Rolle, gute Ratschläge geben zu wollen. Aber meine Vorrednerinnen haben deutlich gemacht, auch unsere Bundesregierung hat ihre Hausaufgaben längst nicht vollständig erledigt. Die Frauenrechtskommission widmet sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig der Beschleunigung der Gleichstellung der Geschlechter und Teilhabe aller Frauen durch Armutsbekämpfung, sowie durch die geschlechtergerechte Stärkung von Institutionen und Finanzpolitik. Und die Beratungen zeigen, die Bekämpfung von Frauenarmut ist keine Kostenfrage. Es sind institutionelle und strukturelle Gegebenheiten, die über die ökonomische Selbstbestimmung der Frauen entscheiden. Armut, und das wissen wir, hat immer noch ein weibliches Gesicht. Und der schlechtere Zugang zu Bildung und politischer Teilhabe begrenzen die wirtschaftlichen und persönlichen Freiheiten von Frauen um ein Vielfaches. Durch die so entstehende Abhängigkeit ist auch die Flucht aus der häuslichen Gewalt nicht möglich. Und in Deutschland stieg die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt im Jahr 2022 um 8,5 Prozent. Offenbar aber zu wenig, um das von uns auf den Weg gebrachte Bundesförderprogramm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen fortzuführen oder die Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag, wie den Ausbau von Hilfesystemen für gewaltbetroffene Frauen oder den einheitlichen Rechtsrahmen für Frauenhäuser umzusetzen. Das ist sehr bedauerlich. Und ich frage mich außerdem, wann die angekündigten Initiativen zur Unterstützung Alleinerziehender zu erwarten sind. Denn Alleinerziehende haben in unserer Gesellschaft unter allen Haushaltstypen das höchste Armutsrisiko. Und jede fünfte Familie hat nur einen Elternteil. Und Sie werden sich schon denken können, in 85 Prozent der Fälle sind es eben die Frauen, die sich überwiegend oder ausschließlich dann um diese Kinder kümmern. Und während Jungen und Mädchen in Deutschland von Geburt an noch die gleichen Chancen haben, so kann eine Mutterschaft das auf einmal völlig ändern. Und wir haben schon vor zwei Jahren einen Antrag in einem Antrag auf dieses offensichtliche Problem hingewiesen. Der gesetzgeberische Bedarf ist also da. Handeln Sie bitte. Zum Schluss möchte ich noch einen Appell an Sie alle richten. In der letzten Sitzungswoche haben wir von der Union einen Antrag zur Beendigung von menschenunwürdigen Zuständen in der Prostitution in den Deutschen Bundestag eingebracht. Und in den letzten Tagen habe ich immer wieder den Satz gehört und heute auch, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam so schnell wie möglich diese Menschenrechte umsetzen und die schreckliche Situation von Frauen in der Prostitution in unserem Land umgehend beenden. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Carmen Wegge. Und sie ist auch die letzte Rednerin zu dieser vereinbarten Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen der demokratischen Fraktionen! Sehr geehrte Frauen! Wie häufig habe ich, habt ihr diesen Satz schon gehört. Frauen sind doch gleichgestellt in Deutschland. Das steht doch im Grundgesetz. Ich habe diesen Satz sehr häufig gehört. Und oft ist er der Startpunkt einer Debatte mit Menschen, die das auch wirklich glauben. Wir Frauen wären in Deutschland gleichberechtigt. Hätten die gleichen Chancen, unsere Träume und Ziele zu erreichen. Die gleichen Chancen wie Männer. Aber, liebe Frauen, wir wissen doch, dass das nicht stimmt. Wir müssen härter arbeiten. Wir müssen mehr arbeiten. Wir müssen uns verbiegen, um unsere Ziele und Träume zu erreichen. Ja, manche von uns hatten bessere Startchancen als andere. Aber ich will es mit den Worten der Schriftstellerin und Aktivistin Audrey Lorde sagen. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt. Und diese Aussage, die gilt auch für mich. Ich bin nicht frei, solange es Frauen gibt, die in einer der schwersten Situationen ihres Lebens, einem Schwangerschaftskonflikt, Vorberatungsstellen und Kliniken von religiösen FanatikerInnen bedrängt und beleidigt werden. Ich bin nicht frei, solange es Menschen gibt, die denken, die Strafbarkeit der Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch würde einen gesellschaftlichen Kompromiss darstellen, den wir nicht aufkündigen können. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau zu stärken, das ist das, was Frauen wollen in dieser Gesellschaft. Frau Wege, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Bär? Gerne. Frau Bär, Sie haben das Wort. Dorothee Bär für die Union. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Wege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich finde es sehr beeindruckend und sehr schön von Ihnen, dass Sie sagen, dass Sie selber nicht frei sind, wenn es eben Frauen schlecht geht. Da danke ich Ihnen sehr. Und deswegen einfach nur die kurze Frage, sind Sie dann beispielsweise mit Ihrer Kollegin Leni Breymeyer und anderen aus Ihrer Fraktion dann auch dazu bereit, unseren Antrag, menschenunwürdige Zustände in der Prostitution zu beenden. Sind Sie auch dafür und unterstützen unseren Weg? Sehr geehrte Frau Bär, ich bin selbstverständlich bereit, Ihren Antrag zu diskutieren, weil ich glaube, im Bereich der Sexarbeit gibt es viele Frauen, die unfrei sind, die ausgebeutet werden und in menschenunwürdigen Verhältnissen dort sind. Und deswegen bin ich gerne bereit, über Ihren Antrag zu diskutieren. Und ich finde es auch gut, dass Sie ihn stellen. Es gibt noch viel mehr Gründe, warum ich nicht frei bin. Denn ich bin nicht frei, solange Jugendämter und Familiengerichte nicht wissen, was die Istanbul-Konvention ist und Frauen und Kinder immer wieder in einen retraumatisierenden und erzwungenen Umgang mit Gewalttätern schicken. Ich bin nicht frei, solange Männer denken, dass Frauen hinter den Herd gehören und Kinder zu bekommen haben. Ich bin nicht frei, solange Frauen dafür sterben müssen, wenn sie sich dafür entscheiden, ihr Kopftuch nicht mehr zu tragen. Ich bin nicht frei, solange sogenannte Frauenberufe immer noch schlechter bezahlt werden. Ich bin nicht frei, solange das Gesicht von Altersarmut immer noch weiblich ist. Und ich sage auch eins, ich bin nicht frei, solange queere Menschen in unserer Gesellschaft nicht auch frei sind. Wenn jemand zusammenhalten muss, dann sind es ja wohl wir. Und letztendlich bin ich genau hier, an diesem Ort, in diesem Plenum auch nicht frei. Ich bin nicht frei, weil hier in diesem Hohen Hause 109 Frauen fehlen, 109 Frauenstimmen, 109 Frauenperspektiven, 109 Plätze, die uns Frauen zustehen würden, wenn wir wirklich die Hälfte der Macht haben würden. Liebe Frauen, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir irgendwann frei sein werden, mit gleichen Chancen für Träume und Ziele, mit dem gleichen Recht Fehler zu machen, mit der Gewissheit, dass auch deine und unsere Stimme zählt. Dafür braucht es Mut, dafür braucht es den Willen nicht auch zu geben. Ich habe das, ihr auch. Frauen leben Freiheit. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hatte jetzt hier nichts abstimmen zu lassen, denn eine vereinbarte Debatte hat keine Vorlagen, keine Anträge, keine Gesetzentwürfe, gibt es sozusagen genug Raum. Das haben wir ja auch in der Aussprache verfolgen können, verschiedenste Themen anzusprechen. Zum Internationalen Frauentag, der sozusagen nachgeholt wurde. Letzte Woche war ja keine Sitzungswoche am 8. März. Jetzt hat Bärbel Baas den nächsten Tagesordnungspunkt aufgerufen. Es wird das Thema Migration hier debattiert werden. Auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion wird das hier der Fall sein. Es gab im November, man muss ein bisschen vorgreifen, eine Bund-Länder-Treffen. Da haben sich Bund und Länder auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket verständigt. In der Asyl- und Migrationspolitik das mithelfen soll, die irreguläre Migration zu begrenzen und auch vor allem Härten für die Kommunen abzumildern, den Kommunen unter die Arme zu greifen. Allerdings einige Punkte sind immer noch sehr umstritten und nicht geklärt. Vergangene Woche gab es ebenfalls wieder eine, in dem Fall allerdings Ministerpräsidentenkonferenz, wo aber auch der Kanzler zwei Stunden zu Gast war. Da wurde schon mal darüber gesprochen, was man auf den Weg gebracht hat und was nicht. Die Analyse ging allerdings unterschiedlich aus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja bekanntlicherweise ein Freund großer Worte und Superlative, vor allem wenn es um Eigenlob geht. Das Problem ist nur, er schraubt damit die Erwartungshaltung nach oben und kann sie regelmäßig nicht erfüllen. Ich will Ihnen das belegen. In der Generaldebatte am 31. Januar sagte er, wir haben alle Fragen mit den Ländern abgearbeitet und mit den Gesetzen von Januar alles geliefert. Das war damals und ist bis heute falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denken Sie nur an die Bezahlkarte. Die Grünen blockieren erneut täglich, grüßt das Murmeltier. Denken Sie aber auch an die Frage der sicheren Drittstaatenlösung. Da haben Sie überhaupt nichts geliefert. Der Bundeskanzler versucht, mit seinen großen Worten die Öffentlichkeit zu täuschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann im Herbst, Spiegel, Titelseite. Wir werden jetzt im großen Stil abschieben. Wumms, da war er wieder, der Wumms. Und dann im Gesetzentwurf, 600 zusätzliche Abschiebungen seien damit möglich. Ein Wümschen. Und in letzter Minute kamen wieder die Grünen um die Ecke. Mit einem Pflichtverteidiger für alle Menschen, die in Ausreise gewahrsam genommen werden. Damit werden alle zukünftig vorher gewarnt sein. Und damit werden wir sie nicht mehr erreichen. Und damit werden wir keinen einzigen mehr abschieben, als das vorher der Fall war. Der Bundeskanzler ist gescheitert. Und er wird in diesem Punkt die Vereinbarung mit den Ländern auch nicht mehr erfüllen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende der Ministerpräsidentenkonferenz vom November hat er diese dann in der Pressekonferenz als sehr historisch bezeichnet. Aber das war doch ein Kompromiss zwischen der Bundesregierung und 16 völlig unterschiedlich regierten Bundesländern. Und zwar auf relativ niedrigem Niveau. Da war überhaupt nichts historisch. Wenn etwas historisch war, dann sind es die absolut geringen Ansprüche dieses Bundeskanzlers an sich selbst und seine Bundesregierung mehr aber nicht. Denken Sie doch an die sicheren Herkunftsländer Indien-Magreb. Diese fehlen. Denken Sie an die Fortsetzung des EU-Türkei-Abkommens. Dieses fehlt. Denken Sie überhaupt einmal an eine Aktion gegenüber der Türkei. Der zweite und dritte Platz aller Asylbewerber im letzten Jahr kommen erstaunlicherweise aus der Türkei. Keine Aussetzung des Familiennachzugs. Und auch Straftäter wollen Sie nicht beispielsweise nach Afghanistan abschieben. Nein, daran war nichts historisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann die Pressekonferenz nach der letzten MPK am vergangenen Mittwoch. Wir haben in dem vergangenen Jahr die grundlegendsten Veränderungen seit 20 und 25 Jahren auf den Weg gebracht zu der Bundeskanzlerin. Erst dachte ich, ich habe mich verhört. Ich mache ein bisschen nachdenken. Da habe ich gemerkt, was er gemeint hat. Er hat gemeint, dass die Ampel im vergangenen Jahr die Begrenzung als Ziel im Aufenthaltsrecht gestrichen hat. Er hat gemeint, dass es einen generellen Spurwechsel mit ihrer Politik gibt. Einen Zweckwechsel bei der Visa-Erteilung. Dass sie Bleiberechte für Identitätstäuscher geschaffen haben. Dass sie die Wohnsitzauflage gelockert haben. Dass sie eine doppelte Staatsbürgerschaft in die Turbo-Einbürgerung gemacht haben. Und einmalig in der Geschichte ein Sonderaufnahmeprogramm für Afghanistan, wo wir die Menschen direkt nach Deutschland holen. Das ist das, was er gemeint hat. Das sind Ihre Veränderungen. Aber das hat nichts mit einer geordneten und schon gar nicht mit einer begrenzten Migrationspolitik zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, Sie haben an vielen kleinen Stellschrauben die Schleusen erst geöffnet. Sie haben Anreize geschaffen. Und wundern sich, dass das dann im letzten Jahr quasi ein Konjunkturprogramm für die Schleuser war. Die Zahlen werden runtergehen, sagte der Bundeskanzler ebenfalls vergangene Woche. Das ist aber nicht der Fall, obwohl die Grenzkontrollen wirken und sie eindämmen. Wir haben in diesem Jahr, Januar, Februar, schon wieder knapp 50.000 Asylanträge. Und die Ankunftszahlen, Frühwarnung, auf den griechischen Inseln sind im Winter um 200 Prozent gestiegen und auf der Westafrika-Route um 1.300 Prozent. Und wir wissen alle, wo die Menschen zum Schluss hinwollen, vor allem nach Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kanzler versucht mit viel Verbalakrobatik ein Problem kleinzureden, die Öffentlichkeit zu täuschen. Diese lässt sich davon aber nicht beeindrucken. 76 Prozent der deutschen Bevölkerung wünscht sich eine Begrenzung der Migration. Sie machen genau das Gegenteil. Deswegen spalten Sie auch diese Gesellschaft mehr und mehr. Und Sie sorgen auch dafür mit dieser Politik, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Alexander Drom hat es angesprochen. Bund und Länder haben in der vergangenen Woche erst Zwischenbilanz gezogen zur Asylpolitik, nämlich der Beschlüsse, die im November auf den Weg gebracht worden sind und haben durchaus eine unterschiedliche Bilanz gezogen. Jetzt hören wir mal, was der Redner für die SPD-Fraktion sagt. Helge Lindh wird es sein. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausgerechnet bei MIUS meinte Jens Spahn, der heute ja auch in der Debatte ist, jedenfalls vorhin, ich sehe ihn da, da war, entweder beendet die demokratische Mitte die illegale Migration oder die illegale Migration beendet die demokratische Mitte. Ich sage, entweder beendet die demokratische Mitte, gerade die CDU, ihre Anbiederung an den Rechtspopulismus oder der Rechtspopulismus beendet die demokratische Mitte, CDU, eingeschlossen. Denn darum geht es. Und in diesem Gespräch mit dem ja äußerst seriösen Medium NIUS sagten Sie auch noch, dass Deutschland kein Einwanderungsland, sondern ein Einreiseland wäre. Und Sie sagten auch noch, nach Ihrer eigenen Expertise wäre ja Afghanistan zu weiten Teilen kulturell noch im Mittelalter. Wer so über Migration und Vielfalt spricht, der bewegt sich kulturell und politisch im Mittelalter. Gestern haben Sie hier gefordert, wir müssten Einreiseverbote machen für Taliban und erweckten den Eindruck, dass das ein Massenphalomen wäre. Was ist aber mit Ihrer Verantwortung? Was ist mit denjenigen Frauen und Personen, denen wir gegenüber verantwortlich sind, die höchst gefährdet sind, besonders schützwertig? Sie blockieren, Sie argumentieren vehement gegen ein Bundesaufnahmeprogramm und gegen humanitäre Aufnahme. Sie haben immer erklärt, besonders Schutzbedürftige stehen im Zentrum unseres Fokus. Aber Sie verhindern, dass gerade die besonders Schutzbedürftigen geregelt und gesteuert nach Deutschland kommen können. Was Sie machen, ist eine Politik der Scheinheiligkeit. Und sie endet nicht da. In Ihrem Entwurf des Grundsatzprogramms entdecken Sie wieder das ganz großartige Thema Leitkultur. Und nicht nur das. Sie kommen zu der besonderen Weisheit, ich zitiere, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Das ist ganz bewusst strategisch der Gegenentwurf zu Christian Wulfs vernünftigen. Der Islam gehört mittlerweile zu Deutschland. Wie hört sich das wohl an im Ohr von Musliminnen und Muslimen? Also wird von Ihnen vorausgesetzt, es gibt einen Unterschied zwischen wir und Muslimen. Und es gibt eine Grundvoraussetzung, dass Muslime erst mal nicht unsere Werte teilen. Das ist leider das Niveau, auf dem Sie mittlerweile Migrationspolitik betreiben. Ganz weit weg von Merkels. Wir schaffen das, was noch getragen war von Optimismus und der Bereitschaft bei aller berechtigten Kritik, diese Gesellschaft zu öffnen und ein Herz zu haben und auch gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Und es kommt, es kommt ja noch mehr hinzu. Sie gebärden sich ja als Anwälte der Länder. Und dann schauen wir in die Länder. Herr Wüst tritt groß auf in Berlin und sagt, es geht alles zu langsam. Der Kanzler handelt nicht. Nichts passiert. Und fordert Bezahlkarte, alles muss schnell gehen. Und was passiert in Nordrhein-Westfalen? Die Verantwortung, die Kosten für die Bezahlkarte und die Entscheidung wird delegiert auf die Kommunen. Die Kommunen werden alleingelassen. Die Unterbringungskapazitäten in einem CDU-regierten Land sind ein Bruchteil dessen, was sie unter SPD-Regierung und Rot-Grüner-Regierung 2016 waren. Kommunale Finanzierung ist mangelhaft. Es werden große Unterbringungseinrichtungen in Problemvierteln und Brandvierteln eingerichtet. Und darüber hinaus werden keine Regelungen getroffen, wie man die Kommunen und Ausländerbehörden dauerhaft entlassen kann. Was ist das für eine scheinheilige und doppelgesichtige Politik? Einerseits groß fordern, im Bund vor Ort aber die verdammten Hausaufgaben nicht zu erledigen und dann so zu tun, als wären ausgerechnet sie die Anwälte der Kommunen und der Länder. Nein, das ist eben nicht der Fall. Wenn Sie sagen, die Verfahren dauern zu lange, der Kanzler muss handeln, weil Asylverfahren zu lange dauern, warum dauern dann die denn insbesondere so lange? Weil die erstinstanzlichen Verfahren manchmal mehrere Jahre dauern, auch in CDU-geführten Ländern. Warum steht da nicht, Herr Wüst auf und stehen Sie nicht auf und starten eine Initiative, dass die Länder endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und dort die Justizabteilung ausbauen und dafür sorgen, dass Verfahren schneller laufen? Nichts passiert. Auch da Täuschung, Anschein, Erweckung und Doppelgesichtigkeit. Sie können das weiter betreiben. Sie können das so machen. Aber das Ergebnis ist klar. Horst Seehofer, den ich nicht general aburteile, weil er zum Beispiel in Sachen wie Seenotrettung weit offener und progressiver war als die Union. Horst Seehofer hat den schrecklichen Satz gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Was Sie gerade machen, ist genau diesen Eindruck zu erwecken, dass die Migration die Schlüsselfrage, die Problemfrage für alle Fragestellungen in diesem Land, alle Unklarheiten und Ungerechtigkeiten wird. Und das ist perfide und es ist dumm, es ist fahrlässig und es ist verantwortungslos. Wir hingegen sagen eben nicht, Migration ist die Antwort oder die Lösung für alle Probleme, aber wir haben einen realistischen, pragmatischen Umgang. Wir erkennen an, dass es Probleme gibt, aber Probleme löst man doch nicht, indem man die Problemdefinition der Rechtsextremen übernimmt. Haben Sie das denn nicht begriffen? Und das ist genau das, was passiert. Wie nehmen denn Menschen wahr, die hierher gekommen sind, ob nun geflüchtet oder als Arbeitskräfte oder deren Eltern, wenn Sie permanent folgende Assoziation lesen, Menschen flüchten oder wandern ein, weil Sozialleistungen zu hoch sind. Migration ist Kriminalität. Leute sind latent, sobald sie migrieren als arabische Länder, so ihre Darstellung, antisemitisch, extremistisch. Was ist das für ein Bild von Migration? Was ist das für ein Zerrbild? Und wie weit ist das entfernt von der Offenheit, für die auch mal die Union gestanden hat? Sie kennen sich ja das Lied, Marlene Dietrich. Weißt du, wo die Blumen sind? Wo sind sie geblieben? Wo ist die Sozialschiene in der Christdemokratie geblieben? Wo sind die Christdemokraten in der Union geblieben? Ich sehe sie nicht mehr. Ich entdecke sie nicht mehr. Und stellen Sie sich mal vor. Stellen Sie mich mal vor. Weil aufgrund Ihrer Kampagnen gegen Chancenaufenthaltsrecht, gegen ein vernünftiges Staatsangehörigkeitsrecht, das endlich die Lebensrealität und die Identität von Menschen pragmatisch anerkennt, für ein Fachkräfteinwanderungsgesetz, das seinen Namen verdient, wenn all diese Kampagnen tagtäglich landen bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte, was ist, wenn die den Weselsky machen würden und sagen, wissen Sie was, wir streiken, dann haben wir in den Kommunen keine Stadtwerke mehr, wir haben keine Mobilität mehr, wir können unsere Krankenhäuser schließen, wir haben keine Pflegendienste mehr, wir haben keine Altenheime, die deutsche Industrie kann schließen. Hören Sie doch auf Ihre eigenen Leute in der Wirtschaft. Die sind nicht ideologisch, die sind pragmatisch. Die sagen, wir brauchen Leiberechtsregelungen, wir brauchen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, wir brauchen ein verantwortliches migrationspolitisches System, das eben nicht rechtspopulistische Anbieterei betreibt, sondern das wirklich interessiert ist an der Frage der Migration und daran Probleme zu lösen. Sie sind aber nicht interessiert an Problemlösungen, sondern Sie sind interessiert an dem schnellen Film und der kurzen Puntlandung. Sie werden sich politisch aber, wenn Sie nicht umkehren, damit Ihr eigenes Grab schaufeln. Vielen Dank. Herr Gehlin für die SPD-Fraktion Waders. Nächster Redner hier in der Aussprache, die stattfindet auf Grundlage eines Antrags der CDU-CSU-Fraktion, wird der Abgeordnete Christian Wirth sein für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bis auf die Ampelkoalition weiß eigentlich jeder, dass Kommunen und Länder aufgrund der Migrationskrise am Ende sind. Ihr Antrag von der Union ist allerdings auch eine Dokumentation ihres Scheiterns seit 2015 und leider in wenigen Monaten wohl auch eine Dokumentation ihrer Diskontinuitätsdemenz, wenn Sie nämlich mit Ihren neuen Koalitionspartnern, sei es Grünen oder sei es die SPD, alle Anträge zur Migration in die Tonne klopfen werden, die Sie so mühsam in dieser Legislaturperiode von der AfD abgeschrieben haben. Sie fordern die Einhaltung der Bund-Länder-Gespräche zur Migration. Was selbstverständlich sein sollte, scheitert mal wieder an den Grünen. Nur ein Beispiel, die Bezahlkarte. Die Ministerkonferenz vor wenigen Tagen nannte Scholz historisch, wie auch bereits die Bund-Länder-Einigung über vermeintlich wirksamere Abschiebungen im letzten Jahr historisch. Auch die Beschüsse der EU-Länder zum gemeinsamen europäischen Asylsystem im letzten Jahr sollen ja historisch gewesen sein. Das Einzige, was Sie alle historisch hinbekommen, ist die Größe der Streusandbüchse, aus der Sie den Bürgern Sand in die Augen streuen. Wenn Sie die katastrophale Lage der Länder und der Kommunen und ja auch dieses Staates in den Griff bekommen wollen, dann müssen Sie dem Land mal eine Verschnaufpause geben. Und das heißt, führen Sie die Migration auf Null zurück, mindestens so lange, wie sie aus dem Ruder gelaufen ist, nämlich zehn Jahre, oder bis die EU ihren Vertragsverpflichtungen nachkommt. Ja, auch der EU-Vertrag ist ein Vertrag, und hier gibt es Regeln. Jeder kennt das aus zivilrechtlichen Verträgen. Wenn eine Seite nicht leistungsbereit oder nicht in der Lage ist zu leisten, hat die andere Seite das Kündigungsrecht, das Rückbehaltungsrecht, Anfechtungsrecht und Ähnliches. Letztendlich gibt es das Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Gleiches gilt auch in öffentlichen und in völkerrechtlichen Verträgen. Hier greift der römische Rechtssatz Klausula rebus sic standibus, Bestimmung der gleichbleibenden Umstände, was dem Wegfall der Geschäftsgrundlage entspricht. Dieser Grundsatz ist in Artikel 62 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge seit 1969 kodifiziert. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt Artikel 3 Absatz 2 des 1993 ratifizierten EU-Vertrages. In Artikel 3 Absatz 2 wird dem Vertragspartner des EU-Vertrages ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen versprochen. Und als Gegenleistung garantiert die EU geeignete Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität. Spätestens seit 2015 ist jedem klar, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist. Die EU kann die Außengrenzen nicht wirksam kontrollieren. Darplin 3 ist gescheitert. Jeder EU-Stadt macht, was er will, schließt Grenzen und erschickt Migranten weiter nach Deutschland. Und was den Raum der Sicherheit und Freiheit betrifft, genügt ein Blick in unsere Kriminalitätsstatistiken. Dieses Ausmaß der Migrationsbewegung konnte bei Vertragsschluss 93 nicht abgesehen werden. Demnach ist die Geschäftsgrundlage des Artikel 3 Absatz 2 des EU-Vertrages entfallen. Da die EU offensichtlich weder in der Lage ist, die Außengrenzen wirksam zu kontrollieren, noch ein wirksames Asylsystem zu installieren, kann die Bundesrepublik Deutschland europäisches Asylrecht nach Artikel 69 des Wiener Übereinkommens zumindest suspendieren und auf die nationalen Regelungen des § 18 Asylgesetz und Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz zurückgreifen. Demnach hat niemand einen Anspruch auf Asyl, der aus einem sicheren Drittstaat kommt und ist an der Grenze zurückzuweisen. So übrigens auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der in der Regel jeden Asylantrag an der Grenze als rechtsmissbräuchlich anzieht, der von jemandem gestellt wird, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Staatsräson und dem Gedanken der Orte-Republik. Begriffe, die sie gerne in den Mund führen, wenn es um andere Staaten geht. So können wir Kommunen, Länder und unseren Staat wieder auf gesunde Füße stellen, und das wird mit der AfD geschehen. Vielen Dank und Glück auf! Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Marcel Emmerich. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Man wundert sich ja schon, wo die Union in den letzten Wochen und Monaten war. Denn diese Koalition hat mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen auf die Migrationslage reagiert. Die Beschlüsse der MPK sind fast vollständig umgesetzt. Geers mit Zustimmung Deutschlands, das Rückführungsverbesserungsgesetz, es gibt mehr Geld, Binnengrenzkontrollen ausgeweitet, aufrechterhalten, Personal bei BAMF und Jobcentern aufgestockt, Arbeitsmöglichkeiten erweitert, sichere Herkunftsstaaten ausgeweitet, Leistungen gekürzt. Das ist ein Maßnahmenkatalog, und ich sage das so offen, das ist auch kein Geheimnis, der meiner Fraktion, meiner Partei in Teilen sehr schwerfällt und eine Zumutung auch bedeutet. Aber er ist das Ergebnis eines politischen Kompromisses, und als solcher tragen wir ihn auch in Verantwortung für unser Land. Aber was die Union hier mit diesem Antrag macht, ist schon ein starkes Stück und hat überhaupt nichts mit Verantwortung zu tun. Sie ignorieren den Kompromiss der MPK vollkommen und tun in ihrem Antrag so, als wäre überhaupt gar nichts umgesetzt. Wir haben sehr viel auf den Weg gebracht, sagt Boris Rhein. Und weiter, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir so viel hinbekommen. Auch Boris Rhein, CDU-Ministerpräsident, letzte Woche beim Bund-Länder-Treffen. Aber für die Union des Friedrich-März ist das nach acht Tagen kein Pfifferling mehr wert. Das zeigt doch schon die ganze Absurdität dieser Debatte. Sie sollten mal eine gesunde Form der Anerkennung an den Tag legen, da würde Ihnen kein Zacken aus der Krone fallen. Sie könnten als Ministerpräsident Rhein gleichtun und Ruhe reinbringen, mit Ruhe und Weitblick schauen, was die Maßnahmen bewirken. Stattdessen kommen Sie mit immer weiteren Forderungen um die Ecke. Und wem nützt das alles denn? Sie denken vielleicht, super Wahlkampfthema für den Juni, aber die rechts von Ihnen, die können ihr Glück kaum fassen, was für ein Wahlkampfgeschenk Sie denen bescheren. Wir müssen weg vom Populismus und von Scheinlösungen und weiter sachlich fundiert an diesen Fragen arbeiten. Und da geht es auch darum, wie wir den Menschen, die hier sind, eine Perspektive bieten. Und es gibt unzählige Fälle dazu, wie uns diese aufgeheizte Debatte schadet, auch wirtschaftlich. In den letzten Tagen kam beim MDR ein Bericht über Ahmed, syrischer Flüchtling aus Erfurt, spricht Deutsch, arbeitet seit einem Jahr in einer Elektroinstallationsfirma. Die Firma sucht sehr händeringend nach Personal. Und plötzlich entzieht ihm die Ausländerbehörde die Arbeitserlaubnis, weil seine, ich zitiere, immer bessere Integration einer späteren Abschiebung im Weg stehen könnte. Ergebnis, er bekommt jetzt Sozialhilfe, statt Steuern zu zahlen. Und die Firma hat niemand, der den Job machen wird. Und gleichzeitig diskutieren wir hier in diesem Land über einen Arbeitszwang für Geflüchtete. Die Leute wollen arbeiten, sie dürfen nicht. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Wir brauchen Zuwanderung, um unsere wirtschaftliche Zufkunftsfähigkeit zu erhalten. Hektische und ungeduldige Schnellschüsse helfen da überhaupt nicht weiter. Und deswegen müssen wir gerade auch bei der Abschaffung der Arbeitsverbote weiterkommen. Die Koalition hat da auch schon was auf den Weg gebracht. Aber es muss vollkommen klar sein, dass wir alle Arbeitsverbote abschaffen müssen. Das ist unser Ziel und daran werden wir weiter arbeiten. Das sind die Punkte, wo man auch einfach mal anerkennen muss, dass es zu einer Migrationspolitik im 21. Jahrhundert in der Lage Deutschland auch dazugehört, dass wir einfach 400.000 Beschäftigte zu wenig haben. Wir brauchen 400.000 mehr Menschen in diesem Land, um den Laden am Laufen halten zu können. Und das könnten Sie auch mal anerkennen, statt hier immer nur Populismus zu gebaren. Marcel Emmerich für die Grünen sprach hier und ihm folgt Arne Beruschka-Jurisch für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe an dieser Stelle und auch in Zusammenhang mit einem Unionsantrag das Wort im Bereich der Migrationspolitik auch schon einmal das Wort Huspe verwendet. Inzwischen und gerade auch nach dieser Woche glaube ich, dass das C in CDU-CSU auch für das Wort Huspe steht. Denn sonst hätten Sie diesen Antrag nicht eingereicht. Es geht Ihnen offenkundig nicht um die Sache, sondern ums Klappern. Klappern, um dieses Narrativ zu verstärken, dass in den letzten zwei Jahren in der Migrationspolitik nichts passiert sei. Klappern, um zu übertönen, dass in dieser Legislaturperiode endlich etwas passiert und wir gerade in mühevoller Kleinarbeit einen gigantischen Scherbenhaufen in der Migrationspolitik aufräumen. Dass in Ihrem Antrag nichts, aber auch gar nichts Neues drinsteht, geschenkt. Aber wenigstens ein neuer Gedanke wäre ja ganz schön gewesen. Dann kommt derjenige inhaltliche Anteil, den ich unter versuchte Irreführung, aber mit hoher Eigentorqualität abbuchen würde. Ich möchte Ihnen dazu drei Beispiele nennen. Erstens. Sie beklagen, dass die Asylverfahren und Asylgerichtsverfahren so lange dauern. Das ist schon sehr absurd. Denn zum einen werden die Asylverfahren in Wirklichkeit kürzer. Zuletzt innerhalb von einem Jahr von 7,6 Monaten auf 6,8 Monate runtergekommen. Noch absurder wird es aber, wenn man mal diesen Link aufmacht, diesen Zeitungsartikel, den Sie in Ihrem Antrag drin haben, und sich die Statistiken anschaut zur Verfahrenslänge von Asylgerichtsverfahren. Da steht doch tatsächlich drin, dass die Asylgerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz knapp 6 Monate dauern. Klammer auf FDP-Justizminister. Und in Brandenburg 39 Monate CDU. Was? Unerhört. Zweitens. Sie fordern, dass das EU-Türkei-Abkommen erneuert werden müsse. Ja, natürlich. Ja, richtig. Dann sprechen Sie doch bitte unbedingt auch einmal mit Frau Ursula von der Leyen, CDU, dass sie sich da auch mal reinhängt und Allianzen schmiedet, um das zu erneuern, anstatt immer neue Bürokratiemonster in Brüssel zu erfinden. Drittens. Sie fordern mehr Migrationsabkommen. Auch da soll Ihr Klappern davon ablenken, dass in dieser Wahlperiode schon dreimal mehr Abkommen abgeschlossen wurden, als in zwei Wahlperioden mit Unionsinnenministern. Und wenn Sie schon davon sprechen, Herr Kollege Drohm, isoliert sichere Herkunftsstaaten zu fordern, das ist doch reine Spiegelfechterei. Das wissen Sie doch auch. Nur mit einem wasserdichten Migrationsabkommen ergibt das doch nur Sinn, damit die Menschen auch tatsächlich abgeschoben werden können. Dann kommt das nächste Kapitel in Ihrem Antrag, Überschrift Heiße Luft. Sie haben mehrere Forderungen dazu, was jetzt alles noch auf EU-Ebene im Bereich der Migrationspolitik nachverhandelt oder im bestehenden EU-System verbessert werden sollte. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass Ende Dezember 2023 vor drei Monaten eine historische Einigung zur Reform des europäischen Asylsystems erzielt wurde. Die letzten Abstimmungen finden in ein paar Wochen statt. Jetzt muss es doch allein um die Umsetzung dieser Reform gehen, um nichts anderes. Alles heiße Luft. Dann fordern Sie Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Ja gut, da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Sie stellen das aber einfach so in den Raum. Wie das konkret gehen soll mit Ländern, zu denen wir keinerlei diplomatische Beziehung haben, erwähnen Sie nicht. Alles heiße Luft. Insgesamt ist festzustellen, mit solchen blutleeren abgelutschten Forderungen funktioniert Migrationspolitik nicht. Ich möchte noch mal erinnern, von wo aus wir hier eigentlich gestartet sind. Als diese Regierung ihren Dienst angetreten hat, war der migrationspolitische Instrumentenkasten im Schrank so gut wie leer. In den letzten 15 Monaten haben wir das damals Versäumte mit sieben Meilenstiefeln nachgeholt. Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, Chancenaufenthaltsgesetz, Fachkräfteeinwandlungsgesetz, Rückführungsverbesserungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, mehr Leistungen erst nach 36 statt nach 18 Monaten, Bezahlkarte, die jetzt kommen wird, zwei weitere sichere Herkunftsstaaten, drei Migrationsabkommen, fünf weitere Migrationsabkommen in der Pipeline, über 1.000 mehr Stellen mehr im BAMF, endlich ein voll digitalisiertes Ausländerzentralregister, mehr Geld für die aufnehmenden Kommunen. Ja, da staunen Sie. Was aus meiner Sicht jetzt noch kommen muss, und da gebe ich ausnahmsweise mal Ihrem Antrag recht, wir brauchen jetzt schnellstmöglich eine umfassende Analyse auf dem Tisch, ob und wie Asylanträge auch in Transitländern und Drittstaaten gestellt werden können, und zwar in einem transparenten Verfahren brauchen wir das auf dem Tisch. Sie wollen angeblich den Kommunen helfen, und ich sage Ihnen jetzt, wie Sie als Union das machen können, denn Sie haben da tatsächlich den Hebel in Ihrer eigenen Hand, und das sind Ihre Ministerpräsidenten in den Bundesländern. Ganz einfacher Tipp, sprechen Sie mit denen. Sagen Sie ihnen, dass Sie die Geflüchteten während des Verfahrens in den Landesaufnahmeeinrichtungen lassen sollen, dann müssen nämlich die Kommunen sie nicht unterbringen. Das steht auch als Regelfall so im Gesetz drin. Fragen Sie Ihre Ministerpräsidenten, ob Sie die Kapazitäten in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen auch wirklich nutzen. Fragen Sie Ihre Ministerpräsidenten, ob wirklich genügend Personal in den Verwaltungsgerichten da ist für die Asylfälle, und ob da alle Anstrengungen unternommen wurden für mehr Personal. Fragen Sie, ob es in dem Bundesland genügend Ausreisegewahrsamplätze gibt, und zwar dezentral, über das Bundesland verteilt, denn das spart der Polizei viel, viel Albert und Zeit. Ermutigen Sie Ihre Ministerpräsidenten, da, wo das noch nicht der Fall ist, schnell zentrale Ausländerbehörden zu schaffen, zumindest für bestimmte Bereiche. Das sind alles Dinge, die jetzt wirklich helfen würden. Sie wollen den Kommunen helfen, also tun Sie es. Reden Sie mit dem Ministerpräsidenten. Nutzen Sie Ihre und auch unsere Arbeitszeit effektiver als mit diesem Antrag. Vielen Dank. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, in meinem Wahlkreis, im Landkreis Main-Spessart, muss die Landrätin mittlerweile Schulturnhallen heranziehen, um die Menschen unterzubringen, die zu uns kommen. Ich finde es mit Verlaub, liebe Kollegin Jurisch, etwas zynisch, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, ja, reden Sie doch mal mit Ihren Ministerpräsidenten. Da gibt es nicht viel zu reden, denn die Wahrheit ist, die Kommunen haben nicht nur das Limit erreicht, sondern sie haben es schon lange überschritten. Und in dieser Wetterlage stellt sich der Bundeskanzler am Mittwoch in der Kanzlerbefragung hin und sagt, sinngemäß diese Bundesregierung habe alles getan, um die Zuzugszahlen zu senken. Wir wissen, weitere migrationspolitische Vorhaben der Ampel sind nicht angedacht. Und der Bundeskanzler garniert das Ganze dann noch mit dem Satz, es ist heute auch schon zitiert worden, dass also alle Fragen der Bund-Länder-Beschlüsse abgearbeitet seien. Und ich will zu Beginn zwei Feststellungen diesbezüglich treffen. Erstens. Beide Behauptungen des Bundeskanzlers sind schlichtweg falsch. Und zweitens. Diese Aussagen und Ihre Reden heute zeigen, wie weit die Ampel, die Bundesregierung und der Bundeskanzler weg ist von den Problemen in diesem Land, weg ist von der Lage der Kommunen und weg ist von der Stimmung der Bevölkerung, meine Damen, meine Herren. Die Bund-Länder-Beschlüsse sind eben nicht abgearbeitet. Zwei Beispiele. Bei der Bezahlkarte hatte der Bund zugesichert, den gesetzlichen Rahmen zu setzen mit einer bundesgesetzlichen Regelung. Wir erleben einen riesigen Streit. Die Grünen wollen davon nichts mehr wissen und stehen auf der Bremse. Bei dem Thema Rückführung war es den Ländern wichtig, dass die Rückführungen gesteigert werden müssen. Dann legen Sie ein Rückführungsverbesserungsgesetz vor, das sage und schreibe, Frau Ministerin, 600 Abschiebungen mehr im Jahr ermöglicht. Und dann lassen Sie sich aber von den Grünen rein verhandeln. Viele Spezifigkeiten, vor allem aber einen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger, der das Verfahren noch sehr viel länger macht und die Möglichkeit eröffnet, sich länger im Land zu halten. Und ich sage Ihnen, das ist kein Rückführungsverbesserungsgesetz. Das war schlichtweg Arbeitsverweigerung von Ihnen. Und jetzt suggerieren Sie, die Zahlen, die gehen ja runter. Mal ganz abgesehen davon, dass die Zahlen letztes Jahr im Herbst und Winter deshalb runtergegangen sind, weil sie mit Grenzkontrollen angefangen haben, die wir über ein Jahr lang gefordert haben. An Anfang hieß es, Frau Ministerin, das ist rechtlich nicht möglich. Dann haben wir nachgewiesen, es geht rechtlich. Dann hieß es, die nützen nichts. Die helfen tatsächlich nichts. Jetzt laufen Sie und wir merken, es wirkt tatsächlich. Aber die Wahrheit ist, die Zahlen sind zu hoch. Im Januar und Februar dieses Jahres sind schon 50.000 Menschen zu uns gekommen, wenn ich das hochrechne. Und da ist früher und Sommer noch gar nicht dabei. Sind wir bei 300.000 Menschen für dieses Jahr. Und es gäbe Stellschrauben. Da wird vorhin dazwischen gerufen, machen Sie doch mal Vorschläge. Ich wundere mich, haben Sie den Antrag nicht gelesen. Ein ganzes Sammelsurium an Stellschrauben, die man drehen könnte. Zum Beispiel Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten bezüglich Indien und Maghreb-Staaten. Bei den Maghreb-Staaten hingen das die Grünen schon seit 2017 im Bundesrat. Oder schauen Sie in die Türkei. Im letzten Jahr sind circa 40.000 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit zu uns gekommen. Und die Bundesregierung unternimmt nichts. Kein Gespräch mit der Regierung Ankara, kein Rückführungsabkommen. Selbst wenn ich vorsichtig schätze, haben ungefähr 90 Prozent keine Bleibeberechtigung. Bei mir sind die Turnhallen voll. Und wir haben dort eine größere Anzahl von Menschen, um die Sie sich letztendlich und um die Fragestellung überhaupt nicht kümmern. Und dann tragen Sie wie eine Monstranz vor sich her. Ja, wir machen ja Rückführungsabkommen. Ich habe mal nachgeguckt. Da sind also ganz historische Dokumente dabei. Ein Rückführungsabkommen mit Kyrgyzstan. Das reißt bestimmt am Ende raus. 0,03 Prozent der Asylanträge kommen aus diesem Land. Oder dann Aussetzung des Familiennachzugs in verschiedenen Spezifigkeiten. Der ist auf Rekordniveau im letzten Jahr gewesen. Sie unternehmen gar nichts. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Und meine Damen, meine Herren, ich sage Ihnen und Frau Ministerin, Sie werden das hier nicht wegschwurbeln und wegdiskutieren können. Und die Wahrheit ist, Sie machen sich gern zur Speerspitze des Kampfes gegen rechts. Das lassen wir Ihnen, Frau Ministerin. Aber das Problem ist, Sie sind mittlerweile Garantin der Konjunkturpakete für die AfD und auch Garantin für hohe Umfragewerte der AfD. Und das ist das Problem. Danke für die Aufmerksamkeit. Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fast zehn Jahre ist jetzt dieser Satz zurück, der mutige Satz, wir schaffen das. Und die Union ist bei einem Kleinmütigen, wir schaffen das, nicht angekommen. Das Erbe von Angela Merkel ist über Bord gegangen. Und wie man das bei Ihnen erwarten kann, von Seenotrettung ist natürlich keine Rede. Ich finde, Deutschland hätte auch von seiner Opposition mehr Mut und mehr Zuversicht verdient. Sie haben ja erstaunlich wenig Zahlen gebracht bei den Redebeiträgen, die heute von Ihnen kamen. Wenn man den Kommunen helfen will, und das müssen wir natürlich tun, und dafür sind ja die Verabredungen auch getroffen, dann gibt es dafür sehr viele Stellschrauben. Aber entscheidend ist, dass die Zahlen sinken. Und das tun Sie. Im letzten Quartal sind die Zahlen gesunken. Wenn man jetzt nicht nur die Asylanträge anschaut, weil man weiß, dass die Asylanträge ja nachlaufen und im letzten Herbst gar nicht alle abgearbeitet werden konnten, sondern die Asylzugänge anschaut, also anschaut, was an den Grenzen aufgegriffen worden ist, dann sind die Zahlen im letzten Quartal fast um ein Viertel zurückgegangen. Und das ist schon etwas, ein Teil der Wahrheit, die man hier mal auch aussprechen kann und die ich bei Ihnen vermisst habe. Das sind anscheinend Fakten, die Sie nicht so gerne hier vortragen wollen. Die Bundesregierung handelt, und sie handelt wirksam. Grenzkontrollen wirken, Migrationsabkommen wirken, und die polizeiliche Zusammenarbeit gegen die Schlepperbekämpfung wirkt. Wir zeigen als Bundesregierung, dass die Probleme im Bereich der Migration lösbar sind, so dass die Menschenwürde gewahrt bleibt, aber auch so, dass wir Kommunen und Ländern helfen. Der Bund muss seine Aufgaben machen, aber auch die Länder müssen ihre Aufgaben machen. Das ist hier heute Morgen schon erwähnt worden. Ich schaue Baden-Württemberg an, ich schaue Bayern an, die Vorredner der Union. Ja, die Bezahlkarte hätten Sie ja schon seit sehr langer Zeit einführen können. Warum warten Sie denn eigentlich darauf, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt? Das sind doch Ihre Versäumnisse, die hier zur Sprache gebracht werden müssen. Und nochmal, Herr Trom, unser eigenes Bundesland ist eine CDU-Ministerin, die zuständig ist, die es nicht mal schafft, Standortentscheidungen zu fällen, da, wo Landeserstaufnahmestellen entstehen sollen. Die Kapazitäten reichen nicht. Und es kommen Menschen in die Kommunen, bei denen man noch nicht mal eine Anhörung gemacht hat. Das sind doch keine Zustände, aber das ist Länderaufgabe. Sie sind am Zug. Und Sie sollten auch nicht den Menschen im Land vorgaukeln, als ob es einfache Lösungen gäbe. Die Drittstaaten sind ja angesprochen worden. Und Herr Dobrindt, der jetzt heute Morgen nicht da war, ist ja nach Ruanda gereist. So, und hat dann festgestellt, oh Ruanda, da können ja jetzt mal die Flüchtlinge hin. Das ist genauso durchdacht wie seine Arbeit als Bundesverkehrsminister. Deswegen ist die Bahn heute auch so pünktlich und deswegen hat das mit der Maut auch so hervorragend geklappt. Ich will Ihnen mal die Unterschiede herausarbeiten. Sie wollen das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Wir wollen mehr Länder auf der Welt gewinnen, das Grundrecht auf Asyl zu gewähren. Partnerschaften, damit Menschenrechte ausgeweitet werden. Das ist der richtige Weg. Und wenn Ruanda da dabei ist, dann sind Sie herzlich eingeladen. Und wenn wir dabei helfen können, dann machen wir das natürlich sehr gerne. Mehr Menschenrechtsschutz durch mehr Länder, die Asylrecht anbieten. Das ist ein guter Weg. Dann wollen Sie das Asylrecht nicht nur abschaffen, sondern durch Kontingente ersetzen. Rechte abschaffen, Almosen geben. Ich kann Ihnen für die Sozialdemokratie versichern. Seit 160 Jahren arbeiten wir für die Rechte von Menschen, für Menschenrechte, für Arbeitnehmerrechte, für Frauenrechte, für Kinderrechte. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Und mit Almosen werden wir uns nicht zufrieden geben. Und schließlich soll jetzt plötzlich Afrika unsere Probleme lösen, ja, also unsere Flüchtlinge dann aufnehmen, wo ohnehin schon in den Ländern außerhalb Europas 90 Prozent der Geflüchteten in prekären Verhältnissen leben müssen. Lesen Sie doch mal, was Ihr Fraktionskollege Ruhenhoff aufgeschrieben hat zur Afrika-Strategie. Ein Fraktionspapier Ihrer Fraktion, durchaus lesenswert, aber Sie müssen es mal nebeneinander legen, weil die Ignoranz, die bei Ihnen jetzt hier durchkommt, was das Verhältnis zu unserem Nachbarkontinent angeht, das ist nicht verträglich mit dem, was die Afrika-Politiker Ihrer Fraktion richtigerweise aufgeschrieben haben. Wir müssen auf diesem Kontinent neue Partnerschaften gewinnen und wir können denen nicht einfach unsere Probleme vor die Tür karren. Ausweislich von Umfragen sagen die meisten Menschen, dass Asyl und Migration das größte Problem ist im Land. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist es nicht. Das größte Problem in diesem Land ist, wie wir Freiheit und Sicherheit aufrechterhalten können. Die größte Aufgabe in diesem Land ist, wie wir unseren Wohlstand, unseren Industriestandort erhalten, wenn wir gleichzeitig die natürlichen Lebensbedingungen sichern wollen und den Klimawandel aufhalten wollen. Und es ist gefährlich, wenn man den Menschen vorgibt, sie sollten sich Sorgen machen über Dinge, die eigentlich gar nicht zu den Dingen gehören, über die man sich am meisten Sorgen machen soll, weil wir so die Kraft für die wirklich großen Aufgaben verlieren. Und wenn wir über den Wohlstand und den Industriestandort dieses Landes der Zukunft reden, dann ist Migration eher ein Teil der Lösung als ein Teil des Problems. Ziehen Sie doch mal die Hunderttausenden, die seit 2015 gekommen sind, ab, die heute in den Krankenhäusern, in den Fabriken und in den Verwaltungen mitarbeiten. Wir brauchen Menschen, weil bis 2060 ein Drittel der Beschäftigten in diesem Land wegfällt. Und das ist die Aufgabe dafür, eine Stimmung und eine Kultur im Land aufrechtzuerhalten, die auch Offenheit gewährleistet. Der Bundeskanzler hat zu Recht in dieser Woche gesagt, wir sollten aufhören, bei diesem Thema immer nur rumzurühren. Wir sollten uns an die Umsetzung machen, mit aller Konsequenz auf allen Ebenen. Vielen Dank. Der stellvertretende Vorsitzende im Innenausschuss des Deutschen Bundestags, Lars Castellucci, war. Das nächste Redner ist Markus Bühl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Nach der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Migration letzte Woche, also der üblichen Runde, mit der das politische Versagen in der Asylpolitik beschwichtigt werden soll, befassen sich CDU und CSU heute in ihrem Antrag ebenfalls mit der Migrationspolitik. Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet die CDU das Thema für sich entdeckt. Die gleiche CDU, die 2015 die Grenzen für eine ungebremste Masseneinwanderung geöffnet hat und damit einer der Hauptverursacher der Asylkatastrophe ist. Da kann ich nur sagen, willkommen im Superwahljahr 2024. Die Nebelkerzensaison ist eröffnet. Was die CDU begonnen hat, führt die linksgrüne Koalition mit großen Schritten fort. Der Haushalt für 2024 spricht darüber Bände. 70 Millionen gibt es für Umsiedlungsprogramme nach Deutschland und über eine Milliarde für betrugsanfällige Integrationskurse. 25 Millionen gibt es für die Asylindustrie, um behördenunabhängig in Asylverfahren zu beraten. Und das sind nur einige Beispiele der migrationspolitischen Geisterfahrt dieser Bundesregierung. Die Ehrfahrt wird auch der Antrag der CDU nicht aufhalten, denn in dem Antrag fehlt nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern auch die Bereitschaft für einen tiefgreifenden Politikwechsel. Wir als AfD-Bundestagsfraktion fordern eine konsequente Migrationswende. Und das heißt, erstens, lückenloser Grenzschutz und konsequente Zurückweisung illegaler Einwanderer. Zweitens, konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Und drittens, sämtliche Anreize zu illegaler Einwanderung, also den Sozialmagneten, endlich abstellen. Der Übergang von Geldleistungen zu Sachleistungen an Asylbewerber wird von uns seit Langem gefordert. Erste Umsetzungen beweisen, dass die Kommunen damit finanziell entlastet werden. Im Kreis Eichfeld in Thüringen haben 25 Prozent der Empfänger der Bezahlkarte den Landkreis verlassen. Zehn Prozent suchten sich eine Arbeit. Die Bezahlkarte zeigt also Wirkung und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus keine Asylverfahren für Personen, die aus sicheren Drittstaaten einreisen oder ohne Identitätsdokumente. Allein im CDU-regierten Sachsen leben aktuell rund 13.000 Ausreisepflichtige. Im gesamten Jahr 2023 sind nicht mal 1.000 Personen abgeschoben worden. Und in allen anderen CDU-regierten Bundesländern sind die Ergebnisse genauso erschütternd. Es ist geradezu grotesk, dass ausgerechnet die CDU sich nun als Partei darzustellen versucht, die etwas Maßgebliches gegen die illegale Zuwanderung unternehmen will. Wer den Asylmissbrauch konsequent stoppen will, entscheidet sich für das Original, nämlich die AfD. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Länder und Kommunen in der Migrationskrise nicht im Stich lassen, so betitelt die Union ihren Antrag. Name ist dabei keinesfalls Programm. Maßnahmen, die den Kommunen schnell und konstruktiv helfen, die sucht man in ihrem Antrag leider vergeblich. Von Maßnahmen zur besseren Integration im Gesellschaft und Arbeitsmarkt oder auch stärkerer finanzieller Unterstützung für Städte, Gemeinden und Landkreise ist an keiner Stelle zu lesen. Im Antrag reihen sich stattdessen die altbekannten Scheinlösungen aneinander. Und ich will es an einem Beispiel, weil es gerade so schön aktuell in der Debatte ist, deutlich machen, nämlich an der Bezahlkarte. Kommt die Bezahlkarte nach den Plänen der CDU Berlin, dann kostet sie das Land circa 10 Millionen Euro pro Jahr. Das bisherige Verfahren verursacht nicht mal 5 Prozent dieser Kosten, nämlich 360.000 Euro an Personalkosten. Das ist blanker Irrsinn. Überweisungen nicht möglich und maximal 50 Euro Bargeld im Monat. Das sind unter anderem die Regulierungen, die in vielen Ländern für die Bezahlkarte im Raum stehen. Und selbst wenn ich mich da reinversetze, geflüchtete Menschen sind mir egal und deren Würde stelle ich mal ganz hinten an, dann muss ich doch feststellen, dass hier Menschen, geflüchtete Menschen, ganz aktiv davon abgehalten werden, sich um sich selber zu kümmern. Am Ende müssen das dann die Städte und Gemeinden vor Ort richten. Wenn ich Möbel nicht mehr in Secondhand kaufen kann, Klamotten nicht mehr in Secondhand kaufen kann, wenn das Schulmittagessen nicht mehr bezahlt werden kann, wenn ich das Busticket mir nicht leisten kann, wenn das Kopiergeld, das die Lehrerin einsammeln will, einfach fehlt, dann wird das vor Ort zum Problem. Dann wird das für unsere Städte und Gemeinden vor Ort zum Problem. Und warum dann das Ganze? Die Union, die glaubt, dass weniger Menschen nach Deutschland fliehen, wenn man Menschen, die hier sind, einfach noch ein bisschen schlechter behandelt. Grundrechte, die sollen immer stärker eingeschränkt werden, und zwar so sehr, dass die Union jetzt in ihrem Antrag eine Grundgesetzergänzung fordern muss, damit ihre Vorschläge dazu, Geflüchtete noch weiter unterhalb des Existenzminimums einzusortieren, nicht von vornherein gegen unsere Verfassung verstoßen. Na, herzlichen Glückwunsch! Und als Begründung für diese massiven Grundrechtseinschränkungen, da muss ich dann das Märchen von den Pulfaktoren heranziehen. Und dabei haben wir in der Wissenschaft einen breiten Konsens darüber, dass das absoluter Quatsch ist. Weder Länder noch Kommunen noch Geflüchteten helfen Sie mit Ihrem Antrag. Bis 2030 fielen in Deutschland bis zu drei Millionen Fach- und Arbeitskräfte. Gleichzeitig werden Geflüchtete aber bei der Jobaufnahme viel zu oft Steine in den Weg gelegt. Das hat mein Kollege Herr Emmerich schon ausgeführt. Durch lange Arbeitsverbote, bürokratische Hürden und im Zweifel auch mal der Rücknahme einer Arbeitsgenehmigung. Statt am Grundrecht auf Asyl zu sägen, wie es hier die Union tut, müssen wir endlich Arbeitsverbote abschaffen. Und wir müssen die Kommunen weiter bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort unterstützen. Es braucht vor allem auch Geld, um Geflüchtete aufzunehmen und Integration möglich zu machen. Das brauchen wir in den Kommunen vor Ort. Davon würden wir alle profitieren. Von Ihrem Antrag profitiert leider niemand. Caroline Otte hat hier natürlich auch die Lage der Kommunen angesprochen, die sich schon äußerst häufiger zu Wort gemeldet haben, auch der Deutsche Städtetag, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Das FDP-Mitglied Fred Helm-Burgensky spricht nun kommunalpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Wir schaffen das, war ich Bürgermeister in Eberswalde auch in den folgenden Jahren. Wir haben dort über 2000 Geflüchtete aufgenommen. Wir haben Kita-Plätze organisiert. Wir haben Schulplätze organisiert. Wir haben Unterkünfte organisiert. Vom Bund habe ich nichts bekommen. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Was ich damit sagen will, dass ich finde, dass man nicht so groß rufen sollte, wenn man selber eine Aufgabe irgendwann mal vermasselt hat. Ich finde, wir haben heute eine ganz andere Welt. Die Problemlage dürfte noch wesentlich größer sein, als wir sie 2015 hatten. Wenn wir uns die Fluchtbewegung aufgrund der Kriege und Krisen in der Welt anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir heute den Kommunen wieder enorm viel zumuten, die Last der Migration, die sie tragen müssen. Aber heute, und das ist der Unterschied, ist der Bund mit im Boot. Denn der Bund versucht trotz aller Herausforderungen, den Kommunen zur Seite zu stehen und mit ihnen gemeinsam die Problemlagen zu lösen. Wobei ich noch mal deutlich machen will, auch das haben wir 2015 erkannt. Viele von diesen Menschen, die wir damals aufgenommen haben, arbeiten heute in unseren Krankenhäusern, sind heute in vielen Wirtschaftsbetrieben und Ähnliches in Eberswalde und Umgebung untergebracht. Das heißt also, man muss auch immer wieder mal das Positive sehen, das wir de facto dort erreichen können. Was haben wir geschafft, gemeinsam mit dem Bund oder vor allen Dingen durch den Bund? Die Einstufung von sicheren Herkunftsländern ist weiter beschlossen. Verstärkte Grenzkontrollen sind eingeführt und deren Wirksamkeit, merken wir schon, ist vorhanden. Die Abschiebungen werden erleichtert. Der Gesetzentwurf, dafür haben wir auch abgeschlossen. Die Absenkung der Sozialleistung für Flüchtlinge ist teilweise umgesetzt. Und die schnellere Aufnahme für Asylbewerber ist, Arbeitsaufnahme ist erleichtert worden. Wir sind an der Bezahlkarte dran. Das ist eine gemeinsame Vereinbarung mit Bund und Ländern. Der Bund arbeitet an einer Gesetzgebung, aber wir haben es ja heute schon gehört. Die Länder können das machen. Und wir arbeiten an einer europäischen Asylreform. Was mir wichtig ist, und das, glaube ich, sollten wir uns alle in diesem Haus noch mal vergegenwärtigen, mit solchen Anträgen lösen wir ja die Probleme nicht. Da kommen wir ja keinen Schritt weiter. Sondern wir müssen gemeinsam versuchen, durch einen stetigen Austausch, aber auch durch gemeinsame Arbeit, hier Lösungen für die Migration in Deutschland zu finden, und zwar für eine gesteuerte Migration, für eine gesteuerte Einreisung. Und ich sage noch sehr deutlich, die Belastung der Kommunen ist natürlich groß, die ist riesig. Aber wir können das nur stützen, indem Bund und Länder gemeinsam arbeiten. Und nicht anders wird es gehen. Und die Bundesländer stehen da sehr stark in der Pflicht, die Mittel, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich an die Kommunen weiterzureichen. Denn nur so kann Integration gelingen. Und ich will noch mal sehr deutlich sagen, Ich habe auch in der Presse öfters gelesen von dieser Frage der Obergrenze für Einwanderung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Für Migration. Das ist natürlich etwas, wo wir alle wissen, dass es überhaupt nicht realisierbar ist, gesetzlich nicht. Ich bin der Meinung, nur wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir diese Migrationskrise gemeistern, und zwar für was Positives in Deutschland. Okay, Ihre Redezeit ist vorbei. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Petra Nikolais. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flüchtlingskrise, mit der wir ja jetzt seit Jahren konfrontiert sind, ist nicht nur eine statistische Herausforderung, sondern ein menschliches, ein soziales und letztendlich natürlich auch ein kommunales Phänomen. Im Jahr 2023 wurden knapp 330.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Und alleine jetzt in den beiden ersten Monaten im Jahr 2024 kamen noch mal 47.000 Erstanträge hinzu. Das sind hunderttausende Menschen, die in den Schulen, in den Kitas und in Sozialeinrichtungen unserer Städte und Gemeinde unter menschenwürdigen Bedingungen untergebracht werden müssen. Und die Bedeutung der heutigen Debatte für unsere kommunalen Einrichtungen und Entscheidungsträger liegt auf der Hand. Die Frage, wie wir als Bundesrepublik Deutschland auf die nicht abreißenden Flüchtlingsströme reagieren, wird letztendlich auf kommunaler Ebene beantwortet. Und lieber Kollege Boginski, auch wenn der Bund mit im Boot ist, die Kommunen sind letztendlich diejenigen, die es austragen. Im Kern unseres Antrags stehen mehrere Forderungen, die eine spürbare Entlastung bringen würden. Und ich gehe kurz auf vier Punkte ein, die aus unserer Sicht wichtig sind für unsere Länder und die Kommunen. Erstens. Der Antrag fordert den Ländern regelmäßig Zugangsprognosen über die Migrationsentwicklung zur Verfügung zu stellen. Und diese Prognosen sind unverzichtbar, denn sie erlauben es unseren Städten und Gemeinden, sich besser auf die Ankunft und von Asylbewerbern eben vorzubereiten, adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und Integrationsmaßnahmen rechtzeitig zu planen. Und diese Daten sind die Basis für weitere Maßnahmen. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und zweitens. Und zweitens. Asylverfahren von Angehörigen aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als 5 Prozent müssen zügiger abgeschlossen werden. Lange Asylverfahren belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern eben auch unsere Kommunen, die wir, die für die Unterbringung zuständig sind. Und beschleunigte Verfahren können dazu beitragen, Unsicherheiten für alle Akteure zu reduzieren und die Integrationschancen zu verbessern. Drittens. Wir müssen den Bundesländern jede Möglichkeit der Unterstützung zukommen lassen, damit abgelehnte Asylbewerber konsequent in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Und dies ist besonders für die Kommunen wichtig, da die Rückführung abgelehnter Asylbewerber oft schwierig, wir haben es gehört, und ressourcenintensiv ist. Das wirkungslose sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz, das von der Ampelfraktion beschlossen wurde, ist wirklich mehr als ungeeignet und eine klassische Verschlimmbesserung. Und viertens und letztens. Um den Bau von Asylbewerberunterkünften sowie sozialen Einrichtungen wie Schulen und Kitas zu beschleunigen, fordert unser Antrag eine zeitnahe Umsetzung von Erleichterungen im Bau- und Vergaberechtigkeit. Denn dies würde den Kommunen ermöglichen, schneller auf Bedarfsänderungen zu reagieren und einen Teil der überbordenden Bürokratie zu umgehen. Lassen Sie mich abschließend eines sagen. Die Kommunen blicken ganz genau auf die heutige Debatte zu unserem Antrag, und die kommunalen Entscheidungsträger sind es leid, mit leeren Phrasen der regierenden Politiker abgespeist zu werden. Und liebe Kollegin Jurisch, Sie haben hier die Länder in die Pflicht genommen, die Länder arbeiten und Erstaufnahmeeinrichtungen auf den Weg zu bringen, ist nicht ganz einfach. Die Herausforderungen kennen Sie. Das kleine Schleswig-Holstein hat mit 2,8 Millionen Einwohnern sieben Erstaufnahmeeinrichtungen auf den Weg gebracht, die letzte Ende letzten Jahres. Die Standortsuche ist ein Problem. Die Akzeptanz und die Unterbringung dann entsprechend inkontrinern möchte auch niemand. Ich appelliere an Sie und an Ihre Verantwortung. Bitte um Zustimmung des Antrages. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Zuschauende. Der Oppositionsantrag mit dem Titel Länder und Kommunen in der Migrationskrise nicht im Stich lassen, und der Bund muss Vereinbarungen mit den Ländern umsetzen, ja, dieser Titel ist nichts anderes als parteipolitischer Populismus. Denn im Widerspruch dazu belegen Sie ja gerade mit Ihrem Antrag insbesondere die beachtliche Leistungsbilanz der Bundesregierung auf nationaler und europäischer Ebene in Asyl- und Migrationsfragen in den letzten zwei Jahren. Unsere Kanzlerin, unser Kanzler und unsere Innenministerin haben zahlreiche Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, um gerade Asyl- und Migrationsfragen eben auch sachgerecht zu regeln. Gemeinsam mit den Ländern und Kommunen sind in zentralen Fragen, sind zentrale Fragen abgearbeitet worden und Vereinbarungen und Maßnahmen eben auch getroffen worden, zuletzt noch im März 2024, vieles, was in der letzten Legislatur unter Ihrem Innenminister nicht mal ansatzweise angegangen worden ist. Aktuell sind wir zu vielen Punkten eben auch bereits in der Umsetzungsphase. Ihre Ungeduld in allen Ehren, das verstehen wir auch, aber die bislang ergriffenen Maßnahmen, die werden natürlich jetzt erst nach und nach bald wirken. Konkret zu nennen sind eben die gesetzlichen Schritte zur Entbürokratisierung im Asyl- und Ausländerrecht, das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung von abgelehnten AsylbewerberInnen, was auch erst im Februar in Kraft getreten ist, ebenso auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung der Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht ist in der Schlussphase der parlamentarischen Beratung. Die vereinbarten gesetzlichen Änderungen auch für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind eben auch erst gerade in Kraft getreten. Und die in den letzten Tagen viel diskutierte Bezahlkarte, ja, auch diese wird kommen. Die Bundesregierung hat Formulierungshilfen dazu auch auf den Weg gebracht. Die gesetzlichen Regelungen auch zur schnelleren Arbeitsaufnahme von Geflüchteten sind auch gerade erst in Kraft getreten. Bund und Länder wollen auch weiter die Anstrengungen intensivieren, um insbesondere Geflüchtete auch schneller in den Arbeitsmarkt zu bekommen, Ukrainer oder eben auch aus den acht zahlenmäßig stärksten Asylherkunftsländern. Mit dem Ende 2022 beschlossenen Gesetz zur Einführung des Chancenaufenthaltsrechts erhalten geduldete Menschen nun auch endlich mal die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzunehmen und können darüber ein reguläres Bleiberecht auch erhalten, in dem sie ihren Lebensunterhalt eben selber verdienen. Weiter haben sich Bund und Länder und Kommunen auch auf die Aufteilung der Flüchtlingskosten einigen können. Der Bund wird zeitnah einen entsprechenden Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes vorlegen und auch verabschieden, damit eben noch in diesem Halbjahr 2024 auch der erste Abschlag an die Länder gezahlt werden kann. Wir stellen Bundesimmobilien Mietzinsrei zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung und wir haben auch Ausnahmen im Baurecht geregelt, damit Kommunen schneller Wohnraum schaffen können. Ja, alles Maßnahmen, die der Bund getroffen hat und die auch Länder und Kommunen wirksam entlasten werden. Soweit Sie dann in Ihrem weiteren Antrag alles zusammengeschrieben haben, was man auf europäischer Ebene mal besprechen könnte, habe ich da auch gute Nachrichten für Sie, denn unsere Innenministerin hat auf europäischer Ebene eben wegweisende Erfolge errungen. Wir haben das GEAS-System jetzt auf neue Beine gestellt und das wird jetzt in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Da werden dann alle Fragen, auch was Dublin etc. und Verteilung angeht, auch noch mal in dem Zusammenhang erörtert werden. Frontex werden wir auch weiter unterstützen und die Frage, die jetzt in letzter Zeit aktuell ist, die Sie aufgeworfen haben, ob wir Asylverfahren in Drittstaaten in Betracht ziehen können, ja, das prüfen wir. Aber ich gebe auch mal zu bedenken, dass eben dann auch das Urteil, was Großbritannien da kassiert hat, wissen wir, Menschenrechtskonvention und Genfer Flüchtlingskonvention kann man eben darüber nicht aushebeln. Und wir müssen uns dann fragen, ob wir auch die Einhaltung dieser Standards in diesen Drittstaaten überhaupt garantieren können. Da habe ich so meine Zweifel, insbesondere auch wenn ich an die Komplexität denke und auch an die Kosten, die solche Verfahren verursachen werden. Und, liebe Union, ich gebe Ihnen mal zu bedenken, dass ungefähr 8 Millionen Menschen in Drittstaaten, in UNHCR-Camps Flüchtlinge im Moment ausharren. Und ja, alles Flüchtlinge sind, die auch den Weg nach Europa gar nicht schaffen. Das mal zur Information. Am Ende haben wir keine Möglichkeit, eben diese Einhaltung dieser Standards auch zu garantieren. Dann haben wir im Zusammenhang, die Bundesregierung eben auch, wurde heute auch schon angesprochen, werden zahlreiche Migrationsabkommen und Rückübernahmeabkommen verhandelt. Mit Georgien ist das passiert. Mit Marokko ist eine Partnerschaft verabredet. Mit weiteren Herkunftsländern sind wir insoweit im Gespräch. Abkommen mit Staaten. Alles, was bisher nicht passiert ist. Genau. Mit Abkommen mit Staaten, wo wir die geringen Anerkennungsquoten haben, die nach Deutschland kommen, sind eben auch beabsichtigt. Und da spielt es dann am Ende keine Rolle, wie viel Prozent das sind. Wir wollen einfach ein Konzept, das zusammenpasst. Und dann kann man sich nicht nur auf einige konzentrieren. Die verstärkten Kontrollen an den Grenzen, da sind wir heute auch schon gelobt worden, die wir jetzt eingeführt haben, die zeigen eben Wirkung. Die Polizei hat das auch in der Form bestätigt. Und die Zahlen bestätigen das auch. Wir brauchen aber Einwanderung auch in den Arbeitsmarkt, bei allem, was wir hier diskutieren. Und das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, was wir auf den Weg gebracht haben, was auch mit Ihnen viele Jahre nicht möglich war, das wird eben auch jetzt, wird jetzt da auch hoffentlich viele Lücken schließen können. Wir trennen insgesamt Migration gezielt von Asylverfahren und eben auch von Erwerbsmigration. Und werte Kolleginnen und Kollegen, Länder und Kommunen im Stich lassen. Nach all dem, was wir heute hier besprochen haben, da kann nicht mal ansatzweise die Rede davon sein. Ganz im Gegenteil. Es wurde intensiv mit Ländern und Kommunen eben auch zusammengearbeitet, um diese Erfolge zu erzielen, die wir auch bislang erzielt haben und die auch in nächster Zeit wirken werden. Was die Bundesregierung erreicht hat, verdient Anerkennung und nicht diese Form von Populismus. Und wenn ich mich mit Zukunftsforschern unterhalte, dann sagen die Zukunftsforscher, die Zukunft wird gut und die Zukunft für Deutschland wird auch gut. Und wir sollten mal aufhören mit dem Bejammer und den Menschen draußen auch mal sagen, dass wir eine gute Zukunft zu erwarten haben und nicht alles immer schlecht ist, die wir in unserer Gesellschaft verursachen. Liebe Frau Litschina-Bode war das Mitglied der SPD-Fraktion und da auch in der SPD-Arbeitsgruppe Migration und Integration. Für die Gruppe Die Linke spricht nun Klara Bünger. Sie ist dort fluchtpolitische Sprecherin. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Unionsfraktion hat auf drei Seiten einen ganzen Katalog von Maßnahmen der Abschottung und Entrechtung zusammengetragen. Darunter Stärkung von Frontex, EU-Türkei, die neu auflegen, Grenzkontrollen an innereuropäischen Grenzen und Sozialleistungen noch weiter absenken. Eigentlich soll es aber laut Überschrift aber um etwas ganz anderes gehen, um die Unterstützung der Kommunen. Aber davon kann man in diesem Antrag nichts lesen. Stattdessen missbrauchen Sie wieder mal die Situation der Kommunen, um die Stimmung gegen geflüchtete Menschen noch weiter anzuhalten. Und das, obwohl gerade Millionen Menschen gegen den Rechtsruck und die Deportationspläne von rechts demonstrieren. Und wir alle wissen hier, dass man die Gründe der Flucht nicht einfach abstellen kann. Menschen fliehen beispielsweise aus Nordsyrien, weil Erdogan dort völkerrechtswidrig kurdische Gebiete bombardiert. Und Deutschland ist einer der engsten Partner der Türkei. Menschen fliehen, weil Kriege oder Zerstörung von Lebensgrundlagen ihnen keine andere wahrlassen. Das ist der Grund. Aber zurück zu Ihrem Antrag, in dem es ja eigentlich um Kommunen gehen soll. Ich frage mich ernsthaft, ob Sie mal bei den Kommunen nachgefragt haben, was sie eigentlich brauchen. Ich habe das nämlich getan. Ich habe über 120 Kommunen angeschrieben und gefragt, was sie wirklich brauchen. Und das, was die Kommunen geantwortet haben, hat, oh Wunder, gar nichts mit dem zu tun, was bei Ihnen in dem Antrag steht. Herr Throm, was Sie hier referiert haben, stimmt einfach nicht mit dem, was die Kommunen fordern. Ich sage Ihnen mal, was die Kommunen durch die Bank weggefordert haben. Mehr Geld für strukturelle Förderung, beispielsweise Integrationskurse und Sprachklassen. Und da muss ich sagen, ist es schon ein Riesenskandal, dass die Unterstützung der Kommunen pro Person heute geringer ist als 2015. Inflationsbereinigt könnte man sagen, Kommunen bekommen heute 25 Prozent weniger Geld vom Bund pro Asylbewerber als unter Kanzlerin Merkel. Dazu kommt, seit Jahrzehnten werden Kommunen kaputtgespart. Und genau das lassen Sie aber galant weg, wenn Sie die Menschen, wie Sie in Ihrem Antrag das nicht thematisieren. Sie machen die Menschen, die vor zwei Monaten nach Deutschland gekommen sind, dafür verantwortlich, dass in 30 Jahren hier die Kommunen kaputtgespart wurden. Und genau das schreibt beispielsweise die Stadt Reutlingen. Die Flüchtlinge sind eben nicht die Ursache von den Infrastrukturproblemen. Was brauchen wir also, was brauchen wir also tatsächlich? Nachhaltige finanzielle Unterstützung der Kommunen, damit sie die ankommenden Menschen, die geflüchteten Menschen, menschenwürdig aufnehmen und versorgen können. Und das fordern die Kommunen übrigens auch selber. Und das würde allen Menschen zugutekommen. Mein letzter Satz, was wir nicht brauchen, ist mehr Abschottung und Entrechnung von Schutzsuchenden. Und das Ruanda-Modell, dass das ernsthaft hier diskutiert wird, ist eine Schande für diese Bundesregierung. Klara Bünger war das für die Gruppe Die Linke. Nächster Redner ist nun Matthias Helferich. Er ist fraktionslos, ist ja mit der AfD ursprünglich in den Bundestag gekommen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, guter Antrag. Liebe CDU, CSU, Herr Throm, wirklich Chapeau. Das war eine gelungene Oppositionssimulation. An zahlreichen Stellen in Ihrem Antrag kritisieren Sie die migrationspolitische Blockadehaltung der Grünen-Partei und Ihrer Vorsitzenden lang, um sich als Gegenspieler des bunten Blocks hier im Hause zu inszenieren. Die Realität ist aber eine andere. In NRW schwärmt Ihr Ministerpräsident Wüst von dem Potenzial schwarz-grüner Regierung. Ausbleibende Abschiebungen und Kuscheljustiz für Clans sind bei dieser Machtoption eben eingepreist. Auch in meiner Heimatstadt Dortmund rühmt sich die Rats-CDU für ihre Projektpartnerschaft mit den örtlichen Grünen. Das verpflichtet nun mal zum Stillhalten, wenn die Pleitekommune Dortmund für rund 35 Millionen Euro neue Containerdörfer und Asylhotels plant. Was Massenmigration ganz konkret für unsere Kommunen bedeutet, zeigen drei Beispiele aus NRW. In Erkrad metzelt ein Nordafrikaner junge Mädchen nieder, um ihre Handtaschen zu erbeuten. Er lässt seine Opfer schwer verletzt am Feldrand zurück. In Duisburg sticht ein Deutsch-Bulgare. Wahllos, Herr Hartmann, in die Köpfe von Grundschulkindern. Sie überleben nur knapp. Und in meiner Heimatstadt Dortmund kassiert der Afro-Dortmunder Mr. Cash Money über Scheinvaterschaften rund 1,5 Millionen Euro. Deutschland ist zum Paradies für Messerstecher geworden. Deutschland ist ein Beuteland für Fremde. Hoffnung für unsere Heimat wird es mit der CDU, CSU nicht geben. Sie werden es für eine Koalition mit der Grünen Partei erneut verraten. Ich hoffe für Sie, dass die politische Ménage à trois von CDU, CSU und Ricarda Lang das alles wert ist. Ich werde Sie an Ihre Worte nach der nächsten Bundestagswahl erinnern. Es gibt nämlich Kräfte in diesem Land, in diesem Haus, Herr Trom, die Ihnen 2015 weder vergessen noch verzeihen werden. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Leon Eckert. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Kaum ist ein MPK-Beschluss gefasst, legt die Unionsfraktion uns einen neuen Antrag auf den Tisch, anstatt gemeinsam Bund und Länder zusammen an einem Strang zu ziehen und das mit schmerzhaften Kompromissen, wie unser Kollege Emmerich für uns gesagt hat, müssen Sie eine Woche nach der MPK reflexartig nachlegen. Ich möchte auf drei aus meiner Sicht gefährliche Forderungen der Union eingehen, die den Antrag dominieren und die Debatte. Und zwar erstens die Söder-Bezahlkarte. Ich zitiere die CSU. Unsere Bezahlkarte kommt schneller und ist härter. Bedeutet, hunderte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Landratsämtern werden nach Vorstellungen der CSU in Zukunft die Einkäufe von Menschen durchwühlen. Zuerst durchsucht Söder nach eigenen Aussagen den Einkaufswagen nur nach Alkohol. Aber die Saat ist damit gelegt für den übergriffigen Freistaat. Wie geht die Söder-Bezahlkarte weiter? Unionsabgeordnete fordern bereits jetzt die Bezahlkarte für Bürgergeldempfänger. Und nach einem ungünstig verlaufenden Termin dann im Landratsamt sperrt Söder die Schokolade oder die Süßigkeiten auf der Bezahlkarte. Ein fataler Vorschlag, bei dem die Kolleginnen und Kollegen, an die ich an Sie appelliere, die Gefahren dieser Maßnahme nicht zu unterschätzen, die in so einer Bezahlkarte drinstecken. Zweitens. Seit Seehofer ist die bayerisch-österreichische Grenzregion in wirtschaftlicher Geiselhaft mit Millionen Schäden für die Wirtschaft vor Ort. Pendlerinnen und Pendler stehen stundenlang in Schlangen, während die Polizeigewerkschaft selbst sagt, sinnvoller wäre flexibel statt stationär, weil die Kontrollpunkte bekannt sind. Und oh Wunder, man kann einfach außenrum fahren. Drittens. CSU-Zwangsdienst. Ich meine gemeinnützige Arbeit, wie es von vielen Landräten von der CSU genannt wird, legen Kommunalverwaltungen lahm und halten Menschen von sinnvollen Integrationsmaßnahmen ab. Der Bäcker in Traunstein findet keinen Azubi, während Asylbewerber von ihnen als faul bezeichnet werden und mit Arbeitsverboten belegt werden. Absurde CSU-Logik. Was wir jetzt brauchen, ist eine echte Integration und die Unterstützung des Bundes für die Länder und Kommunen. Dafür entlasten wir die Kommunen finanziell bei der Unterbringung und Integration, erleichtern den Zugang zum Arbeitsmarkt. Und vor allem tun wir eins nicht, Scheinlösungen vorschlagen auf Kosten der Schwächeren. Und zum Ende meiner Rede möchte ich noch anmerken, dass aus meiner Sicht es nicht geht mit der Geschäftsordnung, dass hier AfD-Parteifunktionäre die Redezeit der AfD erweitern, nur weil sie sich als Fraktionslose tarnen. Ich glaube, da sollten wir noch mal drüber reden. Leon Eckert war das. Und auch die nächste Rednerin ist fraktionslos, war ehemals in der AfD-Fraktion. Das ist Joanna Cotar. Frau Präsidentin, werte Kollegen! Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten berieten nunmehr zum vierten Mal in einem Jahr, wie man die Zuwanderung nach Deutschland begrenzen könnte. Und herauskam nichts. Stattdessen war man stolz darauf, die Besprechung diesmal so kurz gehalten zu haben. Liebe Kollegen, und wenn Sie sich die Nächte um die Ohren schlagen müssen, die Bürger haben ein Recht darauf, dass verantwortliche Politiker endlich eine Lösung für ein Problem finden, das dieses Land seit mittlerweile zehn Jahren belastet. Und mit dieser MPK lässt die Bundesregierung, die Kommunen und die Menschen vor Ort einmal mehr im Stich, die nicht mehr wissen, woher sie Wohnraum, Geld, Schul- und Kitaplätze und auch Geduld hernehmen sollen. Und gleichzeitig empören sich alle hier über die guten Umfrageergebnisse der AfD. Dabei ist es ganz einfach. Die Leute haben die Schnauze voll. Die Leute haben die Schnauze voll von ihrer Politik und von ihren Ausflüchten und dafür sich für dumm verkaufen zu lassen. Dass sie sich nicht mal ansatzweise bemühen, die Probleme dieses Landes zu lösen. Und es sind nicht nur die Deutschen. Es sind auch die Ausländer. Und es sind die Deutschen mit Migrationshintergrund. Die sagen, genug ist genug. Die haben sich hier nämlich ein Leben aufgebaut. Die haben etwas geleistet. Die haben sich integriert. Die haben nie die Hand aufgehalten, sondern gearbeitet. Oft in weniger gut bezahlten Jobs. Und die sehen dann, dass andere hierher kommen, Forderungen aufstellen und mit Hilfe von NGOs auf alle möglichen Rechte klagen und dann rundum versorgt werden. Das ist nicht fair. Das Leben in Deutschland ist für viele nicht mehr fair. Für die Rentner, für die Leistungsträger, für die Alleinerziehenden, für die Familien, für die, die sich hier anständig benehmen, arbeiten und Steuern bezahlen. Und dafür tragen sie die Verantwortung. Und anstatt das anzugehen und die Sorgen ernst zu nehmen und die Bürger massiv zu entlasten, das Land wieder zu einen, machen sie das Gegenteil und ignorieren die Realität vieler Bürger. Es ist nicht schwer, das Migrationsproblem zu lösen. Die Vorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch. Man muss es nur wollen. Und das ist das Problem. Die Ampel gegen die Bürger, sie wollen nicht. Aber das Schöne ist, nächstes Jahr bei den Wahlen werden die Bürger gewinnen. Herzlichen Dank. Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser Debatte zur Integration in den Ländern und Kommunen. Das ist Detlef Seif für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Debattenbeiträge der Ampelvertreter höre, dann merke ich, dass das Problem relativiert wird, dass das bei Ihnen völlig aus dem Blick geraten ist. Man hat es nicht wahrgenommen bei Ihren Beiträgen. Der andauernde und im Ergebnis nicht gesteuerte und kontrollierte Zugang von Menschen in unser Land belastet uns in erheblichem Umfang. Und die Länder und Kommunen sind längst an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Gehen Sie in die Kindertagesstätten, gehen Sie in die Schulen, gehen Sie in die Verwaltungen. Sie sehen überall Überlastung. Die Menschen stoßen auch persönlich an ihre Grenzen. Der Wohnungsmarkt ist mehr angespannt. Es brennt in diesem Land. Bei diesem Sachverhalt ist auch gelungene Integration bloßes Wunschdenken. Wir haben eine Krise, und die muss gelöst werden. Die Frage ist, wie, wenn mir ein AfD-Vertreter ohne Differenzierung sagt, wir müssen die Migration auf null zurückführen und dann vielleicht die nächsten zehn Jahre ohne Differenzierung auf EU-Zuwanderung, auf Zuwanderung im Bereich Arbeitsmigration, auf sonstige Zuwanderung, dann ist das völlig falsch und macht deutlich, welches Weltbild Sie haben und welches Menschenbild Sie haben. Das lehnen wir hier alle ab in diesem Haus. Auf der anderen Seite, lieber Helge Lindh, die Migration ist zwar nicht die Mutter aller Probleme, aber ungelöste Probleme führen zu einer Krise. Und es geht genau darum, es geht nicht darum, Migration zu verteufeln, sondern zu erkennen, dass wir hier auch Lösungen brauchen. Und alleine Sie sprachen von offenem Herz, offene Gesellschaft, lösen wir das Problem nicht. Und eins zur Klarstellung, die ungelöste Situation als solche und nicht die Diskussion über die Migrationskrise führt gerade auch zur Stärkung der politischen Extreme. Ich verstehe nicht, dass Sie den Zusammenhang bis heute nicht begriffen haben, meine Damen und Herren. Und Kollegin Anweruschka-Jurisch, also hochgeschätzt, Sie sind intelligent, Sie kennen sich in den Themen aus. Ich war nicht enttäuscht, dass Sie nicht meine Meinung vertreten haben, aber dass Sie hier den falschen Duktus gesetzt haben. Sie wissen genau, auch die Einigung im Geass wird die Probleme in Gänze nicht lösen können. Wir haben jetzt schon ein Geass. Wir haben jetzt schon Rechtsvorschriften. Das Problem ist, dass viele Mitgliedstaaten sich nicht daran halten, im Bereich der Registrierung, im Bereich der Zuständigkeiten. Und die werden sich auch beim neuen Geass wegducken. Und deshalb müssen wir hier flexibel sein und neue Lösungen finden. Und die ersten sind die, die wir im Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion heute haben. Und eins zur Klarstellung. Wenn wir über sichere Drittstaatsverfahren reden, da sind Welten dazwischen. Wir als Fraktion sagen, die irreguläre Migration kann man nur zurückdrängen, wenn man den Anreiz nimmt, in die Europäische Union zu kommen. Das schafft man nur, indem alle Asylverfahren in sichere Drittstaaten verlagert werden. Was Sie wollen, auch Kollege Castellucci, Sie wollen sogar Antragstellungen in den Drittstaaten möglich machen. Welcher Irrsinn! Ein neuer Zuzug, eine neue Massenmigration. Fangen Sie endlich an, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Lassen Sie sich nicht von den Grünen durch den asylpolitischen Nasenring in der Arena rumziehen. Und Herr Bundeskanzler, zeigen Sie Führung. Es ist eine Schicksalsfrage, wie auch unser verstorbener Kollege Wolfgang Schäuble gesagt hat, für die Europäische Union, aber auch für Deutschland. Werden Sie tätig im Sinne dieses Landes. Danke. Soweit hier diese Debatte, wie die Migration in Deutschland verbessert werden kann. Es gab ja auch schon zwischen Bund und Ländern, wie hier auch in der Debatte gesagt wurde, viele Diskussionen darüber. Wir schauen schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Bekämpfung linksextremistischer Gewalt. Der Linksextremismus ist in den vergangenen Wochen ja durchaus in den Schlagzeilen gewesen. Nicht nur, weil die frühere RAF-Terroristin dann ja Klette gefasst wurde, sondern weil es auch einen Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik in Brandenburg gegeben hat, zu dem sich eine als linksextremistisch eingestufte Organisation bekannt hat. Nichtsdestotrotz, laut den aktuellsten Zahlen, die wir haben zur Zahl linksextremistisch motivierter Straftaten, gingen diese 2022 um rund 37 Prozent zurück. Jede Zahl, jeder Anschlag ist natürlich zu viel, jede Straftat. Trotzdem von 10.113 auf 6.976. Also knapp 7.000 linksextremistisch motivierte Straftaten gab es 2022. Zum Vergleich dazu, die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten stieg im Jahr 2022 um knapp 4 Prozent auf 23.500. Von der AfD-Fraktion gibt es eben zur linksextremistischen Gewalt einen Antrag und als erster spricht nun Martin Hess. Zum Linksterrorismus entwickelt. Und die Bundesinnenministerin schaut dieser für unsere aller Sicherheit zur gefährlichen Entwicklung nicht nur tatenlos zu. Nein, durch ihre ideologisch bedingte, völlig verfehlte Fokussierung auf den Kampf gegen rechts ist sie selbst zum Brandbeschleuniger dieser Entwicklung geworden. Das ist inakzeptabel und kann nicht länger hingenommen werden. Dass wir in unserem Land bei der Terror- und Extremismusbekämpfung dringend eine Kurskorrektur brauchen, haben nicht zuletzt die Fälle einer festgenommenen RAF-Terroristin und der Anschlag der linksextremistischen Vulkangruppe auf die kritische Infrastruktur in unserem Land gezeigt. Die mit Haftbefehl gesuchte RAF-Terroristin Klette wurde nicht, wie man das in einem Rechtsstaat erwarten müsste, durch Polizeibehörden, sondern durch Journalisten entdeckt, die einfach in öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert haben und dadurch auf die Spur dieser Schwerverbrecherin gekommen sind. Denn diese Staatsfeindin lebte mitnichten im Untergrund. Sie hat völlig ungeniert am normalen gesellschaftlichen Leben teilgenommen, hat Nachhilfe gegeben und war Tanzlehrerin. Und trotzdem war sie für unsere Sicherheitsbehörden unauffindbar. Und die Innenministerin erdreistet sich allen Ernstes, diesen Erfolg dann der eigenen angeblich so erfolgreichen Sicherheitspolitik zuzuschreiben. Frau Feser, die jetzt leider wieder mal nicht da ist, für wie blöd halten Sie eigentlich die Bürger unseres Landes? Die Wahrheit ist, dieser Vorgang ist ein Armutszeugnis für unsere Sicherheitsorgane und zeigt die ganze Dysfunktionalität unseres Staates in diesem zentralen Sicherheitsbereich. Und das muss endlich ein Ende haben. Und das belegt auch das staatliche Agieren in Bezug auf die linksterroristische Vulkangruppe. Diese hat zuletzt in Brandenburg einen Brandanschlag auf einen Strommasten verübt, der durch den erzeugten großflächigen Stromausfall nicht nur Hunderte von Millionen Euro Schaden im dortigen Tesla-Werk verursacht hat, sondern vor allem auch zu einer Lebens- und Gesundheitsgefahr für Patienten, in dem vom Stromausfall betroffenen Kliniken und Arztpraxen geführt hat. Supermärkte konnten über Tage nicht beliefert werden. Aber das war nicht der erste Anschlag dieser Gewaltverbrecher. Diese Terroristen verüben seit 2011 solche Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur. Und die letzte Sitzung des Innenausschusses hat klar und eindeutig ergeben, dass bis zum heutigen Tage nicht ein einziger Tatverdächtiger identifiziert, geschweige denn festgenommen worden ist. Das ist ein sicherheitspolitischer Skandal. Noch blinder kann ein Staat auf dem linken Auge gar nicht mehr sein. Und das ist umso schwerwiegender, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass dieser Staat im Kampf gegen rechts alles bekämpft, was nicht links ist und dabei keine roten Linien mehr kennt. Dass in Deutschland ein Schuldirektor eine 16-jährige Schülerin aus dem laufenden Unterricht holt und ohne Anwesenheit der Eltern eine Gefährderansprache durch die Polizei durchführen lässt, weil diese auf Social Media ein Schlumpfvideo geteilt hat und die Meinung vertreten hat, dass Deutschland für sie mehr als ein Ort auf der Landkarte sei. Er sei für sie Heimat. Das zeigt doch jedem überzeugten Demokraten, dass dieser Kampf gegen rechts nichts, aber auch gar nichts mit dem Schutz unserer Demokratie zu tun hat, sondern genau das Gegenteil bewirken will, nämlich den gänzlichen Ausschluss jeder nicht linken Meinung aus dem demokratischen Diskurs. Diese links-grün-roten Politkommissare betätigen sich damit als Totengräber unserer Demokratie, Herr Hartmann, und dass sie sich jetzt sogar an unseren Kindern vergreifen, das dürfen und werden wir denen niemals durchgehen lassen. Es muss in diesem Land aufhören, dass legitime Meinungsäußerungen unter dem Deckmantel einer angeblich verfassungsrelevanten Delegitimierung des Staates verfolgt werden. Wir brauchen endlich wieder richtige Meinungsfreiheit. Und unsere Sicherheitsorgane müssen sich stattdessen endlich um tatsächliche Sicherheitsgefahren kümmern. Und dazu gehört vor allem der bisher sträflich vernachlässigte Linksextremismus und Terrorismus. Dieser muss endlich mit aller Hörte und konsequent bekämpft werden. Und wenn die AfD in Regierungsverantwortung ist, dann werden wir genau das umsetzen. Die Sicherheit unserer Bürger vor allen Extremismusformen hat für uns oberste Priorität. Und im Gegensatz zur Innenministerin ist das für uns keine hohle Phrase, sondern Verpflichtung zu aktivem Handeln. Wir werden eine klare Null-Toleranz-Strategie mit maximaler Robustheit umsetzen. Wir verbieten die linksextremistische Rote Hilfe und die Antifa. Wir schalten die linksextremistische Plattform in die Media-Org endgültig ab. Wir sorgen dafür, dass alle linksextremistisch besetzten Gebäude in Deutschland endlich geräumt werden. Und wir unterbinden die Finanzierung von Linksextremisten und Terroristen. So muss man mit Staatsfeinden umgehen, wenn man eine Sicherheit in Deutschland schaffen will. Die klare Botschaft einer AfD-Regierung an alle Linksextremisten und Terroristen lautet, die Zeiten, in denen ihr euch nahezu ungehemmt in unserer Gesellschaft austoben konntet, sind vorbei. Dieser Staat schlägt ab sofort zurück. Wir lassen uns von euch nicht länger terrorisieren. Martin Hess hat hier die Debatte eröffnet zu dem Antrag der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist nun Daniel Baldi. Er sitzt für die SPD-Fraktion im Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Antrag über die angebliche linksextremistische Unterwanderung von Organisationen endet diese Woche der Ablenkungsmanöver und Nebelkerzen bei der AfD. Denn was tun Sie denn hier genau? Sie versuchen doch von sich abzulenken. Und es ist wieder einmal offensichtlich, es kommen pikante Enthüllungen über die AfD raus. Und Sie sprechen hier über Linksextremismus. Und umso spannender, dass Sie dann, wie jetzt auch in diesem Antrag, ausgerechnet den Bundesverfassungsschutz immer wieder als Kronzeugen benennen. Und das bringt uns direkt zum ersten Punkt, von dem Sie diese Woche ablenken wollen. Bei der Bundesverfassungsschutz stuft Sie als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Sie wehren sich vor einem Gericht und veranstalten diese Woche eine reine Show, um dann das Urteil bis nach den Landtagswahlen zu verschleppen. Und Sie können das Oberverwaltungsgericht Münster beschäftigen und hinhalten, solange Sie wollen. Aber eins steht doch ganz sicher fest. Sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Nein, Sie stehen ganz tief drin in einer Grube voll braunem Mist. Und kommen wir dann zum zweiten Ereignis diese Woche, von dem Sie hier gerade ablenken möchten. Ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks enthüllt, dass mehr als 100 Menschen aus der rechtsextremen Szene bei Ihnen, bei Ihnen als Abgeordneten, bei Ihnen als Fraktion beschäftigt sind. Und mehr als die Hälfte Ihrer Abgeordneten beschäftigt Mitarbeitende aus dem rechtsextremen Spektrum. Und jetzt wird zumindest mir auch klar, was Sie immer damit meinen, wenn Sie den demokratischen Fraktionen nämlich vorwerfen, Sie würden Steuergelder an Staatsfeinde auszahlen. Sie meinen damit nämlich die Mitarbeitendenpauschale für Abgeordnete, die Sie an Verfassungsfeinde auszahlen. Aber für dieses Problem gibt es eine sehr einfache Lösung. Wenn Ihnen so viel an unserer Verfassung liegt, wie Sie immer behaupten, dann trennen Sie sich doch von diesen 100 rechtsextremen Mitarbeitern. Aber das werden Sie nicht tun. Und warum? Verfassungsfeindlichkeit ist bei Ihnen Einstellungskriterium Nummer eins. Deshalb werden Sie das nicht tun. Und nachdem der Nebel um Ihre Nebelkerzen jetzt ein bisschen gelüftet ist, dann doch noch ein paar Worte zu dem Antrag, der ja auch strotzt vor Falschbehauptungen und Fehlannahmen. Ihren Vorwurf der Mittelvergabe an Verfassungsgegnern verkräftigen Sie ja immer gerne, beispielsweise auch wenn es um das Demokratiefördergesetz geht. Und die Ampel hätte ja nur Rechtsextremismus im Blick und würde alle anderen Formen des Extremismus ignorieren. Und wenn man sich mal den Gesetzentwurf anschaut, was Sie offenbar nicht getan haben, dann stellt man jedoch fest, 73 Mal wird von Extremismus gesprochen und nur zweimal im Rahmen einer Aufzählung explizit von Rechtsextremismus und Linksextremismus. Es kann also gar keine Rede davon sein, von der Konzentration auf nur einen Phänomenbereich. Denn unser Gesetzentwurf achtet sehr genau darauf, die Demokratie und vor allen Dingen Demokratinnen und Demokraten zu unterstützen. Und darum wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Sie das Demokratiefördergesetz ablehnen. Man kann nämlich nur etwas fördern, was auch schon zumindest zu Teilen vorhanden ist. Und wenn man bei der AfD nach dem Schlagwort Demokratie sucht, dann kommt man leider zu dem Ergebnis Error 404, Demokratie not found. Sie sind demokratieförderunfähig. Und weil Sie in Ihrem Antrag ja den Verfassungsschutz zu Ihrem Kronzeugenerhöh erheben, zum Abschluss vielleicht noch einfach ein paar Zahlen aus dem letzten Verfassungsschutzbericht. Linksextremistische Straftaten 3847, Tendenz stark sinkend, rechtsextremistische Straftaten 20.967, Tendenz steigend. Linksextreme Gewalttaten, Reduzierung um 39 Prozent auf 602 Taten, rechtsextreme Gewalttaten, Anstieg um 12 Prozent auf 1.016 Fälle. Und jetzt hören Sie so gut zu, weil Sie in Ihrem Antrag ja auch stark auf das Thema Gefahr für Leib und Leben abstellen. Mehr als 40 Prozent aller politisch motivierten Körperverletzungen werden der politisch motivierten Kriminalität rechts zugeordnet. Sie haben eben von den vielen, angeblich vielen untergetauchten Linksextremisten gesprochen. Mehr als 600 Rechtsextremisten sind in Deutschland aktuell untergetaucht. Bei den Linksextremisten sind es 20. Und Sie können hier noch so viele Falschbehauptungen aufstellen, wie Sie wollen. Diese Zahlen lügen nicht, aber Sie tun es, Sie tun es jeden Tag. Und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und zu guter Letzt, Sie nehmen in Ihrem Antrag ja auch Bezug auf das Verfahren letztes Jahr, den Prozess gegen Lina E. aus dem letzten Sommer. Und lassen Sie mich deshalb mit einem Zitat schließen aus der Urteilsverkündung von Hans Schlüter Staats, dem Vorsitzenden Richter im Prozess gegen Lina E. Rechtsextremismus ist die derzeit größte Gefahr in Deutschland. Herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Genießen Sie das Wetter. Noch ist natürlich nicht Wochenende. Nach diesem Zusatzpunkt gibt es nämlich noch eine Debatte, die auch wichtig ist, nämlich über die Erforschung von Long-Covid. Jetzt bleiben wir aber erst einmal bei der linksextremistischen Gewalt. Und wie diese bekämpft werden kann, Michael Preilmann. Ja, gerade in diesen Tagen werden die Gefährdungen des Extremismus in all seinen Formen in Deutschland deutlich. Aber es ist schon wirklich an Unglaubwürdigkeit und Absurdität nicht zu überbieten, dass Sie als AfD hier einen Antrag einbringen, dass Sie als AfD hier einen Antrag einbringen, in dem Sie fordern, dass unser Land aktiv gegen alle Extremismusformen vorgehen muss, dass Sie eine Taskforce beim Bundesverfassungsschutz einrichten wollen, obwohl Sie selbst völlig zu Recht als rechtsextremer Verdachtfall Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutz sind. Und wir werden es in diesem Parlament deswegen nicht zulassen, dass so, wie Sie es gerade getan haben, sich als Verfechter hier unserer Demokratie ausgeben. Denn Sie sind in Wahrheit eine Gefahr für unsere Demokratie und nichts anderes. Die Medienberichte wurden gerade schon angesprochen. Man weiß ja gar nicht, vielleicht hat ja auch einer dieser Mitarbeiter, der von der Recherche betroffen ist, der einer rechtsextremen Organisation angehört, diesen Antrag sogar geschrieben. Das wird ja immer skurriler, dass Sie jetzt hier dann auch noch solche Mitarbeiter einbinden. Nein, wir brauchen als Union diesen Antrag von Ihnen nicht. Wir haben einen 360-Grad-Blick und wir werden gegen alle Gefahren des Linksextremismus vorgehen. Und der jüngste Anschlag auf das Tesla-Werk und auch die Festnahme der RF-Terroristin Daniela Kletze haben schon ein Schlaglicht auf die linksextreme Szene geworfen, die nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden ja seit Jahren leider wächst. Besonders beunruhigend ist dabei natürlich die zunehmende Intensität der Delikte. Es werden schwere Verletzungen von Bürgerinnen und Bürgern in Kauf genommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es eine konsequente Strafverfolgung gibt, aber dass wir auch über die gefährlichen Ziele und Taktiken von Linksextremisten aufklären. Und trotz dieser Gefährlichkeit des Linksextremismus haben hier in Berlin Hunderte von Menschen Sympathiebekundungen für eine RF-Terroristin geäußert. Ich sage es ganz deutlich, linksextreme Verbrecher sind genauso schlimm wie rechtsextreme Verbrecher. Sympathiebekundungen für die einen wie für die anderen sind unerträglich und dürfen wenig dulden. Aber ich sage auch, leider hat die Bundesinnenministerin pünktlich zu diesem Tagesordnungspunkt das Plenum verlassen. Auch die Bundesinnenministerin, sie muss jetzt endlich handeln. Es kann nicht nur bei verbalen Verurteilungen bleiben. Ich frage die Ministerin, wann legt sie endlich einen Aktionsplan gegen Linksextremismus? Und dazu gehört insbesondere natürlich der Einsatz hochmoderner Fahndungstechnologien. Und wir haben es bei der Zielfahndung von Frau Klette gesehen, dass keine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt worden kann. Dass die Polizei aber im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung, von Automatisierung auf solch wichtige Software nicht zurückgreifen kann, das ist Polizeibeamtinnen und Beamten, das ist aber auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären. Und deswegen muss das auf den Prüfstand und deswegen bedarf es hier auch Änderung. Denn wenn der Satz richtig ist, dass wir uns gegen jede Form des politischen Extremismus von rechts und von links mit allen Mitteln wehren, dann gehören da auch moderne Erkennungsmethoden dazu. Und lassen Sie mich zum Schluss noch auf das Thema RAF eingehen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja diese Sympathiekundgebung gegeben hat. Und ich finde, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, er hat völlig recht, das Gedenken an den RAF-Terror, er braucht einen würdigen Ort, er braucht ein Mahnmal für einen Nie wieder, das sind wir den Opfern, das sind wir aber auch den Angehörigen mehr als schuldig. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Michael Brellmann war das, für die Grünen ist die nächste Rednerin, Lamia Kador, sie ist die innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Die AfD kommt einmal mehr mit ihrem Lieblingsthema, die Ablenkung vom Rechtsextremismus. Erst recht den in den eigenen Reihen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Man könnte mal denken und einen Haken dran machen, dann wäre es ja gut oder auch nicht gut. Genau das aber ist ein weiteres Problem. Die AfD sorgt dafür, dass man der Ernsthaftigkeit linksextremistischer Bedrohung nicht mit voller Konzentration gerecht werden kann. Man muss stets erst ihre Absichten offenlegen und ihre Erzählungen dekonstruieren, bevor man zur eigentlichen Sache kommt. Nun denn, reden wir erst einmal über die Gefahr linksextremistischer Gewalt. Da die Grenzen des Linksextremismus von Ihnen und anderen ja gerne einmal verwischt werden, um möglichst viel darunter fassen zu können, lassen Sie uns Linksextremismus erst einmal erklären. Der Verfassungsschutz definiert Linksextremismus, ich zitiere wörtlich, als Sammelbegriff für alle gegen das Prinzip der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichteten Bestrebungen, die auf einer Verabsolutierung der Werte von Freiheit und sozialer Gleichheit beruhen, wie sie sich insbesondere in den Ideen von Anarchismus und Kommunismus ausdrücken, Zitatende. Linksextremisten wollen nach einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, ich zitiere, die demokratische Grundordnung mit Gewalt zerstören und eine sozialistische Ordnung einführen. Ein Ziel ist, ich zitiere weiter, dass völlige soziale Gleichheit in der Gesellschaft herrscht. Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte, die für eine Demokratie entscheidend sind, lehnen Linksextremisten ab. Was der Durchsetzung von Gleichheit im Wege steht, muss abgeschafft werden, Zitatende. Fest steht, wer Gewalt nutzt oder verherrlicht, nur um seine Interessen durchzusetzen, sei es mit tätlichen Angriffen gegenüber politisch Andersdenkenden oder mit Attacken auf Polizistinnen und Polizisten oder durch das Sabotieren der Stromversorgung bei Tesla und Ähnliches, kann in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht auf der richtigen Seite stehen, meine Damen und Herren. Solche Personen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Und genau das passiert nun auch in Grünheide, meine Damen und Herren. Der Rechtsstaat ist nämlich nicht auf dem linken Auge genauso wenig blind wie auf dem rechten Auge. Das zeigt die Festnahme von Daniela Klette und die nun laufenden Ermittlungen gegen die beiden RAF-Mitglieder der dritten Generation. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zwischen den verschiedenen Formen des Extremismus, also Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus beispielsweise, bestehen Wechselwirkungen und teilweise bedingen sie einander, wie in einem Kreislauf. Islamismus befördert Rechtsextremismus. Rechtsextremismus befördert Linksextremismus. Linksextremismus befördert Rechtsextremismus. Und Rechtsextremismus befördert Islamismus. Deshalb bleiben unsere Sicherheitsbehörden wachsam und zwar in alle Richtungen. Wichtig für uns ist jetzt, der wachsenden Radikalisierung auch politisch entgegenzutreten und ihr den Nährboden zu entziehen. Die schnelle Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes ist notwendiger denn je. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Staat ist handlungsfähig, auch gegen linksextremistische Gewalt. Eine linksextremistische Unterwanderung von Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen ist ein Hirngespinst. Aber apropos Unterwanderung durch Extremisten, und jetzt wären wir dann doch bei Ihnen, da war ja was. Die AfD beschäftigt nach Recherchen des BR, wir hören es ja gerade in ihrer Fraktion, und ihren Abgeordnetenbüros über 100 Rechtsextreme. Dass Sie hier kaltschneuzig einen Antrag zur Unterwanderung von Linksextremisten stellen, ist kaum zu unterbieten. Ja, wahrscheinlich bin ich zu gut, glaube ich, weil es wahrscheinlich noch mehr als 100 Rechtsextreme bei Ihnen sind. Es gehen tagtäglich, tagtäglich über 100 Verfassungsfeinde oder mehr, wie Sie sagen, in diesem Haus ein und aus. Sie haben Zugang zu parlamentarischen Dokumenten unter Verschlusssachen und Abläufen und werden aus Steuergeldern bezahlt, von denen Ihnen zu diesem Zweck 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Darunter sind Personen, die namentlich im Verfassungsschutzberichten erwähnt sind oder, ich weiß, es tut weh, oder Führungspositionen in beobachteten Organisationen bekleiden. Sie nahmen an Neonazi-Aufmärschen teil, stehen im Zusammenhang mit der Reichsbürgerbewegung oder gründeten lokale Pegida- oder Querdenkerableger. Da ist beispielsweise John Höver, Mitglied im Vorstand des Vereins 1 Prozent, der als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Er ist Mitarbeiter Ihres Kollegen Sebastian Münzenmeier. Oder Sie stellen Personen an, die Ihnen ja eigentlich zu radikal waren. Frank Pasemann warfen Sie als Abgeordneten aus Ihrer Fraktion. Nun ist er wissenschaftlich ein Mitarbeiter bei Jürgen Pohl. Das Gleiche gilt für den aus der AfD unter Druck ausgetretenen Marvin Neumann, der nun für Hannes Glauck arbeitet. Die Liste lässt sich weiterführen. Mario Müller, mehrfach rechtskräftig verurteilt, gilt als einer der führenden Köpfe der Identitären und war beim sogenannten Geheimtreffen von Potsdam dabei. Er arbeitet bei Jan Wenzel-Schmidt. Marie-Therese Kaiser, Mitarbeiterin bei Bernd Baumann, ist Mitglied der Identitären Bewegung und, wen wundert es, Konterkreatorin bei 1 Prozent und arbeitet nebenbei für den bildungspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Rolf Weigand. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung kommt derzeit eindeutig von rechts. Und das belegen die Zahlen, das belegt die Qualität der Taten und auch die Worte der AfD. Das hören wir Sie hier auch andauern. Wenn Sie die Unterwanderung von Verfassungsorganen durch Extremisten unterbinden wollen, dann sollten Sie sich doch von diesen über 100 Personen doch einfach trennen. Und das machen Sie ganz offensichtlich nicht. Diese rechtsextremistische Gewalt werden wir weiter politisch und gesellschaftlich bekämpfen. Diese Radikalität werden wir weiter hier transparent machen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Philipp Hartewich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Debatten und Anträgen zum Thema Extremismus in diesem Haus ist ja leider ein eher beschauliches Niveau gemein. Hier auch angefangen von der fragwürdigen Glaubwürdigkeit der Antragsteller an Extremismusfragen über die Ernsthaftigkeit des Antrags bis auch einer eher zu vermissenden Tiefgründigkeit auch bei der Einbringung. Dabei haben wir es beim Phänomen Linksextremismus mit einem ernsthaften und die Demokratie gefährdenden Problem zu tun. Linksextremismus in Deutschland zeigt sich in vielfältigen Formen von militanten Protest über ideologisch motivierte Angriffe auf staatliche Institutionen oder Unternehmen bis hin zum bewussten Unterwandern von Strukturen von innen heraus. Was all diese Erscheinungsformen vereint, ist ihre fundamentale Ablehnung unserer demokratischen Ordnung und ihrer Werte. Aus dem Verfassungsschutzbericht 2022 beispielsweise geht hervor, dass das linksextremistische Personenpotenzial auf 36.500 Personen angewachsen ist. Darunter befinden sich 10.800 gewaltorientierte Linksextremisten. Das hohe Gefahrenpotenzial mündet insbesondere in zahlreichen Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungs- und Brandstiftungsdelikten. Dabei ist klar, dass es kein neues Phänomen ist, wie die Ermittlungen zum Beispiel im Bereich RAF zeigen, aber auch kein Phänomen, das aus der Mode gekommen ist, wie es die Anschläge auf die Funktionsfähigkeit des Tesla-Werks in Brandenburg zeigen. Aber beim Thema Linksextremismus möchte ich einen Aspekt besonders herausheben. Denn für linke Gewalttäter stellt dabei insbesondere die Polizei oft ein zentrales Feindbild dar. Polizeibeamte werden mit Unaufsübelste attackiert und deformiert. Für viele Linksextremisten stehen Polizeibeamte als Symbol für unseren Staat. An dieser Stelle möchte ich klar sagen, wer Polizistinnen und Polizisten angreift, wer Menschen angreift, die sich in den Dienst unseres Landes stellen und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, der hat keinen Platz und keinen Respekt in unserer Gesellschaft. Polizeibeamte leisten jeden Tag aufs Neue einen unersetzlichen Job für unsere Bundesrepublik und verdienen daher unsere vollste Rückendeckung. Aber auch abseits vom Thema Gewalt, vielleicht zu den demokratischen Grundprinzipien wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Parteienvielfalt, auch da haben Extremisten ein eher taktisches Verständnis. Denn gemeinsam ist ihnen vor allem das Ziel, die bürgerliche Republik, ihre Institutionen und die Freiheiten zwar für ihre Ziele zu nutzen, aber sie letztendlich dann doch beseitigen zu wollen. Wir begehen in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Eine zweifelsfrei beeindruckende Bilanz. Im Kampf gegen Extremismus gibt es dabei eine historische Lehre, die sich wie ein roter Faden bereits schon durch die Ursprungsfassung zog und bis heute gilt. Eine Demokratie muss, und Demokraten müssen wehrhaft sein gegenüber den Feinden. Niemals wieder sollen demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden, um Freiheit und Demokratie abzuschaffen. Dafür allein reicht aber auch natürlich das Grundgesetz nicht aus. Erforderlich ist, dass wir, wir Bürger, es mit Leben füllen und uns unserer Verantwortung für unser demokratisches Miteinander bewusst sein. Erforderlich ist, dass wir mit Entschlossenheit und Wehrhaftigkeit die Werte unter unseres Grundgesetzes weiter achten, warnen und verteidigen. Entschlossen und wehrhaft schon im Alltag zu sein, heißt, den Willen zum Widerspruch gegen Angriffe auf Freiheit und Demokratie zu beweisen und die auftrumpfenden Lügenunwahrheiten von Freiheitsfeinden nicht mit Schweigen und Beschwichtigung hinzunehmen. Die Freiheitsfeinde dadurch werden womöglich am Ende noch ermutigt. Das ist selbstverständlich natürlich für jeden Extremismus. Als überzeugter Demokrat bin ich aber auch besorgt, besorgt über die sich manchmal doch oder manchmal insbesondere auch bei sozialen Netzwerken zu lesende Normalisierung auch von Gewalt als politisches Mittel. Ich bin besorgt über auch durchaus regelmäßig zu lesende Verharmlosungen von Straftaten, wenn das Motiv womöglich ein Heeres ist. Ich bin besorgt, dass auch Linksextremismus in zu großen Teilen der Gesellschaft salonfähig ist. In einem Rechtsstaat wie unserem darf es keinen Platz für die Rechtfertigung und Verharmlosung von Gewalt geben, unabhängig von der politisch-ideologischen Ausrichtung. Denn es ist klar, der Zweck heile ich die Mittel gerade nicht. Gewalt ist und war niemals ein Mittel des Protests und des Meinungsgebung und kann niemals auch ein Teil der Meinungskundgebung sein. Zur Debatte zum Linksextremismus gehört aber auch das Thema Linksextremismus, welches die Bevölkerung in vielschichtiger Art und Weise beschäftigt, nicht allein einem Teil des politischen Spektrums zu überlassen, sondern aktiv als demokratische Parteien dieses Hauses als Bürgerinnen und Bürger zu zeigen. Wir nehmen dieses Problem ernst. Es ist unser Anliegen. Wir lösen es. Das machen wir als Koalition und gehen die Herausforderungen stets mit der notwendigen Ehrlichkeit und Entschlossenheit an. Den Antrag brauchen wir dafür nicht. Vielen Dank. Philipp Hartewig hat hier seine Sorgen geteilt und da ist er wie mittlerweile 59 Prozent der Deutschen, die sagen, dass sie in dem politischen Extremismus mittlerweile eine Gefahr sehen. Das sind 21 Prozentpunkte mehr als noch vergangenen Sommer. Alexander Hoffmann spricht jetzt für die Unionsfraktion. Dem Grunde nach war es in der Geschichte schon immer so. Der Rechtsextremismus hat einen Teil seiner Daseinsberechtigung immer daraus geschöpft, dass er gegen den Linksextremismus kämpfen muss. Der Linksextremismus hat einen Teil seiner Daseinsberechtigung immer daraus, dass er gegen den Rechtsextremismus kämpfen muss. Im Ergebnis ist das dann auch ähnlich, wenn Sie ins Parteienspektrum gucken. Da muss man auch sagen, je weiter eine Partei nach rechts rückt, umso geschlossener ist das rechte Auge. Je weiter eine Partei nach links rückt, umso geschlossener ist das linke Auge. Das sieht man auch an dem AfD-Antrag sehr schön. Es beginnt nämlich im ersten Satz. Da lautet die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat und Träger des staatlichen Gewaltmonopols muss allen Formen des Extremismus aktiv entgegentreten. Da denke ich mir ja aber mal Hallo. Da muss ja der Schreiber ganz schön blind gewesen sein auf dem rechten Auge. Ich habe mir überlegt, Sie wissen schon, dass es ganze Landesverbände von Ihnen gibt, die als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Kommen wir aber zurück zu diesem Bild. Je weiter auf die eine Seite, desto mehr ist auch dieses Auge geschlossen. Denn ganz ehrlich, etwa so ähnlich ist es ja auch bei der Ampel. Sie haben natürlich den Kampf gegen rechts, da gilt das Prinzip höher, schneller, weiter. Und da sind wir bei Ihnen. Aber das Problem ist, dass Sie im Übrigen einen ziemlichen Linkstrall haben. Weil immer dann, wenn wir Themen ansprechen, wie zum Beispiel die letzte Generation, und sagen, die sind extremistisch, dann sagen Sie, nein, das sind die nicht, die kämpfen ja für die gute Sache. Dann wollen wir mit Ihnen reden über politischen Islamismus. Dann sagen Sie, nein, so etwas gibt es hier doch überhaupt nicht. Und wenn wir dann sagen, wir haben einen importierten Antisemitismus im Land, dann heißt es, naja, also das kann man so nicht sagen. Es gibt viele Formen von Antisemitismus und Sie relativieren das weg. Und deswegen will ich Ihnen jetzt schon mal sagen, trotz aller Unmutsbekundungen wäre ich ein Augenarzt. Dann müsste ich Ihnen auf dem linken Auge eine erhebliche Sehschwäche konstatieren, die sich unter Umständen zu einer Blindheit entwickeln können. Die Wahrheit ist, einen ernsthaften Kampf gegen alle Arten von Extremismus, den wird es nur mit der Union geben, als echte Partei der Mitte, mit zwei offenen und gesunden Augen. Und am Ende, schon noch mal zurück zum Antrag, wenn Sie sagen, der Satz stimmt ja nicht, dass Rechtsextremismus in diesen Tagen die größte Bedrohung für unser Land ist. Jetzt mal abwarten, es kommt etwas, was Ihnen gefällt, Kollege Hartmann. Da muss ich Ihnen schon ganz ehrlich sagen, es sind gerade Sie mit Ihrem Unterbau, Sie mit der Tendenz, die Demokratie aus sich heraus mit Mitteln der Demokratie zu zersetzen, die genau dazu führen, dass Rechtsextremismus in diesen Tagen sehr wohl die größte Bedrohung für unser Land ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann hier noch mal zum Schluss mit einer Klarstellung in dieser Debatte um den Antrag der AfD-Fraktion. Nächste Rednerin ist Dorothee Martin aus der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste, wir haben immer wieder einen Antrag der AfD zum Thema Linksextremismus. Und es ist schon sehr auffällig, dass von Ihnen nur Anträge zu Linksextremismus kommen. Ich habe mal nachgeschaut und ich habe mich auch gefragt, wenn Sie denn wirklich Probleme mit Extremismus im Allgemeinen hätten, da frage ich mich, wo ist denn mal Ihr Antrag gegen Rechtsextremismus? Da gibt es nämlich keinen. Sie haben in Ihrer gesamten Zeit im Deutschen Bundestag noch keinen Antrag gegen Rechts gestellt, noch keinen Antrag gegen den Kampf von rechtsextremer Gewalt. Und da könnte man doch glatt auf die Idee kommen, dass Sie gar kein so großes Problem mit Rechtsextremismus haben, meine Damen und Herren. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns Demokraten und zwischen der AfD. Wir stehen gegen jede Form von politischem, religiösem Extremismus. Wir verteidigen die Demokratie gegen all Ihre Feinde. Und im heutigen Antrag der AfD steht, dass man, ich zitiere, einer streitbaren und wehrhaften Demokratie umfassend gerecht werden muss. Ich empfehle der AfD, sich dabei wirklich mal an die eigene Nase zu fassen. Haben Sie denn genau das mal Björn Hecke gesagt, Alice Weidel, Frau von Storch oder auch Ihrem EU-Spitzenkandidaten Maximilian Kral? Weder in diesem Haus noch auf der Straße nimmt doch irgendjemand der AfD noch ab, dass Sie sich für eine streitbare und wehhafte Demokratie und Ihre Grundwerte einsetzen, meine Damen und Herren. Und Ihr Antrag, der wird ja noch unterirdischer. Die AfD behauptet darin, dass der Rechtsextremismus nicht die größte Gefahr für unser Land sei. Das ist schlicht falsch. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Es gibt in Deutschland jeden Tag 57 rechtsextreme Straftaten. Es gibt fast drei Gewalttaten von Rechtsextremen jeden einzelnen Tag. Aber davon hört man von der AfD einfach nichts. Sagen Sie doch einfach mal was dazu. Und schauen wir uns doch allein mal diese Woche an. Wir reden von einer Woche, in der die AfD durch das unrechtmäßige Besetzen des Platzes der Ausschussvorsitzenden im Gesundheitsausschuss hier einen astreinen Putschversuch im Deutschen Bundestag unternommen hat. Das war eine versuchte Selbstermächtigung gegen jeden demokratischen Anstand. Und wir reden von einer Woche, in der enthüllt wurde, und auch das muss man immer wieder sagen, dass die AfD in ihren Büros über 100 Rechtsextremisten beschäftigt. Wir reden von einer Woche, in der sich wieder einmal ein Gericht damit beschäftigt, wie verfassungsfeindlich die AfD ist. Und ich bin mir hier ganz sicher, dass auch das Oberverwaltungsgericht Münster juristisch bestätigen wird, was politisch schon ganz lange klar ist. Die AfD ist recht extrem, und sie gehört deshalb auch umfassend beobachtet. Meine Damen und Herren, die AfD krakelt im Antrag und ja offenbar auch hier im Plenum, auch nach mehr Transparenz. Auch hier mein Tipp, fangen Sie doch mal damit bei sich selbst an. Legen Sie doch mal Ihre halbseitenden Finanzströme offen. Legen Sie doch mal offen, mit welchen Regimen Sie zusammenarbeiten, die unseren Staat bekämpfen und beschädigen wollen. Machen Sie doch mal transparent, wen Sie hier ins Haus holen. Das sind Rechtsextremisten, das sind Verschwörungstheoretiker, das sind Gewalttäter, und die statten Sie dann auch noch mit einem Hausausweis aus. Das ist ein Anschlag auf unsere Demokratie. Und noch mal zu den aktuellen Enthüllungen. Über 100 Mitarbeitende, die gelten als gesichert rechtsextrem. Gemeint sind damit nämlich auch zum Beispiel Mitglieder der Identitären Bewegung mit Verbindung zur ehemaligen NPD, auch dieser Organisationsstufe der Verfassungsschutz als ganz klar rechtsextrem ein. Das ist die wirkliche Unterwanderung, die in Deutschland stattfindet, nicht die, von der Sie in Ihrem Antrag schwattronieren. Und wegen alldem lehnen wir nicht nur Ihren völlig überflüssigen Antrag ab. Wie die überwältigende Mehrheit in diesem Land lehnen wir auch die AfD, lehnen wir die menschenverachtende Politik der AfD ab. Nie wieder ist jetzt, meine Damen und Herren. Dorothea Martin hier mit deutlicher Kritik an der AfD. Tatsächlich gab es hier in dieser Woche durchaus einen Eklat, denn der Abgeordnete Kai-Uwe Ziegler hat am Mittwoch sich geweigert, den Platz der Ausschussvorsitzenden des Gesundheitsausschusses, Kirsten Kappert-Gonther, zu räumen. Hat dort wohl auch Namensschilder vertauscht. Mittlerweile hat er dafür ein Ordnungsgeldverfahren am Hals und anscheinend soll er eine Summe von 1.000 Euro deswegen zahlen. Jetzt kommen wir aber hier zum letzten Redner in dieser Debatte. Das ist Moritz Oppelt für die Unionsfraktion. Ich komme zu den anderen Sicherheitsbehörden und dem Verfassungsschutz. Keine neuen oder verbesserten Befugnisse für diejenigen, die Tag für Tag Extremisten in unser Land bekämpfen. Die einzig konkrete und zugleich völlig absurde Forderung ist, dass Sie der Bundesregierung künftig verbieten wollen, dass sie ihre Meinung vertritt und sagt, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für unsere Demokratie. Ist das diese echte Meinungsfreiheit, von der Sie gerade gesprochen haben? Und vor allen Dingen, was hilft denn das im Kampf gegen den Linksextremismus? Ich frage mich, ist es wirklich alles, was Ihnen zu diesem Thema einfällt? Die Wahrheit ist, der gewaltbereite Linksextremismus ist ein ernstzunehmendes Problem in unserem Land. Die in Teilen immer noch untergetaufte Hammerbanne, die Vulkangruppe, die mit dem Anschlag auf die Tesla-Fabrik in Grünheide einen dreistelligen Millionenschaden verursacht hat, und die Verhaftung der AF-Terroristin Klette, die ein Sturmgewehr und eine scharfe Panzerfaust in ihrer Wohnung hatte, zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist. Wer in dieser Situation die Abschaffung unseres Verfassungsschutzes fordert, wie das zum Beispiel die AfD in Baden-Württemberg tut, der gefährdet selbst die Sicherheit in unserem Land. Nur mit Monitoring und irgendwelchen Statistiken werden wir den Problemen hier bestimmt nicht Herr werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel-Koalition, wenn Sie nicht dieselbe inhaltsleere Anti-Extremismus-Politik machen wollen, wie die, die die AfD mit dem heutigen Antrag hier vorschlägt, dann müssen Sie Ihre Ankündigung endlich auch in die Tat umsetzen. Sie müssen unsere Ermittlungsbehörden noch besser befähigen, um gegen jede Form des Extremismus entschieden vorgehen zu können. Unseren Polizistinnen und Polizisten werden von der Politik in manchen Bereichen ganz bewusst die Hände auf den Rücken gebunden. Ich will es ganz konkret sagen. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Journalisten mit einer einfachen Google-Bildersuche die Terroristen schneller ausfindig machen als unser gesamter Staatsapparat. Wir müssen uns endlich ernsthaft über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Verbindung mit KI unterhalten. Wir brauchen eine zentrale Fallbearbeitungssoftware. Wir brauchen unbedingt die Online-Durchsuchung, IP-Adressenspeicherung und vieles Weiteres. Lassen Sie es mich an dieser Stelle ganz klar sagen. Unsere Polizei ist die beste Polizei der Welt, und ich würde sie gegen keine Polizei irgendeines anderen Landes tauschen wollen. Dieses Misstrauen, das bei Ihnen teilweise durchschimmert und das dazu führt, dass wichtige Verbesserungen ausbleiben, ist aus meiner Sicht vollkommen unangemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit jedem weiteren Monat, den Sie zögern und Ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen, schaden Sie der Sicherheit in unserem Land. Lassen Sie uns daran arbeiten, für einen handlungsfähigen Rechtsstaat, für unsere wehrhafte Demokratie und gegen jede Form des Extremismus. Diesen AfD-Antrag brauchen wir hierfür nicht. Er ist völlig ungeeignet. Wir lehnen ihn ab. Herzlichen Dank. Soweit Moritz Oppelt. Der Antrag der AfD-Fraktion wird jetzt allerdings erst mal in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen und dort weiter debattiert. Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt heute. An diesem Nachmittag werden sich vor dem Reichstag hier auch Aktivistinnen und Aktivisten von Nicht-Genesen versammeln. Das haben Sie angekündigt, denn noch immer ist die Forschung und auch die Behandlung von Post-Covid oder Long-Covid steckt noch deutlich in den Kinderschuhen. Es gibt sehr viele verschiedene Symptome, die die Patienten haben. Atemnot, Husten, Müdigkeit, Schlafstörungen, aber auch Erschöpfungen. Und noch immer ist nicht ganz klar, warum das die Patienten haben, die Betroffenen oder nicht. Was da auch genau passiert, wenn man zum Beispiel das chronische Fatigue-Syndrom hat oder auch das die myalgische Encephalomyelitis. Das habe ich Ihnen jetzt gesagt, weil wahrscheinlich die Abkürzungen hier in der Debatte oft genannt werden, also kurz ME oder CFS für das chronische Fatigue-Syndrom. Und die Unionsfraktion hat hier eine große Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die jetzt hier auch antworten wird. Erster Redner ist allerdings für die Unionsfraktion Stefan Albani. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute am Welttag gegen Long-Covid die große Anfrage der Union an das BMBF zu eben diesem Thema. In der Studie und Abschätzung leiden unter dieser Erkrankung 2,5 bis 3,3 Millionen Menschen. Viele von diesen Menschen wird gar die Kraft zum Leben geraubt. Außer einigen wenigen Analogieansätzen, was Therapie anbelangt, können wir diesen Menschen bisher nur Best-Care anbieten. Und so löst das BMBF am Ende der Einleitung seines Antwortschreibens auf die große Anfrage durchaus Hoffnung aus, wenn es schreibt, Zitat, die weiteren Erforschungen der Erkrankung und die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Patientinnen und Patienten sind für die Bundesregierung wichtige Anliegen. Ich will das Wollen sogar glauben. Auch in entsprechenden Verlautbarungen wird ähnlich formuliert. Was wir aber brauchen, sind Taten. Schaut man sie sich an, dann wird es leider etwas anders. Was wir brauchen, ist eine Entfesselung der Wissenschaft. Wir müssen die besten Köpfe aus Wissenschaft und Forschung mit ihren neuen Ideen und Entwicklungen an die Seite der leidenden Menschen stellen. Und es ist in der Sprache der Ampel, wir brauchen einen Forschungswumms. Und erleben, seitdem wir diese Taten erfragen, nur Wümschen eins nach dem anderen in einer lustigen Salami-Taktik. Auf unsere erste kleine Anfrage im vergangenen Jahr, und das ist alles nachlesbar, hieß es zunächst 23 Millionen. Da stellte man fest, das war nun wirklich ein bisschen wenig. Dann hat man doch mal nachgeschaut und stellte fest, es sind bei der nächsten Anfrage hier im Plenum 43 Millionen. Da waren aber die 23 mit drin. Wenig später hieß es dann weitere 9,8 Millionen. Ich erspare Ihnen den Rest der Salami. Lesen Sie die Antwort nach, achten Sie aber bitte darauf, wo Sie addieren und subtrahieren müssen und wo es sich um Gelder des BMBF handelt und des BMG. Denn das muss man voneinander differenzieren. Zusammenfassend, und daran müssen wir Sie messen, stehen nach Ihren eigenen Angaben als Antwort auf unsere Anfrage in dem Zeitraum Dezember 2021 bis drittes Quartal 2027 bis zu 59,4 Millionen Euro für die Forschung zur Verfügung. Für ihn gesundheitspolitischer Forschung, muss ich leider an der Stelle sagen, das ist sehr überschaubar. Und in dem bis zu liegt die nächste Fußfessel. Denn Ihnen wurde eine globale Minderausgabe für den nächsten Haus und für diesen Haushalt auferlegt von 845 Millionen. Und das wird vierteljährlich überprüft. Insofern steht auch diese Summe mit dem bis zu durchaus in der Gefahr, noch gekürzt zu werden. Und das geht nicht. Das ist nicht unseriös, das ist rein physikalisches Nachrechnen, ganz einfach der Antwort, die Sie vorliegen. Lesen Sie die Antwort auf unsere Große Anfrage und rechnen Sie zusammen. Die Betroffenen sind vom BMBF aus meiner Sicht zu Recht enttäuscht. Sie demonstrieren nachher hier vor dem Reichstag und, wenn Sie mich fragen, zu Recht. Außerdem fokussiert sich das BMBF im Bereich der Grundlagenforschung und Medikamentenstudien allein auf Drug Repurposing, meint Nutzen vorhandener bekannter Wirkstoffe. Und halt eben nicht auf neue und grundlegende Erkenntnisse, die über die Wirksamweise und Herkunft dieser Krankheiten diese vom Grundsatz her angehen. Und das muss geschehen. Eine Förderung nämlich eben dieser innovativen Projekte vermissen wir. Wir benötigen aber genau diese neuen Wirkstoffansätze für ME-CFS-Post-Covid-Erkrankte in Deutschland dringend. Daher wird benötigt eine Förderung von innovativen Wirkstoffen, und zwar im Zusammenwirken der besten Forscherinnen und Forscher an Hochschulen außeruniversitären Forschungseinrichtungen explizit und auch innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen. Und als Wissenschaftler weiß ich, das BMBF kann solche Moonshots, wie sie die Amerikaner nennen. Und bitte zögern Sie nicht länger, lösen Sie sie aus. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Rupert Stübe das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Eben noch mitten im Leben, mitten im Beruf, mitten in der Familie. ME-CFS, Post-Covid und selten auch Post-Vac trifft vor allen Menschen unter 50, häufig Frauen, eben noch Kolleginnen, Freundinnen, Mutter, jetzt unfähig an diesem Leben teilzunehmen, weil es zu erschöpfend ist, weil schon die leichteste Tätigkeit zu sehr anstrengt. Das ist das Gemeinsame der Krankheiten, über die wir heute sprechen. Und noch etwas ist gemeinsam. Wir können die Ursachen und die Mechanismen dieser Krankheiten noch nicht vollständig beschreiben. Es gibt keine eindeutige Diagnose. Wir müssen immer über die Symptome gehen. Es gibt keine zuverlässig wirksamen Medikamente und Therapien. Und es gibt einen riesigen Forschungsbedarf in diesem Feld. Gemeinsam haben wir das immer wieder deutlich gemacht. Zuallererst übrigens die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen. Vor ihnen habe ich einen riesigen Respekt vor dem, was sie leisten. Aber auch wir im Parlament durch Anfragen und Anträgen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die Union und Sie das Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen, auch in der gebotenen Ernsthaftigkeit. Wir haben im Parlament aber durchaus auch als Haushaltsgesetzgeber gehandelt. Deshalb hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 60 Millionen Euro bereitgestellt, das Gesundheitsministerium 81 Millionen Euro und nochmal 52 Millionen Euro für Reha in Einrichtungen für erkrankte Kinder und Jugendliche. Medikamente und andere Therapieansätze werden aktuell erprobt in Deutschland, Europa und weltweit. Und genau weil wir die Mechanismen dieser Krankheiten noch nicht genug kennen, machen wir das gerade in der nationalen Studienplattform an Medikamenten, die schon da sind. Ich finde den Ansatz übrigens gar nicht verkehrt, sondern richtig, weil er wird nämlich schneller zu Erfolgen führen. Und ich möchte an diesem Kult auch ehrlich sein und nicht allen alles versprechen. Weder bei den möglichen Erfolgen der Forschung noch bei den Mitteln, die wir investieren. Unter den Bedingungen, die wir haben, sind es immer Abwägungsentscheidungen. Und da kann man natürlich immer mehr fordern, Herr Albani. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Sie das im Haushaltsausschuss nie beantragt haben und dass Sie an anderer Stelle immer sehr genau darauf achten, Staatsaufgaben zu begrenzen. Dass diese Krankheit auch noch zeigt, dort, wo es große Unsicherheiten gibt, weil wir die Mechanismen dieser Krankheit nicht kennen, braucht es öffentliche Forschung. Auch da haben Sie recht. Pharmaunternehmen warten sich nämlich in diesem Bereich nicht vor. Wir müssen immer im Blick haben, das müssen wir immer im Blick haben, wenn wir zum Beispiel über ein Gesetz zur Medizinforschung reden. Wir korrigieren hier Marktversagen mit öffentlichem Geld und wir brauchen dafür auch eine stärkere Bereitschaft, Kooperationsbereitschaft der Unternehmen, die davon betroffen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei denjenigen, die am stärksten unter Post-Covid leiden, ähneln die Symptome mit denen von MECSF, einer Krankheit, die wir zu lange ignoriert haben, bei deren Betroffenen wir uns entschuldigen müssen für die jahrelang zu geringe Forschung und die zum Teil nach heute in Rehas gesteckt werden, die ihr Leiden vergrößern, anstatt es zu lindern. Wenn wir heute über Post-Covid sprechen, dürfen wir MECFS nicht aus dem Blick verlieren. Auch diese Forschung müssen wir nachhaltig stärken. Und dann bin ich bei noch was froh, ich habe ja eher so eine Rede der Gemeinsamkeiten vorbereitet, dass Sie Post-Vac nochmal extra angesprochen haben in Ihrem Antrag, weil die Impfung hat viel Gutes bewirkt. Sie hat schwere Verläufe verhindert. Und wir werden an diesem Pult noch erleben, dass Post-Vac dazu genommen wird, um gegen diese Impfung zu hetzen. Ich bin bei den Betroffenen froh, dass sie sich auf diese Hetze und diesen Missbrauch nicht einlassen. Und ich bin auch der Union dankbar, dass sie das so sorgfältig trennt hat und sagt, dafür brauchen wir eine Forschung. Das hat aber nichts damit zu tun, wie wir die Impfung ins Gesamt beurteilen. Insofern. Der erste Schritt beim Kampf gegen Post-Covid ist gegangen. Ich bin froh, mit Ihnen gemeinsam und den Betroffenen die weiteren Schritte zu gehen. Vielen Dank. Rupert Stüwe war das hier zur Forschung und Unterstützung der Bundesregierung bzw. des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums zur Erforschung von Non-Covid. Nächster Redner ist nun Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Große Anfrage beweist, dass es höchste Zeit ist für einen Corona-Untersuchungsausschuss. Als Antwort auf die Anfrage schreibt die Regierung, ich zitiere, der Bundesregierung liegen keine validen Zahlen vor, wie viele Personen nach Impfung gegen Covid-19 unter Beschwerden leiden. Sie wollen es schlicht nicht wissen, denn die Wahrheit ist wahrscheinlich ziemlich unangenehm für Sie. Aber Sie geben bekannt, dass 390.000 Erwachsene unter sogenanntem Long-Covid leiden. Eine US-Studie besagt, dass bei 70 Prozent der Long-Covid-Patienten die Symptome im Nachgang der Impfung auftraten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mehr als eine Viertelmillion Deutsche unter Spätfolgen der Impfung leiden. Statt dass Sie diese Risikosignale ernst nehmen, wird die mRNA-Impfung auf alles Mögliche ausgerollt. Grippeimpfung, Krebsimpfung, Impfung bei Rindern, Schweinen und sogar Garnelen. Höhepunkt des Wahnsinns ist mRNA-Impfung für Menschen per Nasenspray. Wer sich so impfen lässt und dann niesen muss, der impft gleich alle außenrum nochmal mit. Dieser leichtfertige Umgang mit mRNA ist völlig verantwortungslos, genauso wie die Impfpflicht bei der Bundeswehr, die umgehend beendet, gehört. Wir müssen endlich die Risikosignale ernst nehmen. Die mRNA-Technologie gehört so lange gestoppt, bis klar ist, welche Schäden die Corona-Impfung verursacht hat. Ja, dass Sie das nicht wissen wollen, weil Sie die Verantwortlichen dafür sind, für diese ganzen Schäden, das ist uns schon bewusst, aber übernehmen Sie endlich mal Verantwortung. Wir sind hier im Deutschen Bundestag und nicht in einem Kaninchenzüchterverein. Zum Schluss noch eine Bitte an die Kollegen von der CDU und CSU. Es ist ja gut, dass Sie und Vertreter Ihrer Partei sich ständig in den Medien für ihr Fehlverhalten in der Corona-Zeit entschuldigen. Viel besser wäre aber, wenn auch Sie endlich Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns einen Untersuchungsausschuss über alle Corona-Maßnahmen inklusive der Impfung einführen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 die Grün. Laura Kraft ist die Obfrau im Forschungsausschuss für ihre Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist Long-Covid-Awareness-Day. Man hätte die Redezeit nutzen können, um den Betroffenen ein Gesicht zu geben, was nämlich eigentlich der Sinn dieses Tages ist, und sich nicht in irgendwelchen merkwürdigen Schwurbeleien zu verlieren. Das ist einfach nur unsäglich. Denn es sind die Betroffenen, die nicht mehr am Leben teilhaben können, wie sie es sich eigentlich wünschen, die sich einfach nur aus tiefstem Herzen wünschen, dass sie ihr Leben zurückbekommen und die seit ihrer Erkrankung massiv leiden und denen wir mehr Sichtbarkeit verleihen müssen. Ich will meine Redezeit auch dafür nutzen, um auch Menschen und Namen zu nennen, wie zum Beispiel Thomas, der 59 Jahre alt ist, aus Baden-Württemberg. Er ist Mechaniker und seit Januar 2021 erkrankt. Oder Monique, sie ist 38 Jahre alt, aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist eigentlich medizinische Fachangestellte, aber sie ist seit Februar 2022 arbeitsunfähig. Oder Ina, Ina ist 46 Jahre alt, auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie war Pflegedienstleiterin und sie ist arbeitsunfähig seit Oktober 2021. Oder Larissa, Larissa ist 43 Jahre alt, aus Baden-Württemberg. Sie ist Beamtin und auch sie ist seit November 2021 arbeitsunfähig. Ich habe Fotos von diesen Menschen zugeschickt bekommen. Und wenn man ein Gesicht vor Augen hat und kennt vielleicht auch noch Teil der Biografie, dann sehen die Zahlen, über die wir hier sprechen, noch mal ganz anders aus. Und ich möchte dazu motivieren, gerade draußen heute Nachmittag wird auf der Fläche vor dem Reichstag, noch mal von einem Betroffenenverband von Nicht-Genesen, ja, noch mal aufmerksam gemacht auf dieses Thema. Und da können wir uns auch noch mal mit Einzelschicksal auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist doch das, was uns in der Politik antreiben sollte. Wir haben schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, was Long-Covid bedeutet für Millionen von Betroffenen. Und ich finde es auch gut, liebe Union, dass Sie eine große Anfrage zu dem Thema gestellt haben. Sie stellen die richtigen Fragen. Aber Sie stellen die Fragen, die auch noch gerade Forscherinnen und Forscher versuchen zu beantworten. Und die Bundesregierung kann auch nur die Antworten liefern auf die Fragen, die wir schon kennen. Und das muss man auch dazu sagen. Wir haben das Ganze unterstützt. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, fraktionsübergreifend über 200 Millionen Euro ressortübergreifend bei Gesundheit und auch bei Forschung zu mobilisieren, damit wir ganzheitlich an Long-Covid, Post-Covid und auch Post-Vac forschen können, dass wir Forschung ermöglichen. Und eines muss uns allen klar sein. So sehr wir es uns wünschen, wir können keine Forschungsergebnisse bestellen. Es ist nicht möglich. Aber wir können gute Forschung ermöglichen, sodass sie fruchtbar werden kann. Und das muss unsere Aufgabe sein. Ich möchte, dass wir auch in den nächsten Jahren diesen Awareness Day produktiv nutzen und schauen, wo wir noch mehr tun können. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, denn sie wissen ganz genau, dass Forschungsgeld auch abgerufen werden können, müssen. Und Geld ist nicht alles, sondern wir müssen an die Strukturen rangehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die hier so in diesem Haus zusammengearbeitet haben, damit es möglich ist und wir über 200 Millionen Euro bereitstellen können. Ich glaube, das ist ein gutes Signal. Sagt Laura Kraft. Und nächster Redner ist nun Stefan Seiter. Er ist der Sprecher für Forschung, Technologie und Innovation der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, eine Rede heute am Pult hat gezeigt, wie man dieses Thema missbrauchen kann für eigene politische Ziele und wie man dann Fake News darstellt. Und das wird einfach den Menschen, die an den Folgen von Covid leiden, nicht gerecht. Und es ist die Aufgabe von uns allen, für diese Menschen etwas zu tun. Und ja, ich selber bin Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler ist man immer froh, wenn der Topf, der da ist, der Förderung größer ist. Aber es ist nicht so, dass keine Forschung stattfindet. Und es hat sich auch die Forschung ausgedehnt. Das müssen wir ehrlicherweise an der Stelle auch mal festhalten. Es gibt Forschung über die Spätsymptome von Covid. Es gibt Forschung über Krankheitsmechanismen. Es gibt Forschung über das Gesundheitsmonitoring. Es gibt Forschung über die Datenanalyse. Es geht um Therapieentwicklung mit schon zugelassenen Medikamenten. Es wird gearbeitet und es wird auch weiter daran gearbeitet. Und es hilft niemandem da draußen, wenn wir das, was schon getan wird, reduzieren. Sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir auf den Ergebnissen, die jetzt mit der Forschung erzielt werden, weitere Forschungsprogramme entwickeln und stufenweise diese Forschung dann voranbringen und auch nachhaltig machen. Das muss unser großes Ziel sein. Und ich möchte auch noch einen anderen Punkt an der Stelle hinweisen, weil Zahlen sind jetzt schon genannt worden. Es ist natürlich die ganzen Folgen von Covid ein großes Problem auch für unsere Volkswirtschaft. Kollegin Kraft hat Namen genannt. Sie hat Berufe genannt. Ich möchte an der Stelle noch einen Namen anfügen. Tabea, eine junge Frau bei mir in der Nähe, die ich besucht habe, wo durch diese Krankheit ein Lebenstraum zerstört wurde. Das können wir nicht akzeptieren. Aber es wird nicht nur individuelle Lebensträume zerstört, sondern es werden auch potenziell zusätzliche Fachkräfte dem Arbeitsmarkt entzogen. Das darf nicht unser erstes Argument sein für Forschung. Das darf nicht unser erstes Argument sein für Versorgung. Aber es schwingt mit. Weil wir brauchen auch diese Menschen. Diese Menschen brauchen eine Perspektive. Und das ist wichtig. Und wenn Sie auf den Post schauen, der heute vom BMBF gemacht wurde, wo gefragt wurde, was möchtet ihr? Was erwartet ihr noch? Dann werden Sie sehen, dass da viele, viele Meldungen drinstehen, die sagen, wir möchten gesehen werden. Und wir möchten, dass auch die Ärzte wissen, dass es diese Krankheit gibt. Und dass wir uns wirklich als kranke Menschen erkannt werden. Und auch das muss eine Aufgabe sein. Das werden wir aber nicht mit Forschungsgeldern hinbekommen, sondern da müssen wir im Endeffekt an die Arbeitsstrukturen im medizinischen Bereich dran. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Erich Irrsthofer für die CDU und CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Betroffene, Angehörige, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zuerst einmal einen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung für die gemeinsame Anfrage hier loswerden. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir am heutigen internationalen Long-Covid-Tag eine weitere Debatte im Deutschen Bundestag führen. Long-Covid, Post-Covid, ME-CFS und Post-Vac bestimmen weiterhin das Leben vieler Menschen in Deutschland, darunter auch Kinder. Und ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass diese Kohorte zusammensteht, dass es hier keine Abwägungen oder Abschätzungen gibt, sondern das ist ein Pakt von diesen Gruppen miteinander. Und wir werden uns für alle dementsprechend gleich einsetzen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, obwohl die Pandemie beendet ist, ist die Belastung vieler Betroffener unerträglich und von Hoffnungslosigkeit geprägt. Und schon häufig habe ich das hier im Plenum auch vorgetragen. Lassen Sie mich zwei wesentliche Bereiche ansprechen. Erstens Verantwortung der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist in Form des BMG und des BMBF nicht nur zuständig, vor allem aber sind sie verantwortlich für die Versorgung und die Erforschung. Und ich möchte hier ausdrücklich den Dank für gute Gespräche und erste Schritte mit verschiedenen Akteuren, mit Bundesminister Professor Lauterbach. Der hat die Gelder auch in schwierigen Zeiten akquirieren können. Zwar nicht in der Höhe, wo wir uns jetzt gewünscht hätten, aber es ist ein gutes Zeichen. Und ich möchte auch, ja, da darf man ruhig auch klatschen. Und ich möchte, jedoch erscheint es mir, die Beantwortung der Frage ein bisschen, ich möchte nicht sagen lieblos, aber auf jeden Fall hätte ich mir noch ein deutlicheres Bekenntnis gewünscht. Zweitens die Forderung an Bundesregierung und Ampelfraktionen, schauen Sie vor den Reichstag. Dort bauen gerade engagierte Betroffene und Angehörige eine Demonstration mit 500 Fotos von Betroffenen auf. Und ich sage deutlich, hier auch von dieser Stelle, wir, und mit wir meine ich hier wir alle, wir sehen und hören Sie, Sie sind nicht allein. Und das ist mir wichtig. Ich schließe mich den Forderungen von Professor Scheibenbogen der Charitéambulanz an, dass wir deutlich mehr Forschung benötigen. Es braucht eine Dekade der Long-Covid-Forschung inklusive zehn Forschungsinstitute, die sich auch mit ME, CFS und Postwag befassen. Gelder müssen abgerufen werden und deutschlandweit in mehreren Forschungsprojekten investiert werden. Dafür braucht es flexible Strukturen und auch die Einbeziehung von Betroffenen. Auch müssen wir engagierte Unternehmen und Start-ups unterstützen. Es gibt viele, die gute Präparate entwickeln. Es fehlt jedoch an Geld. Auch möchte ich hier noch einmal erwähnen, dass das Kriterium der Belastungsintoleranz unbedingt in die Förderbescheide zukünftiger Forschungsanträge aufgenommen werden muss. Wir dürfen den Betroffenen nicht schaden. Ich komme zum Schluss. Außerdem fordere ich einen Parlamentskreis hier im Deutschen Bundestag, der sich mit postinfektiösen Erkrankungen befasst. Für Mitstreiter wäre ich dankbar und interfraktionell offen. Das Thema darf politisch und gesellschaftlich nicht verloren gehen. Das sind wir den Menschen schuldig, dass wir Lösungen schaffen. Dankeschön. Sagt Erich Ilstorfer. Schätzungen zufolge leiden 2,5 Millionen Menschen unter Long-Covid. Also eine große Anzahl. Nächste Rednerin, Carolin Wagner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Damen und Herren. Für die große Mehrheit der Bevölkerung ist die Corona-Pandemie schon lange her. Viele von uns haben sich schon wieder völlig selbstverständlich an eine alte Normalität gewöhnt. Für Hunderttausende Menschen aber ist diese alte Normalität nicht mehr eingetreten. Sie leiden unter den unterschiedlichsten Long-Covid-Symptomen und sind in ihrem Alltag massiv eingeschränkt. Wie eine junge Frau, 27 Jahre alt, hier aus Berlin. Sie war Triathletin, trainierte vier, fünf Mal in der Woche Radfahren, Schwimmen, Laufen. Dann kommt vor zwei Jahren die Corona-Infektion. Und schlagartig ist alles anders. Sie leidet bis heute unter höchsten Konzentrationsschwierigkeiten, braucht regelmäßig Ruhephasen. Ihrem geliebten Sport kann sie nicht mehr nachgehen. Sie hat keine Kraft. Sie hat keine Luft. Heute fällt ihr sogar das Treppensteigen schwer. Ein Zurück zum alten Normal, das gibt es für sie nicht. Für diese junge Frau und alle anderen betroffenen Menschen ist es deswegen wichtig, dass wir die Forschung rund um Long-Covid ausbauen und stärken. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir deutlich über 180 Millionen Euro hierfür in die Hand nehmen. Und da ist es ja auch egal, lieber Stefan Albani, ob das jetzt allein aus dem Etat des BMBF oder aus anderen Etats kommt, wichtig ist, dass hier jetzt geforscht wird. Und das ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Dabei fangen wir in Deutschland mit dieser Forschung auch nicht bei Null an. Nein, es gibt bereits herausragende wissenschaftliche Arbeit, die schon während der Pandemie geleistet wurde. Zum Beispiel in der Lungenspezialklinik Donaustauf in meinem Wahlkreis Regensburg. Sie ist eine von zwei anerkannten Lungenfachkliniken in Bayern und bundesweit beispielgebend bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten, die vasiv oder invasiv langzeit beatmet werden müssen. Während der Corona-Pandemie war das Haus ein wichtiger Versorger und hat die erste Post-Covid-Ambulanz in der Region angeboten. Patientinnen und Patienten, die aufgrund von schwerer ME-CSF nicht fähig zur Rehabilitation sind, haben kaum Therapiemöglichkeiten. Ihnen wird in Donaustauf eine stationäre Therapie angeboten. Die Klinik kann erste Erfolge vorweisen. So wie in Donaustauf arbeiten bundesweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Lösungen zur Behandlung von Post-Covid. Woran hat es bisher gefehlt, um hier schneller mit großen Schritten voranzukommen? Zunächst eben mal am Geld. Denn erst mit dem nötigen Geld können Forschungsprojekte angegangen werden. Und wir als Ampel nehmen jetzt viel in die Hand. Allein für die versorgungsnahe Forschung 81 Millionen Euro, für die Verbesserung der Versorgung von Kinder und Jugendlichen, die an Long- bzw. Post-Covid erkrankt sind 52 Millionen Euro. Und was wir aber auch brauchen, liebe CDU-CSU-Fraktion, ist einfach auch Zeit für eine Krankheit, die 200 verschiedene Symptome mit den unterschiedlichsten Ausprägungen hat, passende Medikamente zu erforschen. Da ist Geld allein nicht die Lösung, siehe USA. Da braucht man auch Geduld und Zeit. Meine Damen und Herren, ich habe es an dem Beispiel der jungen Triathletin gezeigt. Long-Covid kann alle treffen, auch junge, geimpfte Menschen. Allerdings ist es so, dass eine Impfung die Wahrscheinlichkeit einer Long-Covid-Erkrankung senkt, und zwar um 58 Prozent. Und damit noch ein paar Worte zu der Fraktion hier rechts von mir. Für die Verschwörungsgläubigen und Corona-Leugner war die Pandemie ein Erfolgsmodell. Sie haben bewusst Menschen mit ihren Lügengeschichten über die Gefährlichkeit der Corona-Impfung verunsichert und verängstigt. Sie haben Menschen davon abgehalten, sich impfen zu lassen. Und derweil wären in Europa 1,4 Millionen Menschen mehr gestorben ohne die Impfung. Sie haben Zweifel an der Wissenschaft gesät. Sie haben weltweit angesehene Forscherinnen und Forscher diskreditiert und zum Opfer von Hass und Gewalt gemacht. Und das allein dafür, um aus Ihren Angstgebilden, die Sie zu jedem Thema aufblasen, für sich selbst Kapital zu schlagen. Niederträchtig ist das. Die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger weiß das und gehen Ihnen nicht auf den Leim. Und das ist gut so. Caroline Wagner war das für die SPD-Fraktion. Für die AfD spricht nun Michael Kaufmann. Er ist der forschungspolitische Sprecher seiner Fraktion. Verehrte Präsidentin, geehrte Kollegen, wir haben heute zum zweiten Mal gehört, dass für die SPD-Wissenschaftler, die nicht auf Regierungslinie sind, Verschwörer sind. Deswegen ist es wichtig, jetzt hier dagegen zu sprechen. Die Forschung an Long-Covid, ME-CFS und Post-Wag finden wir hier wieder nebeneinander, im Antragstitel genannt. Im Text und bei der Grundlagenforschung fallen die Impffolgen Post-Wag jedoch weitgehend unter den Tisch. Die Antworten der Bundesregierung auf die Anfrage offenbar zwei Dinge. Sie wissen praktisch nichts, und das vier Jahre nach Beginn der Pandemie. Sie ordnen alle Krankheitsbilder, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Infektion und oder Impfung aufgetreten sind, kurzerhand Long-Covid zu. Das ist Vertuschung. Seriöse Wissenschaft geht anders. Seriöse Wissenschaft wäre es, zunächst herauszufinden, wie sich Long-Covid und Impffolgen sauber voneinander abgrenzen lassen. Erst dann können für die Betroffenen passgenaue Therapien gefunden werden. Impfstoffe, Impfschäden und Covid-Folgen müssen zuverlässig voneinander abgegrenzt werden. Davor haben Sie eine Heidenangst, denn dann würde Ihre experimentelle Gentherapie plötzlich als eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dastehen. Die in Ihrer Antwort genannten 768 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen sind ein schlechter Witz. Die Post-Wag-Ambulanz der Uniklinik Gießen kann gar nicht alle Menschen behandeln, die sich in ihrer Not dorthin wendeln. Und Sie behandeln dieses schreckliche Schicksal wie ein unbedeutendes Nebengebiet der Long-Covid-Forschung. Dazu passt, dass Herr Lauterbach, der heute nicht da ist, die vom Post-Wag-Syndrom Betroffenen mit beispielloser Kaltschneuzigkeit von dem runden Tisch ausgeladen hat. Sie würden gern vertuschen, dass Ihre Massenimpfung eine Gesundheitsgefahr ist. Aber das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung und helfen Sie den Menschen, deren Leben durch Ihre Verantwortungslosigkeit zerstört wurde. Danke. Das Wort hat die Kollegin Maria Klein-Schmeink für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es ein Beispiel braucht für Verantwortungslosigkeit, dann hat das mein Vorredner gezeigt. Man muss sich einfach mal klarmachen, 5 Milliarden Impfdosen, Corona-Impfdosen weltweit, 192,2 Millionen Impfdosen in Deutschland, 64,9 Millionen geimpfte Personen in Deutschland. Und da machen Sie das Post-Wag-Syndrom als ein besonderes und als die Erklärung dafür auf, dass wir Long-Covid haben. Das vertauscht Ursache und Wirkung. Und gleichzeitig ist es verantwortungslos, weil Sie damit die Wirksamkeit von Impfungen infrage stellen wollen und das nur aus politischer Angst machen. Und darum geht es. Und ich finde es auch ziemlich krass an einem Tag, an dem wir international den Opfern und Betroffenen von Long-Covid gedenken, zum dritten Mal, wo wir darauf hinweisen, um welch schwere Erkrankung es sich handelt, um welchen massiven Eingriff in die Lebensqualität der betroffenen Menschen. Da geht es darum, diesen Menschen zuzuhören, zu schauen, was können wir tun, um diese Leiden abzustellen. Wie können wir weiterkommen mit der Forschung? Wie können wir weiterkommen mit der Therapie? Das ist unsere Aufgabe und das wäre auch Ihre Aufgabe. Erkrankte brauchen unsere Solidarität und Unterstützung. Sie brauchen Behandlungsoptionen. Die haben wir bisher noch nicht. Nicht im ausreichenden Maße und auch deshalb, weil wir aus der Forschung noch immer nicht ableiten können, was sind denn eigentlich die eigentlichen Ursachen, was sind die eigentlichen Mechanismen, die zu diesem verschiedenen und vielfältigen Krankheitsbild gehören. Und wie können wir dazu kommen, dass wir tatsächlich mehrere und passende Therapieoptionen entwickeln? Und daran arbeiten wir, daran arbeiten wir mit verschiedenen Forschungslinien. Wir arbeiten aber auch daran, dass wir im Gesundheitsbereich die Versorgung, den Zugang zur Versorgung für diese Menschen verbessern. Auch wenn es noch keine kurativen Behandlungsoptionen gibt, gibt es Optionen, um die Lebensqualität zu verbessern. Es gibt Optionen, um den Alltag mit diesen Symptomen besser aushalten zu können, besser gestalten zu können. Und auch daran wird gearbeitet. Und das tun wir, Herr Erlsdorfer, Sie haben sich unermüdlicher auch dafür eingesetzt, an verschiedenen Stellen, sowohl im Forschungsministerium, das macht Frau Ministerin Stark-Watzinger, wir tun es im Gesundheitsministerium, wir tun es national koordiniert in verschiedenen Kompetenznetzwerken und wir tun es international mit Verabredungen für große Forschungs- und Behandlungskompetenznetzwerke. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Den schulden wir auch diesen Menschen. Und ich kann nur darauf hinweisen und auch wieder appellieren, dass wir deren Schicksal ernst nehmen, dauerhaft ernst nehmen, weiter hartnäckig daran bleiben. Und ich bin froh, wenn wir hier über alle Fraktionen, demokratischen Fraktionen hinweg, da gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist unsere Aufgabe. Und so sollten wir auch diesen Tag begehen. Danke schön. Das sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Hier Maria Klein-Schmeink. Nächster Redner ist Maximilian Funke-Kaiser für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie wie Long-Covid, ME-CFS und das Postwachs-Syndrom, das Belasten Betroffene in unvorstellbarem Maße. Die Auswirkungen dieser Krankheit, die dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Und ich kann versichern, die Regierung nimmt das auch nicht auf die leichte Schulter. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung beispielsweise hat allein bis letzten Jahr, September, über 40 Millionen Euro investiert für viele Forschungsprojekte zu Long-Covid und ME-CFS. Und die versorgungsnahe Long-Covid-Forschung, die fördert das Gesundheitsministerium. Das kommt mir viel, viel, viel zu kurz. Das ist eigentlich das viel Wichtigere im Bereich der Erforschung, nämlich die Versorgungsforschung. Und auch da packen wir an. Die Forschungsgelder alleine, die reichen aber nicht aus. Es bedarf vielmehr einer verbesserten Forschungsdateninfrastruktur. Und da musste die Ampelkoalition ordentlich aufräumen. Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz ermöglichen wir jetzt der Forschung den Zugang zu Gesundheitsdaten. Das geplante Forschungsdatengesetz, das schafft Rechtssicherheit und vereinfacht die Auffindbarkeit von Forschungsdaten. Und parallel dazu verbessern wir mit dem Medizinforschungsgesetz die Rahmenbedingungen im Bereich der Arzneimittelproduktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Geschwurbel der AfD, das war zu erwarten. Doch auch Herr Albani, Sie wurden dem Thema auch nicht wirklich gerecht, mit Ausnahme von meinem Kollegen Ursdorfer. Die Bedingungen, liebe Union, für die Gesundheitsforschung haben Sie in den letzten Legislaturperioden kein Stück verbessert. Sie haben es vielmehr eher verschlechtert. Und umso zynischer finde ich es, dass Sie sich hier als Retter in der Not inszenieren, um vom Leid der Betroffenen zu profitieren. Das gehört sich einfach nicht. Liebe Betroffenen, auch auf den Rängen seien Sie sich versichert, die Regierungsparteien, die arbeiten intensiv daran, die Forschung an Long-Covid, ME-CFS und Post-Vac zu stärken. Wir stehen an Ihrer Seite. Und ich sage auch, wir müssen da gemeinsam an die gesamte Sache rangehen. Schluss mit dem ganzen Geschieze der Opposition auf die Regierung. Es geht hier darum, dass wir gemeinsam diese Krankheit erforschen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist nun für die Gruppe Die Linke. Katrin Vogler, sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Gruppe. Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stellen Sie sich vor, Sie liegen in einem abgedunkelten, stillen Zimmer rund um die Uhr. Gespräche lesen, Musik hören, das sind Anstrengungen, die Sie nur ganz kurz ertragen. Danach müssen Sie ausruhen, können aber nicht schlafen. Alles tut weh. Es gibt kein einziges zugelassenes Medikament und nur wenige Fachleute, und die sind komplett ausgelastet. Man sagt Ihnen, Sie sollen sich einfach mehr anstrengen. Aber wenn Sie das tun, geht es Ihnen dramatisch schlechter. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Realität im Leben vieler Menschen mit Long-Covid oder ME-CFS. Und da wundern Sie sich, dass manche von Ihnen glauben, wir hier hätten Sie vergessen und aufgegeben. Minister Lauterbach hat viele Versprechungen gemacht und nur wenig umgesetzt. Er bleibt ein Ankündigungsminister, obwohl wir einen Durchsetzungsminister brauchen würden. Diese drei Dinge müsste er mindestens durchsetzen, um den Betroffenen Hoffnung zu geben. Erstens. Genug Geld für Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und anderen Therapien, egal, was der Finanzminister sagt. Es ist auf jeden Fall billiger, in die Gesundung dieser Menschen zu investieren, als sie weiter leiden zu lassen. Zweitens. Gut ausgestattete interdisziplinäre Kompetenzzentren wie Long-Covid und ME-CFS, das haben Sie ja auch versprochen, die die Betroffenen unterstützen und behandeln können und auch genug Kapazitäten haben. Und drittens. Schluss mit der Psychologisierung. Die Menschen sind nicht körperlich krank. Sie stellen sich nicht an. Das geht auch nicht weg durch Psychotherapie, auch wenn Psychotherapie helfen kann, die Krankheitsfolgen zu bewältigen. Wir brauchen jetzt überall im Gesundheitswesen, bei Pflegediensten, bei Sozialämtern, bei Krankenkassen, Jobcentern und bei der Rentenversicherung Leute, die darüber Bescheid wissen und Hilfe leisten, anstatt Druck und Zwang auszuüben. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird sich die Linke weiter einsetzen, nicht nur am Long-Covid-Awareness-Day. Das Wort hat Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Betroffene. Es ist gut und wichtig, dass wir heute am Long-Covid-Awareness-Day in diesem Haus über dieses sehr ernste Thema debattieren. So manche in diesem Saal haben vielleicht Betroffene in ihrem Familien- oder Freundeskreis und kennen die Symptome, die den Alltag der Betroffenen fast unerträglich machen. Chronische Erschöpfung, Fatigue, depressive und kognitive Störungen, eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit, muskuläre Schmerzen, Luftnot, Husten, gestörter Geruchs- und Geschmackssinn. Das macht den Alltag für die Betroffenen tatsächlich unerträglich. Gerade das Symptom der Fatigue lässt oft aufhorchen, da uns das Chronic-Fatigue-Syndrom als eigenständige Krankheit seit ungefähr 50 Jahren bekannt ist. Die Tragik darin liegt, dass in all den Jahrzehnten es bislang weder gelungen ist, eine valide Biomarker zu identifizieren, noch hilfreiche Therapieverfahren zu identifizieren. Auch für Post-Covid-Beschwerden gibt es derzeit keine kausale Therapie für betroffene Patientinnen und Patienten. Diese ungelösten Fragestellungen deuten einerseits auf einen erhöhten Forschungsbedarf hin, zum anderen ist dies Anzeichen dafür, dass hier vielfältige und vor allem interdisziplinäre Ansätze notwendig sind. Umso mehr freut es mich, von einem Projekt aus meinem Wahlkreis berichten zu können. Am Universitätsklinikum Jena wurde bereits 2021 ein Post-Covid-Zentrum eingerichtet, in dem die unterschiedlichen medizinischen Disziplinen gemeinsam an diesem Thema forschen und gleichzeitig Betroffenen helfen. Darüber hinaus entsteht auch ein Register, in welchem das Spektrum und die Verläufe von Post-Covid-Symptomen systematisch erfasst werden. Hier eine evidenzbasierte Datengrundlage zu schaffen, wird für zukünftige Forschungsvorhaben von enormer Bedeutung sein. Die Bundesregierung hat mit ihrer Antwort auf die vorliegende Große Anfrage eine Vielzahl von Ansätzen dargelegt. Wie auch sie sich dieser Thematik aus vielen Richtungen nähert, über die Finanzvolumena wurde bereits berichtet. Und ja, auch in Zeiten knapper Kassen sollten wir schauen, inwieweit wir hier in kommenden Jahren weitere Mittel zur Verfügung stellen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich noch sagen, gerade mit Blick auf das neu beschlossene Gesundheitsdatennutzungsgesetz sowie dem Forschungsdatengesetz habe ich die Hoffnung, dass insbesondere bei Krankheiten, die wir als Long-Covid zusammenfassen, die in der Differenzialdiagnostik so schwierig sind, auch durch die Anwendung neuer Technologien wie der künstlichen Intelligenz in diesem Bereich signifikante Fortschritte erzielt werden können. Wir alle hier im Saal sind uns der Bedeutung dieses Themas bewusst und möchten für die Betroffenen und ihre Familien, dass Methoden und Therapien entwickelt werden, die die pandemiebedingten Folgen im Idealfall völlig verschwinden lassen oder aber zumindest so weit abmildern, dass ihre Lebensqualität weitestgehend wiederhergestellt wird. Daran sollten wir alle arbeiten. Das ist ein Auftrag für uns in diesem Haus. Vielen Dank. Holger Becker war das für die SPD. Nächster Redner ist nun André Hunko, ehemalige Mitglied der Linksfraktion, jetzt Mitglied der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich bin der CDU-CSU dankbar für diese große Anfrage, weil sie die drei wichtigen Krankheitsformen, ME-CFS, also chronisches Erschöpfungssyndrom, Long-Covid, Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, aber eben auch Post-Vac, also Impfnebenwirkungen, alles drei sozusagen abfragt und hier auf bessere Datengrundlage und bessere Forschung drängt. Und das ist auch richtig so, weil alle drei Sachen müssen ernst genommen werden. Und es ist schon erschütternd, wenn bei der Antwort der Bundesregierung zum Fall Post-Vac, also Impfnebenwirkungen, gesagt wird, hier liegen keine validen Datengrundlagen vor. Das darf nicht sein, weil auch diese Impfnebungen müssen ernst genommen werden und dürfen nicht einfach bei Long-Covid subsumiert werden. Wie etwa bei dem baden-württembergischen Bürgermeister Frank Wittendorfer, der sich jetzt arbeitsunfähig melden musste, dauerhaft mit 41 Jahren, der nach der Auffrischimpfung so schwer erkrankt ist, dass er seinen Dienst nicht mehr antreten konnte. Es wurde auch zunächst als Long-Covid eingestuft. Jetzt ist klar, es hat mit der Impfung zu tun. Und solche Fälle gibt es leider viel zu viele. Und sie müssen ebenso Teil einer wissenschaftlichen Erforschung sein. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, ich habe schon den Eindruck, es hat auch die Debatte hier ein bisschen gezeigt, dass das Thema Post-Vac nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, weil vielleicht der jetzige Gesundheitsminister das am Anfang ausgeschlossen hat, dass es Nebenwirkungen gibt. Ich bin der Meinung auch, dass wir eine Corona-Aufarbeitung brauchen, wie sie es auch in anderen europäischen Ländern gibt. Und wir müssen an dieser Stelle den Bundestag verlassen. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da. Dann gibt es am Mittwoch zum Beispiel eine Regierungserklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz zum Europäischen Rat. Hier geht es jetzt erst einmal weiter mit Phoenix die Runde und dem Thema Desinformation als Waffe Putins hybrider Krieg. Diese Waffe könnte dem Westen gefährlicher werden als russische Panzer an der NATO-Ostgrenze. Desinformationen, die die Gesellschaften der NATO-Staaten erst verwirren und dann spalten sollen. Urheber dieser Attacken ist, nach allem, was wir wissen, in erster Linie Russland. Und hat damit Erfolg. Angriffe auf Bundestag und die Wahlkampfteams von Hillary Clinton oder Emmanuel Macron zeigen das deutlich. Die durchaus bange Frage ist, sind wir im Westen uns dieser Gefahr bewusst? Und wie abwehrbereit sind wir eigentlich? Desinformation als Waffe Putins hybrider Krieg. Jetzt in der Phoenix-Runde. 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 Post, hier ist ein未 aimer. Bis zum nächsten Mal.